Guten Abend, Ladies and Gentlemen zum Plankenschnack, ich glaube 14 sind wir oder 15. Ich war mir heute Morgen nicht so sicher und ich bin mir heute Abend immer noch nicht so sicher, aber wo ich mir wirklich sicher bin, ist glaube ich, dass wir alle da haben und zwar in drei, in zwei, in eins und da sind wir. Hallo! Ich hatte eben gerade ein bisschen Panik und habe gedacht, oh Mist, ich hoffe, wir sind alle an der richtigen Position und ja, wir sind alle in den richtigen Fan-Centern drinnen. Bevor wir überhaupt irgendwas erklären, was das hier ist, weil ich glaube, da ist ganz viel Redebedarf, habe ich das Gefühl, so aus dem Chat gelesen, wir haben heute das erste Mal den jungen Mann da unten, da in der Ecke, ich kratze ihm gerade auf den Kopf, der Marcel Tay. Zeigen wir alle mit dem Finger auf ihn, hier, da. Moin, schönen guten Tag. Herr Tay, magst du vielleicht mal ein, zwei Worte zu dir loslassen? Wer bist du? Wo kommst du her? Was ist du in der Regel so? Okay, nein, also, guten Tag, ja, ich bin der Marcel Tay, ich bin jetzt seit Twitch ungefähr seit eineinhalb Jahren unterwegs, ich komm aus Buchsehude, das ist so Region Hamburg, für die es nicht kennen. Wie, das gibt's wirklich? Das gibt's wirklich, ja. Ach so! Ich sag das immer so, ich komm aus Buchsehude. Ja, 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 richtig. Das sagen viele, das sagen viele, also, aber das ist so. Und, ähm, ja, ähm, bin halt hauptsächlich in der Rubrik Arma vertreten und bin mega aufgeregt. Das Gute ist, wir haben, ich glaub, wir haben, wir haben heute so viel gelacht vorher schon, dass wir fast die wichtigen Sachen alle vergessen haben. Aber, äh, ich hatte noch eine Frage mehr gestellt, was isst du so in der Regel? Was ich so esse? Ja. Indisch. Manchmal was Indisches, mit Curry und Thun und so. Okay. Nein, aber so, doch, ja. Hauptsache Fleisch. Gut, sehr schön. Um einfach nur mal kurz zu erklären, was das Ganze hier ist für die Leute, die das, äh, die neu sind. Sleppy, erzähl doch mal hier unten, junger Mann, was wir hier so machen, sonst. Wir quatschen. Das, äh, zum Großteil, ne, was machen wir? Wir, äh, seit, wann haben wir uns zusammen getroffen? Im Oktober, glaub ich, letzten Jahres. Mhm. Ähm, haben, sitzen wir hier halt zusammen, drei Leute, ein Gast und, äh, quatschen über Gott und die Welt. Und manchmal haben wir feste Themen und manchmal, so wie heute, äh, quatschen wir einfach über Gott und die Welt. Und, ähm, ja. Hast du dich eben gerade gedoppelt, ja, ne? Du hast gerade Gott und die Welt und Gott und die Welt gesagt. Ja. Ja, bist du auch nervös? Und, und, und Welt und die Gott, die, die Gott. Warum guckst du eigentlich in die, in die andere Richtung? Magst du heute nicht? Wollte ich gerade sagen. Achso, weil ich Skype hier hab. Ich kann natürlich auch direkt euch in die Seele gucken. Das, 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 obwohl du eigentlich Garak ersetzt mit dem Nesca, also, äh, das würde auch was, ja? Ja, ich guck heute Nesca statt, äh, wenn wir dann, wenn wir dann, wenn wir dann gleich über, ähm, hier, wie heißt das Spiel, dieses Online-Rollenspiel da von, Dark Age of Camelot. Na, Dark Age of Camelot, dann quatsch ich wieder mit, aber bis dahin guck ich jetzt, äh, Nesca. Da ist, da ist, da ist Garak zweimal nicht da und dann reden wir nicht mehr über Dark Age of Camelot, ja? Also, das ist sehr eigenartig. Wird niemals vorkommen. Ne, furchtbar. Ähm, wenn ihr möchtet, weil ich hab schon zu, äh, Hentei eben gerade gesagt, ja, du wirst ja unmenschlich viele Fragen bekommen, weil du ja bei dir im Amaz-Stream ja kaum Zeit hast, diese persönlichen Fragen zu, äh, beantworten, ja? Weil, äh, er ist ja wirklich ausgelegt auf reines, äh, Entertainment quasi, also da ist es wirklich schwer, äh, zu chatten mit ihm. Könnt ihr eure Fragen unter, äh, Hashtag Plankenschnack bei, äh, Twitter stellen, die sind bei allen offen, außer bei Tay, so wie es aussieht. Hahahaha, so gut. Habt ihr, vorhin hat er noch gefragt, haben wir alles, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Nö, nö, ist schon gut, Tay. Sehr gut, wir haben ihn mal wieder gekriegt. Aber ihr könnt, äh, dort eure, eure Fragen stellen und, äh, wir werden heute, denke ich mal, sehr viel darauf eingehen. Wir haben so grundlegend so ein, zwei Themen, über die wir sprechen werden und dann, äh, lassen wir uns einfach gehen und, äh, reagieren auf euch sozusagen. Sali, du bist ja auch heute mal wieder zu Gast, äh, willst du Hallo sagen? Hi! Sali ist mal wieder für Garak eingesprungen. Ähm, ich weiß nicht, mittlerweile fühle ich mich schon so, als wenn wir sie, äh, die junge Dame immer missbrauchen, aber... Oh! Ja, ist halt, du kommst halt immer so fünf Minuten vorher, kommst du dann an, hey Sali, hast du, Garak kann heute nicht, kannst du? Ja, na klar, ich mach mich schnell fertig, ne? Und du fragst halt immer so kurz vor 18 Uhr, oh, ich muss doch duschen, ich muss mich auch fertig machen, hab noch nicht gegessen. Und, genau, äh, Essen ist nicht so wichtig, das, äh, erledige ich so währenddessen, aber, äh, duschen, das reicht. Das höre ich doch schon am Schnurren, dass das Akai ist. Ja. Ich kenn sie. Mann, Mann, Mann. Aber, worüber wir eigentlich mal reden wollten, ist so, so dieses, äh, AMA-Projekt, was gerade, äh, immens abgeht bei, äh, bei Twitch, ja? Ich mein, du hast ja, wir haben ja quasi, äh, fast, glaub ich, äh, Chef da? Chef, nicht Chef, fast Chef? Äh, Projektleiter. 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 Magst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben, weil das ist ja, da schlägt ja Wellen, da kannst du ja schon, äh, bis nach Buxtehude surfen von hier. Ja, 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 also Projektleiter, vor allen Dingen, also nochmal zum Projektleiter, das ist der Posten, der dann da steht am Kran und sich wundert, warum der Platz nicht verdichtet ist. Verstehst du? Ja. Nein. Ähm, ja, wir sind seit, äh, über einem Jahr dabei, halt dieses Projekt am Laufen zu halten. Mittlerweile sind wir so, wie nennt man das, expandiert, beziehungsweise so explodiert, dass wir da draußen eine reine Multigaming-Community gemacht haben, nicht nur im Bereich AMA, aber den sprechen wir jetzt natürlich an. Ähm, ja, haben angefangen, äh, mit einer Custom Map, ähm, namens, ähm, wie hieß die, Country, Country, Jackson Country, genau, und haben die dann halt modifiziert, mit weiteren Mods bearbeitet, und, 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 über die Monate durchgezogen, ein riesen Team, ein super Team mit aufgebaut, die sich da drum kümmern, von, ich würde mir jetzt behaupten, mit Supporter, Admins, Projektleiter gibt's da, es gibt Teamleiter, es gibt Redakteure, äh, und, 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 das ist alles automatisiert, und, 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 äh, von über 100 Leuten, kann man schon fast sagen, die sich nur um dieses Projekt kümmern, und, ja, mittlerweile hat's halt durch Twitch ziemliche Wellen geschlagen, sag ich mal, weil da ein paar Leute hier sind, und haben dann dementsprechend auch den Ansturm da drüben, und sind dann halt jetzt auch so weit gegangen, dass wir einen zweiten Server aufgemacht haben, die miteinander synchronisieren, Hive-Server, nennt sich das, ein Hive-System, jetzt vor drei Wochen, glaub ich. Stark! Und das ist ein deutschsprachiges Projekt, oder was? Das ist ein rein deutschsprachiges Projekt, ähm, äh, diese Map und diese Mods, die kommen aber aus dem amerikanischen Raum, weil im Deutschen gab es sowas, äh, in der Hinsicht noch nicht wirklich, ähm, Es gibt natürlich sämtliche alte Server, das kennen die meisten so, äh, wenn man Arma-Rollplay betreibt, und, äh, wir haben uns gesagt, nee, wir wollen kein, kein altes Live, wir wollen da weg, ähm, wir wollen ein eigenes Ding machen, und wir wollen auch das so modifizieren, das wollte ich unbedingt so, ähm, ich bin auch, ich muss nicht mal erwähnen, derjenige, der halt da die Polizei und alles da mit, mit den Skins und alles mit ein paar Leuten zusammen macht, ähm, von Optik her, und wollten das halt alles sehr amerikanisch aufziehen. Ob das die Gesetze sind, die Klamotten, die Fahrzeuge, die Umgebung, alles halt. Okay. Um einfach diesen aggressiven Kopf raushängen zu lassen. Also, also könnte ich jetzt... Und Donuts essen. Und Donuts essen, ja. Ich könnte quasi jetzt zu euch kommen und euch, äh, verklagen, wenn ich mir, äh, die Lippe geschnitten hab an meinem Red Bull. Ja, 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 klar, man kann, man kann, ähm, sich einen Anwalt nehmen, es gibt eine Judikative bei uns. Ach, das auch noch? Ja, 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 es gibt, äh, mehrere Fraktionen, es gibt die Polizei, die Judikative, äh, die Medics, ähm, und, äh, das LAC, das Lakeside Automobil Club, genau, äh, alias ADAC. Ähm, und kann sich dann halt eine Fraktion aussuchen und wenn man jetzt zum Beispiel Red Bull, Red Bull, Red Bull heißt das ja, ähm, verklagen will, dann sucht man sich einen Anwalt, schreibt eine Klage, geht zum Richter, geht zum Richtergebäude, klagt die ein und wenn es so eine Person gibt, die die, ähm, Firma vertritt, dann kann man da Geld machen, klar. Gibt's schon einen Fußballverein, den Red Bull gekauft hat? Nein. Okay. Deine Chance, Levy, du kannst. Ja. Aber, jetzt mal, jetzt mal unter uns, äh, mal Butter, Butter, Fische, magst du mal ganz kurz in, in zwei Sätzen für den Laien erklären, was das überhaupt ist, weil ich glaub, bei ganz vielen Leuten ist das gerade so, äh, äh, mh, genau. Arma 3, Arma 3 ist ein, äh, Spiel, was eine Simulation, eine Militär, Militär Simulation ist, ähm, dieses Spiel wurde aber so modifiziert, ähm, und, ähm, stellt euch das einfach mal vor, was kennt jeder, Battlefield, oder? Kennt man Battlefield? Jo. Jo, glaub ja. Stellt euch Battlefield vor und, ähm, man läuft da halt in der Karte rum, man ist aber halt kein Soldat, sondern wir haben es so modifiziert, dass man in der Rolle eines Polizisten, eines Zivilisten gehen kann und dementsprechend in dieser Welt rumlaufen kann, ähm, und eine Rolle vertritt, die man da spielt. Und das läuft halt alles mit In-Game-Voice, also man spricht wirklich mit dem anderen, der vor dir steht, im Spiel, so, äh, und vertritt halt die Rolle. Und, ähm, das ist es eigentlich. Und dann kann man halt, ähm, ja, verschiedene Sachen betreiben, also man kann da anfangen zu arbeiten, Geld zu verdienen, Klamotten, äh, zu kaufen, Waffen zu kaufen, Häuser zu kaufen, alles Mögliche, alles, was so halt gemacht werden muss, um zu leben, essen, trinken, Pipi, alles. Habt ihr Pipi auch eingebaut? Ähm, hatten wir, aber kommt auch, glaub ich, wieder rein. Ach so. Aber ich glaub, das hätt ich gar nicht sagen dürfen, aber ist ja auch egal, Spoiler. Ähm, und, äh, viele verschiedene Sachen, man kann aber dann auch, äh, sich bewerben für die Polizei und kann dafür dann sorgen, dass diese Zivilisten sich an die Gesetze halten, wo es denn Gesetzesbücher gibt, Paragrafen und, 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 die man dann als Polizei wissen muss. Und, ja, dann muss man auch Polizist Ausbildung machen, um zu wissen, wie man funkt, was denn, welcher Code, was darf man machen, äh, wie wird gearbeitet, welche Streifengebiete fährt, man, und, und, und. Also, mach du, Sari. Also, das ist schon, ähm, das ist eine richtige Simulation. Das ist eine Simulation, ja. Wie viele Leute passen gleichzeitig auf einen Server? Wir haben sie im Moment auf 80 begrenzt. Danke, Bohemia. Ähm, weil die Engine von dem Spiel das einfach im Moment nicht zulässt, äh, so viele Spieler mit so vielen Mods. Ähm, ja, das lässt es nicht zu, das fängt an zu laggen, schlechte FPS, schlechte Latenzen und all sowas, und deswegen haben wir zwei Server je 80 Spieler. Aber da unsere Map eh nicht so groß ist, aber auch mehrere Städte und Landschaften, äh, äh, beherbergt, ähm, reicht das. Vollkommen. Man trifft immer Leute, man hat immer super Roleplay und, und, und. Heißt, ähm, ihr nehmt Bewerbungen an, wenn man bei euch spielen möchte? Ja, wenn man bei uns anfängt zu spielen will, dann muss man sich erstmal im Forum registrieren, schreibt eine Bewerbung, ähm, einmal wer man selber ist, und dann einmal noch in mein Abteil, welchen Charakter man verkörpern will. Sollte die Bewerbung dann okay sein, wird man eingeladen, äh, zu einem Whitelist-Gespräch, ein Team-Zweak. Ähm, da wird man dann, kommt man in eine Wardehalle, im Moment, wenn das jetzt viele hören und darauf Lust haben, ähm, muss ich euch leider die Vorfreude ein bisschen nehmen, sind die Wartezeiten teilweise bis zu eineinhalb Wochen, ähm, weil wir einfach einen riesen Ansturm haben und wird dann eingeladen, in einen Raum gezogen und dann werden die Regeln abgefragt. Es gibt Regeln im Forum, wo man sich dann registriert und die Bewerbung schreibt und die muss man dann wissen. Da wird dann auch gefragt, ähm, was ist eine Safe Zone und sowas, weil im Roleplay gibt's viele, viele verschiedene Regeln. Mhm. Genau, und wenn das passt, dann kann man spielen. Das heißt, 80 Spieler können maximal drauf, aber ihr habt viel, viel mehr aktive Spieler. Jaja, wir haben, äh, naja, alle auf einmal spielen ja nicht. Ja, ja, klar. Ähm, aber im Moment ist es so, an den Abenden und am Wochenende sind die Server beide schon voll, ja. Und wie viel, hast du eine Zahl, wie viele Leute tatsächlich drauf dürfen? Also auf der Whitelist stehen? Wie viele wir auf der Whitelist haben? Ja. Ja, kann ich mal nachgucken, ja. Vorbereitet war ich jetzt nicht. Erwischt, erwischt. Ähm, wir sind jetzt bei, na was kann man gucken, heute schon 400 Leute, ähm, bei 9000 Mitgliedern circa. Die auch gewitelistet sind für die Server? Die gewitelistet sind, ja. Naja, 9000 Leute auf 80 Plätze, das ist doch easy peasy, oder? Ja, es sind vielleicht manche nicht mehr so aktiv oder sonst was, aber ich würd mal so sagen, ähm, so täglich beim Rein- und Rausgehen so, so 400, 500 Leute sind immer jeden Tag mal im Forum und auch im TS sind meistens so 2 bis 250 Leute. Das ist sportlich. Ja, das hat, das hat schon gut Ausmaße genommen. Und, äh, wenn ihr jetzt, ihr wollt ja quasi, ich nenn's mal expandieren, dass ihr von AMA sozusagen, äh, weggeht, äh, wie habt ihr euch das da dann, äh, nachher vorgestellt? Weil in, in dem Ausmaß kennt man das ja eigentlich gar nicht mehr, oder? Diese ganzen Communities, diese Serverhosen und so, also mir würde jetzt nur Asylum was sagen und das ist ja eigentlich schon wieder was ganz anderes, also, ähm. Asylum? Ja. Das sagt mir nichts. Kennst du nicht? Das ist quasi so das Pendant in, in Amerika, die haben halt super viel so auch mit AMA zu tun gehabt und allmöglichen andere, die haben auch, äh, Battlefield-Server gehostet damals und alles möglichen Krims-Krams. Ja, bei uns hat das so angefangen, dass wir, ähm, dass wir gute Freunde auch bei, ähm, Twitch hatten und die, äh, in dem Spiel ARK unterwegs waren. Und, äh, im ARK kann man auch Roleplay betreiben und das hat sich doch schon ein bisschen geähnelt mit, mit unserem RP, so, von AMA her und das war halt nur in der Steinzeit. Dann haben wir gesagt, ja, cool, alles klar, die haben auch schon eine kleine Community, wie wär's, wir machen, ne, tun uns mal zusammen. Ähm, ja, das hat dann alles geklappt und dann sind wir eigentlich mal auf die Idee gekommen, wieso nicht eigentlich mehr? Ach, wenn wir eigentlich immer mehr wachsen, warum nicht mehr anbieten? Wenn man keine Lust mehr auf AMA hat, äh, die Leute sowieso schon auch so im Team-Squeak dann sind und, äh, andere Spiele spielen, warum bieten wir denen denn die nicht an, die wenigstens auf gute Server laufen, die geschützt sind, ähm, die immer miteinander auch dann Freundschaften bilden, die dann auch zusammen spielen können. Ja, warum bieten wir das nicht an? Und so haben wir dann angefangen mit ARK, ähm, mit, warte mal, was haben wir denn? ARK haben wir, ähm, der Projektleiter weiß Bescheid. Ja, ich bin halt ein bisschen auf Twitch ausgewandert, deswegen hab ich da nicht mehr so die Materie, aber ich krieg schon ein bisschen was mit durch die, ähm, 16 WhatsApp-Gruppen, by the way. Ähm, wie viel? 16. Ja, hätte ich alles schon verlassen. Modder, Polizei, Projektleiter, Admin und, 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 Coder, Modder, Mapper, pff, alles. Okay. Du brauchst ja schon eine Gruppe für die Gruppen, ey. Ja. Wäre eine Idee. Ja, und, ähm, ja, das darf ich sagen. Minecraft, werden wir den jetzt reinnehmen. Ein großes Projekt ist da im Gange, was wir dann zu uns holen und dann anbieten. Moddet? Ja, verschiedene Server, verschiedene Mods, ob das jetzt mit Roleplay oder sowas geht ja wohl schlecht, aber, ähm, ich bin auch nicht Minecraft, ähm, äh, ja, ich hab keine Ahnung von dem. Da kann man auch mal, äh, Roleplay, glaub ich. Ja? Ja, wir können ja mal so Projekte, äh, wir bauen eine kleine Familie auf und so und dann machen wir mal so, bauen wir unser Häuschen und, äh, fangen uns Pferdchen und so. Ja. Das geht alles. Ich baue Motorenraum. Ich weiß, glaub ich, wie ich Erde abbaue. Ja, mit der Faust. Geht das? Ja, na klar. Keine Ahnung, ich hab's noch nie gespielt. Nur lieber ne Schaufel. Oh, das ist aber, das ist aber auch echt ärgerlich. Äh, hier hat grad bei Twitter jemand gefragt, muss man einen gültigen RP-Führerschein besitzen? Ein RP-Führerschein? Wie ist denn die Definition von RP-Führerschein? Na, Roleplay-Führerschein. Braucht ihr einen Führerschein bei euch? Für das Autofahren? Ja. Ja, na klar. Muss da ein Bild drauf sein? Also, ähm, man, wenn man jetzt angenommen ist, ein normaler Burger isst, kann man sich, ähm, ein Burger, ja, ich mag Burger. Ja, wenn man Zivilist ist, in dem Staate, ähm, und zum Volk gehört, dann, äh, kann man sich einen vorläufigen Führerschein, äh, holen, der dann aber mit jedem Sonnenuntergang, glaube ich, weg ist, ja. Ähm, man kann aber auch, ähm, weil das dann oft passiert, dass der weg ist, man vergisst es, man kommt in eine Verkehrskontrolle und muss Geld bezahlen, man kriegt vielleicht Punkte und, und, und. Gefängnis, Wiederholungstäter, man weiß nicht. Und, ähm, ich knaste sie gleich ein, immer. Und, ähm, dann kann man sich auch einen Führerschein beantragen bei dem ADAC, die haben so eine Nebenabteilung und kann dann da richtig Fahrschule machen. Mit Fragebogen, Fahrtest, äh, Ampelsystem haben wir auch drauf, das funktioniert, ähm, alles nach amerikanisch, also wenn rote Ampel ist, man will rechts abbiegen, darf man fahren. Amerika, ähm, und, äh, das wird dann alles, äh, ja, wird ein Test gemacht, eine Prüfung und dann kriegt man einen permanenten Führerschein, der dann auch nicht weggeht. Außer man macht Bock, Mist. Das wollte ich nämlich gerade fragen, wenn ich den jetzt quasi mir erschleiche, äh, könnte ich dann quasi Rotrash machen und einmal ins Parkhaus fahren und das, äh, explodieren lassen und dann sagen, hey, also, Führerschein hab ich alles safe, wenn ich, äh, ich kann wieder fahren? Oder das geht dann nicht? Ähm, nee, dann geh ich hin, nimm den Führerschein und mach's auch. Ach so, das ist natürlich, äh, entzieh den. Und dann gibt's die Sperre und dann kann man den später nochmal machen. Alles klar, also ich, mach du, Sali. Nee, 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 ich hab im Allgemeinen Fragen dazu. Hau rein. Ähm, wenn man sich bewirbt für, äh, Lakeside heißt das, nicht wahr? Ja. Gut. Das kann ich nicht sehen. Entschuldigung, ich hab grad gelesen. Ich will nicht. Super. Und zwar, ähm, gibt es, äh, muss man zum Beispiel volljährig sein? Nein. Äh, man kann sich mit 16 da, äh, ähm, anbieten, sag ich mal. Und, äh, seine Dienste, okay. Mit 16 hab ich, ach nee, ja. Wenn man jünger ist, haben wir auch Ausnahmen mit 14, aber dann müssen die Eltern ins Teamspeak kommen und ihre Einwilligung geben, dass sie dieses Spiel benutzen dürfen, äh, spielen dürfen, weil das ja ab 16 ist. Okay. Und, ähm, wenn man jetzt also sich damit beschäftigt hat und man möchte gerne dahin, bekommt man jemanden an die Hand am Anfang? Weil ich stelle mir jetzt das, ähm, ich stelle mir das ja schon ganz spaßig vor, aber jetzt darfst du dann auf diesen Server, bist dann da drauf, stehst da ohne Führerschein, ohne alles und so. Äh, äh, gibt es da irgendwie einen Leitfaden, eine Questliste, die man abbauen kann, wie man ein akzeptierter Bürger wird und wie man sich an die Regeln und an alles hält? Das ist doch, das ist schon, das stelle ich mir schon kompliziert vor. Ja, ist es auch, muss man sagen, aber wenn man die schriftliche Bewerbung und das Weitwissungsgespräch hinter sich hat, hat man auf jeden Fall arme Erfahrungen. Oh, wow. Es ist nicht so einfach, weil es sind ein paar Wörter, es wird auf vieles geachtet, die Regeln sind ziemlich streng, wir sind ein Hardcore-RP-Server, nicht ein normaler Hardcore-RP, also, ähm, wenn man das schon durch hat, dann weiß man das eigentlich schon. Aber wenn nicht, dann helfen, selbst die Supporter gehen dann auch noch rein mit im Spiel und sagen dann, okay, sie sind heute mein, ähm, ja, ähm, ja, mein Zuwanderer, sag ich jetzt mal, ich bin ihr Helfer, sag ich jetzt mal, und jetzt hinnehme ich sie mal in der Hand und zeige ihnen mal alles. Wird ein bisschen gezeigt und das muss aber natürlich alles im Roleplay übertragen werden, man darf nicht sagen, geh jetzt an dieses Schild, drück die Taste, dann hast du das. Also so Big Brother, Big Sister. Genau, dann geht man ran, ja, wir gehen jetzt mal zu dem Laden und so, sag dann, ja, wir müssen in dem Haus, die können dann mit dem linken Mausmuskel oder sowas, kann man dann RP-mäßig dann, äh, vertreiben, ähm, das, äh, kaufen und erwerben. Dann haben die es in ihrer Tasche, äh, wo vielleicht ein Set draufgestickt ist, dann weiß man, ah, Set-Knopf ist die Tasche und all sowas. Das muss man halt dann so schon irgendwie, ähm, ja, mit Roleplay, äh, betreiben, so. Und, ähm, wenn man dann Sachen sagt, so, ähm, ja, lass mal Team-Speak oder ich verstehe das Spiel nicht, äh, 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 ich raff das nicht, wie kaufe ich das und, äh, ich lock mich gleich aus, das ist schon ein Banngrund. Das ist schon teilweise, oder, oder ein Supportgrund, dass sie Ärger kriegen oder eine Zeit lang einen Time-Bann kriegen oder auf die Watchlist kommen oder wenn man jetzt sagt, so, rennt zu einem hin und neben dem Namen erwähnt, ähm, mach mal das und das, ähm, kann man Ärger kriegen, weil du weißt nicht, wie der heißt. Das finde ich schon toll, ne? Das ist sehr, äh, hart. Aber viel Arbeit. Ja. Also das Ganze so am Laufen zu halten, da stelle ich mir wahnsinnig viel Arbeit vor. Das kriegst du auch sonst so nicht hin, sag ich mal. Ich bin jetzt auch das erste Mal bei so einem großen Projekt dabei, ähm, mit solchen super und fleißigen Menschen, wie wir haben halt. Und diese riesengroße, riesengroßes Team, also es sitzen, sitzen welche Nacht und Tag dran, irgendwelche Fehler zu beheben. Wir haben ein, ähm, ein System Operator, sonst was, ich weiß nicht, wie der heißt, der, der, der Posten, der automatisiert alles mit Backends. Du loggst dich ein, da werden Dokumente angelegt und die Buchhaltung, ähm, also meine Festplatte, wäre das auf meinem Rechner, wäre voll und ich hab vier Terabyte. Also, das ist schon sehr viel Arbeit dahinter und sehr viel Fleiß. Und das ist jetzt, äh, rein freizeitlich, ja? Also das ist jetzt nicht so, dass da irgendwann mal Profit oder eine Firma draus werden soll, sondern einfach nur so eine Community. Es ist eine Firma. Es läuft auf eine Firma und es läuft auf die Firma von, 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 ähm, Projektleiter. Oh, okay. Das ist rein eine Firma geworden, muss man, ist ja auch kein Geheimnis, wir stellen die Zahlen alle offen. Mhm. Ähm, kann man sich selber gucken, muss man jetzt nicht erwähnen, aber das ist alles offen, es ist eine Firma. Ähm, und, ähm, ja. Und das damit investieren wir halt auch in die neuen Server. Die haben sehr, sehr gute Root-Server, die sehr, sehr gut geschützt sind, weil wir massiv Probleme leider hatten mit DDoS und so am Anfang. Weil wenn man erstmal ins Rampenlicht rutscht und andere kommen, die vielleicht auch versuchen und leider, und, naja, dann kann man ganz schnell mal Probleme kriegen. Und wir haben sehr gute, ja, Root-Server und kosten natürlich auch einiges, ne? Das ist aber echt schön zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen, also, dass, dass, dass sich das so durchsetzt. Ähm, wie lange ist das jetzt schon, äh, am Laufen, hattest du das gesagt? Ein Jahr, anderthalb? Ähm, angefangen hat es im Dezember 2014. Mhm. November 2014, Dezember. Und ich bin im Januar 2015 hinzugestoßen. Das ist echt schön, also, das hört man gerne. Ja, also, das wird das... Da war die echt schon lange der Boy. Ja. Und du machst, du machst selber nichts anderes. Also, ich mein, du hast ja jetzt gesagt, du musst ja jetzt zu Twitch gehen und du stehst nur Arma. Genau, ich bin da, bin da reingegangen, ich hab da wirklich nicht vorgestreamt oder sonst was. Hab dann da angefangen mit Polizei, bin da meine Rolle gewesen. Hab dann, ähm, ganz davor, ähm, ohne Twitch einen eigenen Server betrieben. Ähm, altes Life, wo da draus kam, diese Modifikation. Und hab da damals die Autos, äh, angemalt. Mit Paint so. Toll gemacht. Was, wirklich mit Paint? Ich hab, auf meinen eigenen Server hab ich mit Paint gemacht, ja. Aber die sahen, die sahen super aus. Die sahen super aus, echt. Und, ähm, dann hab ich denen das angeboten. Und da ich eh so ein Fan bin von amerikanischer Polizei und sowas, ähm, hab ich gesagt, komm, ich bewert mich da halt mit fürs Server-Team als, ähm, Designer. Und hab dann so die Autos entworfen. Die Skins, die Klamotten, die, äh, ja, die Autos, die Klamotten und all sowas. Und bin dann damit halt, äh, reingerutscht in die Leitung. Monat für Monat. Und Projektleiter irgendwann. Hoch, hochgeschlafen. Ja, das kann man ja so jetzt nicht sagen, dann mit dem Schlafen. Nee, ich hab viel, viel Zeit investiert. Irgendwann hab ich gesagt, okay, jetzt läuft's. Es sind viele neue Leute, die da hinzugekommen. Wir sind ein viel größeres Team, die können Arbeit übernehmen. Ich will mich auf Twitch konzentrieren. Und das hab ich dann so im Sommer angefangen, äh, zu machen. Dass ich mich dann nur auf Twitch konzentriere. Und jetzt bin ich ein bisschen halt fürs Design noch. Mit anderen auch. Jetzt bin ich alleine. Mit anderen, äh, zuständig. Und halt für die Streamer bei uns auf dem Server. Die sich dann auch bewerben. Okay. Also machst du jetzt quasi die, die Twitch-Geschichte dann. Twitch-Geschichte und so ein bisschen Polizei. Und weil ich bin ja auch da noch Commissioner. Es gibt 13 Ränge bei der Polizei. 1 bis 13. Und du bist 13, oder? Hm, 13. Der Air Conditioner, sie nennen sie mich immer. Okay. Also du bist quasi der Chef, der das ganze Polizei hat. Ähm, 13 ist ein Rang, der über zwölf ist. Das ist richtig. Aber da sind... Ja, warte, ich war doch nicht fertig. Naja, 13 ist über zwölf, ja. Wenn man vorwärts zählt. Mhm. Und, ähm, das ist der Rang, der jetzt, ähm, früher die Polizei gemacht hat, viel gemacht hat, aber doch so eher... ...ein Alterskamerad ist, sagt man. Und der Rang zwölf, das ist der Schief, der ist aktiv in der Polizei und, ähm, am Machen und am Tun und hat die, eigentlich genau die gleiche Befehlshabigkeit wie Rang 13, so. Ja. Also das ähnelt sich gleich, nur wir machen eigentlich nichts. Der Schaukel nur. Okay. Und sagen, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Also Diensteinteilung und sowas? Ja, genau. Ja, nee, ich sag, du machst die Diensteinteilung. Ach so. Also noch ein höher. Also du machst die Diensteinteilung, du machst das, du machst das. Die können aber auch mittlerweile alleine entscheiden, wo wir nicht viel sagen. Bei großen Entscheidungen, wo denn was geändert wird, da sagen wir dann nochmal was mit. Wie ist denn das, wenn du in Urlaub gehst? Also so Realitätsurlaub. Ja. Was ist dann? In AMA. Deswegen bin ich Rang 13. Als Rang zwölfer könnte ich das kaum machen, weil da ist so viel Verantwortung und musst immer da sein und machen. Und da haben wir halt, äh, den Rang zwölfer, der vertritt uns dann. Oh, cool. Der vertritt uns dann. Oh. Oh, wir, 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 das kriegen wir hin. Wir haben vollstes Vertrauen, die, die Rang zwölf, also neun, zehn und zwölf. Das ist, ähm, wird euch jetzt nicht viel sagen, Deputy Chief, Essence Chief und Police of the Chief, Chief of the Police, so rum. Ähm, und das ist die Polizeiführung und, äh, das sind insgesamt fünf Leute, die kennen wir schon auch seit, teilweise ein Jahr und da haben wir vollstes Vertrauen und die gaukeln das super und Hammer und wir haben WhatsApp nebenbei im Urlaub und gut ist, wenn ich mal im Urlaub fahre. Wollte ich gerade sagen, wann, wann, du bist ja, machst du das jetzt so mittlerweile, äh, bist du da Vollzeit involviert oder Jobst du, du arbeitest doch nebenbei noch oder nicht? Ich arbeite nebenbei noch. Äh, schlafen? Warte mal, ich hab mich lange nicht mehr gesehen, das Wort. Ich suche mal, ne, schlafen, äh, ähm, wird gemacht. Ich bin nebenbei noch, äh, am, ähm, Bus fahren, tut, tut. Ja. Äh, und, ähm, aber ich habe demnächst vor, doch den Schritt zu wagen als Fulltime-Streamer. Ja, und das dann mal auszuprobieren. Nice. Man ist ja jung, ne? Naja, du nicht mehr ganz so, aber, das ist ja, ich meine, du bist schon Mitte 20, also. Was denn? Was möchte, du hast ja, ja, bitte? Nee, ich hab nur nach oben gezeigt. Warum? Du meinst Salih? Du hast gerade auch Salih gezeigt, ja? Das ist das. Das ist das. Nein, nein. Ich meine, das ist die Lektion bei Schiff. Ich meine, gerade bei Schiff. Das letzte Mal Saski sich jemand gewagt hat. Ja, 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 ich hab das extra nicht so wie bei Skype gemacht. Bei Skype ist das anders bei mir. Du hast gerade auf, okay, Salih, jetzt ist es raus. Tee hat gesagt, du bist alt. Freundchen. Ich find dich. Wow. Buchsehude ist nicht groß, hab ich gehört. Doch, zwei Millionen Metropole. Ich find dich. Ich hab Freunde da. In Buchsehude? Ja. Richtig gut. Nee. Und wisst ihr von wann? Von Dark Edge auf Camelot. Oh. Ist wirklich so, hab ich Freunde oben in Buchsehude. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber wenn du jetzt so, ich meine, wir können ja mal so generell so darüber sprechen. Ich meine, Salih, jüngst auch Partnerin geworden, ja. Du gehst ja jetzt quasi auch schon den Schritt dann so als Fulltime sozusagen. Du steigst da quasi richtig ein. Denkt ihr, dass ihr nebenbei noch irgendwie Freizeit habt? Viel? Also auch du jetzt, ähm, speziell, hätte ich einfach mal gefragt, also, ich meine, ihr seid ja... Nein. Darf ich kurz... Nein. Ich denk mal nicht. Aber weil man auch eigentlich, ähm, wenn man sich selbstständig macht, sollte man das lieben, was man macht, glaube ich. Und ich liebe das, was ich machen will. Und, ähm, das ist nicht das, dass man Freizeit extra verzichtet, weil man es gerne verzichtet, weil man es machen will. Ja. Meiner Meinung. Ja, und manchmal sollte man sie sich trotzdem mal nehmen, damit die Liebe nicht verloren geht. Wow. Ich hab ja meinen Jürgen. Wen hast du? Jürgen. Jürgen, der Feuerwehrmann? Ja. Und der hilft... Was? Was spielt der für eine Rolle, wenn ich fragen darf, im Stream? Der setzt die Liebe, die mir fehlt. Okay. Hallo Jürgen. Hm. Aber wie bist du, wie bist du denn jetzt, äh, das ist auch so ein schönes Thema, wie bist du denn jetzt darauf gekommen? Ich meine, wir haben, das würde sogar zu, 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 äh, ähm, zu einer Frage passen, was haltet ihr gerade von Twitch, ja? Also von der Situation, wie es nun, äh, gerade läuft. Äh, und du, du, du entscheidest dich ja quasi in der, äh, ich sag mal, in der schlechtesten Zeit, in so, seitdem ich das kenne, seit drei Jahren entscheidest du dich dazu, oder ihr beide, mehr oder wenig, ich meine, Sani ist ja schon so involviert, aber, äh, in den, in der schlechtesten Zeit dazu, das Vollzeit zu machen. Geht ihr, äh, geht euch so ein bisschen der Grund, also, so, der Arsch auf Grundeis? Möchtest du zuerst? Ladies first. Ah. Ich hab noch was gut zu machen. Die alte Schabracke darf zuerst, danke schön. Ja, das ist nett. Nee, mir geht ja gar nicht, der Stift. Ich bin da, äh, tiefenentspannt, wenn ich mir selber Panik mache, oder, oder, ähm, mir Stress mache, mir merkt man das sofort an, mir merkt man das an Gesicht, an Mimik, an Verhalten. Und, und so, und, nö, mir geht da nicht so schlimm, aber ich habe ja auch, äh, die Regie, ne, also, von dem her, hab ich's da sicher, äh, leichter. Ich stehe nicht alleine da, mein Mann, äh, arbeitet, und, ähm, also, muss mir da keine Sorgen machen, dass ich, äh, morgen kein Katzenfutter kaufen kann, wenn's mal gerade schlecht läuft, oder wenn jetzt der Frühling und der Sommer kommt, und die Leute eventuell lieber draußen sind, als, äh, Twitch zu schauen, ne. Das merkt man ja oft im Frühling und Sommer, dass es ein bisschen weniger, äh, Zuschauer sind, als im Herbst und Winter. Ähm, ich kann da, ja, so viel Gedanken mache ich mir da nicht. Ich hatte dich, du bist dran. Darf ich? Okay. Ähm, ich muss ja sagen, da bin ich einfach mal ein bisschen rebellisch eingestellt. Ähm, ich hab immer das gemacht, was andere wollen, jetzt will ich das mal machen, was ich will, und wenn's nicht klappt, dann klappt's nicht, dann hab ich Pech. Ähm, ich glaub nicht, dass es in, äh, wenn's nicht klappt, im halben Jahr keine Busse mehr fahren. Und, ich, einfach machen. Auch wenn das Wort, äh, manche nicht mögen, aber YOLO. Jo, fickt gut. Aber, ja, du hast dich gut vorbereitet, also, du hast dich das gut durchdacht, ne? Ja, ich, genau. Ich hab mir da, ähm, ich hab mir Erdnüsse in die Wacken gesteckt, in die, äh, in die Wangen. Das ist wichtig. Und, äh, und, äh, hab ein halbes Jahr Zeit, dann, das, äh, neue Erdnüsse zu pflücken, und dann, wenn's nicht klappt, dann klappt's nicht, wenn's klappt, dann klappt's. Das ist das Vernünftigste, glaub ich, was man machen kann, ne? Jetzt mal so generell daraus eine Frage resultierend, die geht aber an alle, damit wir so mal darüber sprechen. Gerade bei dir, äh, Tay, jetzt, ja, du spielst ja immer dasselbe, okay? Okay, also immer, egal wann du guckst. Ich mein, du bist da drin ein Fachmann, will ich gar nicht sagen. Äh, 5.500 Stunden. Wie viel? 5.500. Okay, also, du machst ja wirklich nichts anderes, ja? Und jetzt mal, Slappy, du hast ja auch eine ganze Weile nur Minecraft gespielt. Äh, Salih spielt nur auf der PS4. Ähm, mehr konnte ich nicht anbringen. Das zählt ja nicht. Aber kommt euch das, äh, kommt euch das nicht irgendwie mal aus den Ohren raus? Also, habt ihr nicht mal das Verlangen, was anderes zu streamen? Ja. Ja. Nö. Ja. 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 Aber wie, wie ist, wie ist so das innerlich? Habt ihr denn Angst, irgendwie was anderes anzumachen? Oder sagt ihr denn so, nee, dann hab ich nicht mehr meine 5 Zuschauer. Dann schaff ich das mit der Partnerschaft nicht. Nein, Spaß, aber, ähm, Slappy, du bist ja, machst du dir da Gedanken drüber oder machst du einfach irgendwas an? Ständig. Aktuell sowieso. Ich warte momentan darauf, dass Sky Factory 2.5 rauskommt. Hab einfach momentan das Problem, dass ich einfach nicht weiß, was ich genau spielen soll. Weil ich kann, also, ich hab manchmal das Problem, ich weiß nicht, ich fühl mich nicht so gut im Stream, wenn ich andere Spiele spiele, außer halt die, die ich schon streamen kann. Also, Minecraft oder halt diese, diese Technik, ähm, Sachen, ne? Also, Space Engineers und, und, ähm, Faktorio und sowas. Da fühl ich mich einfach zu Hause. Da kann ich dir einen 8-Stunden-Stream wegklatschen und die ganze Zeit quatschen. Wenn ich aber dann so, so Story-Spiele oder sowas spiele, das merk ich zum Beispiel, ich hab häufig schon versucht, irgendwie so Zelda oder sowas zu spielen im Stream. Aber da geht mir, da geht mir tatsächlich der Asch auf Grundeis, weil das ist einfach was, was ich nicht kann. Ich kann's spielen, aber ich kann's nicht streamen, sozusagen. Das ist was Neues. Und das für jemanden, der jetzt hier schon seit anderthalb Jahren, ähm, auf Twitch halt unterwegs ist, ist das halt so ein seltsames Gefühl einfach. Weil wenn du gerade anfängst, dann ist alles neu. Wenn du aber jetzt schon tatsächlich so lange hier bist und dann plötzlich es sich irgendwie anfühlt, als wär's was Neues, dann ist es halt komisch. Und ich persönlich muss sagen, ich würd am liebsten momentan noch nicht mal irgendwas spielen. Weil ich, mir persönlich, ich hab momentan das Problem, dass ich eigentlich, also ich hab zum Beispiel die letzten zwei, drei Tage keine Lust zum Spielen. Ich hatte aber Bock zum Streamen. Und das ist mein Problem. Das heißt, ich möchte irgendwie ein Content darbieten, der aber vielleicht mal ein bisschen weggeht vom Spielen und mal irgendwo anders hin. Aber da hab ich wieder das Problem, da muss man sich auch wieder trauen. Und, ähm, also ich mach mir auf jeden Fall Gedanken. Ähm, es ist noch nichts, äh, Greifbares bei rumgekommen. Ähm, also ich würd gerne irgendwie mal Musik machen im Stream oder sowas oder halt, ne? Weil das ist was, was ich auch kann eigentlich, ähm, aber... Ja? Ja. Gern wir jetzt? Elektronische jetzt, oder? Nee, eher so hier. Oh! Halt Gitarre oder so halt. Ich hab mir sogar schon, ähm, Rocksmith gekauft. Ach, das ist auch schon wieder schwierig. Das würde zumindest dieses, dieses Gitarre spielen mit, ähm, Stream verbinden. Aber das muss ich auch erst mal lernen, wenn ich jetzt einfach das anfange zu streamen, ohne zu wissen, wie es wirklich funktioniert. Es ist dann auch schon wieder ein bisschen komisch. An sich würde ich hier am liebsten mein Keyboard hinstellen und einfach bei so, bei so, ähm, elektronischen Musikprogrammen irgendwie so, so Videospielmusik oder sowas einfach, äh, selbst halt komponieren oder so. Problem ist, ich besitze halt kein, kein vernünftiges Programm, mit dem man das machen kann. Ähm, also ich besitze sie, aber sagen wir mal, ich darf sie nicht streamen. Könnt ihr euch selber was draus machen. Also ich, ne? Wie Polen, wie der. Ne. Fängt mit L an und hört mit I-N-S-N aus. Ja, deswegen, ich kann's nicht streamen. Ähm. Von daher, ja, absolut. Ja. Ja, bei mir ist das, äh, gar nicht, also ich kann in die, ich kann einfach, und es muss jetzt nicht mehr auf der Konsole sein, es gibt so Kleinigkeiten, die ich mal auf dem PC spiele oder eventuell dann später auch mal auf anderen Konsolen. Solange ich einen Controller in der Hand habe oder eine Tastatur und eine Maus, kannst du mir jedes Spiel vor die Nase setzen, da kann ich, da rede ich, da gehe ich drin auf, da habe ich vielleicht mehr Spaß oder weniger Spaß drin, weil es mir mehr oder weniger liegt, aber solange ich zocken kann, ist alles super, weil ich das einfach mega, mega gerne tue. Aber, wenn man mich jetzt in die Küche steckt und ich da einen Kuchen backen soll, muss ich sagen, das war jetzt das, wovon du gerade, glaube ich, gesprochen hast, Slebi, dass man sich da nicht so, das ist für mich eine ganz, selbst das Häkeln, was wir in der Community gemacht haben, weil ich irgendwie hier in dieser Position war, war in Ordnung. Solange ich hier sitzen kann oder einfach meine, ich habe ja auch schon mal woanders gestreamt, aber solange ich das hier habe, kann ich mir auch, okay, man darf die Füße nicht zeigen, aber könnte ich mir auch an den Füßen spielen und würde mich dabei wohlfühlen. Aber stehend in einer Küche, das ist so, oder jetzt nicht, weil es die Küche an sich ist, sondern das fühlt sich für mich so wahnsinnig fremd an. Das ist, ähm... Das merkt man gar nicht. Ja, nö, da hat man nicht gemerkt. Absolut nicht. Aber der Kuchen war trotzdem lecker. Ja, der Kuchen war mega. Aber es ist, das ist so, ähm... Ich habe das, das war ein Plankenschnack letztes Jahr, wo ich das, glaube im Oktober oder November, habe ich das mal gesagt, November, dass ich gesagt habe, dass ich das eventuell gerne machen möchte. Und jetzt, äh, hatte ich ja die Möglichkeit, äh, es mit Dizzy zusammen zu tun. Aha. Kochen. Warte, 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 warte. Kochen. Kochen und backen, bitte. Kochen und backen, bitte. Man. Man. Ja. Und es war, ähm, ja, das ist schon, weiß ich noch nicht, ob ich das nochmal mache. Das ist, äh, echt so, meine Komfortzone, gar nicht. Und, und dann, nee, 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 ich weiß nicht warum. Ich bin mit mir selbst zufrieden. Es ist jetzt nicht, dass die Leute sagen, oh, Sally, du hast so komische Füße oder so. Die sehen wir jetzt die ganze Zeit. Das ist gar nicht das Problem. Was hast du mit den Füßen? Der hat sich auch gerade schon an der Füße rumgespielt, ja? Oh Mann, ich bin so angesteckt, ich muss mir an den Füßen spielen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich so viel, äh, Feedback auf meinen Feedback bekommen habe. Also ich kann bestätigen, du hast jede Füße. Ja, hab ich. Ja. Auf alle Fälle. Es ist halt echt, ähm, wenn man nicht mehr so in seiner Komfortzone ist, was du wahrscheinlich da nicht bist mit, äh, bestimmten Spielen, bin ich, sobald ich diesen Platz hier, wenn ich das Ganze hier machen könnte, wäre es wahrscheinlich besser. Also ich musste feststellen, dass meine Komfortzone die ganze Welt ist. Also mir ist das echt egal. Also ich hab das letzte Mal, äh, als ich unterwegs war jetzt, ähm, zu dir, Sari, ich hab echt überall mich hingestellt, hab die Kamera rausgeholt, das ist mir völlig egal. Also ich stell mich überall, bl 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 bl, das Doofe ist nur, dass so viele Menschen daraus rumlaufen und deswegen kann man das immer nicht benutzen. Aber so? Aber beim allerersten Kochstream warst du nicht ein bisschen? Nö. An, an, doch, es ist, es fühlt sich schon sehr anders an, weiß ich nicht. Vielleicht, weil, ja, nee, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Festgefahren. Ich bin halt ein Gewohnheitstier. Ich auch. Aber ich muss, ich muss wirklich sagen, ich hab bei dir schlechter gespielt als bei mir. Also das kann ich bestätigen. Warum? Du hast mich abgelenkt oder so. Ja, eben, wahrscheinlich. Oder der Stuhl oder irgendwie sowas, aber, äh, das hat ein bisschen, war ein bisschen anders. Bist du nervös? Ich, ich bin nirgendwo nervös, mir ist das egal. Mir ist das wirklich Wurst. Wenn irgendeiner was von mir will, dann geht das einfach ab, dann. Seid ihr, seid ihr echt alle nervös bei sowas? Ich bin schon nervös, wenn ich, äh, im Bus sitze und mich guckt einer an. Nee, das ist nervös. Ich weiß auch nicht, wie ich hier auf Twitch gelandet bin, aber. Keine Ahnung. Das Kochen, da war ich schon sehr nervös. Das ist, ich hab das auch nicht aus dem Kopf gehabt und dann, und dann ist das auch nicht, das ist, äh, hm, keine Ahnung. Aber zurück zum Eigentlichen, zu der Frage. Ich mein, für dich, Tay, du bist ja ja, für dich ist das ja jetzt wirklich ein großer Schritt, ja? Wenn ich mir jetzt überlege, ich mein, ich bin den Gang ja früher auch gegangen, so wie du, ja? Und hab mir dann gesagt, puh, äh, Selbstständigkeit, mh, wir spielen nur Minecraft. Und ich hab halt, erzähl einfach mal, ich kann ja meine Gedanken dann später teilen. Du hast ja schon. Ich hab ja erzählt, was ich vorhabe. Die Frage ist jetzt, willst du jetzt deine, 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 deine ganze Selbstständigkeit durch nur Arma spielen? Willst du nicht mal was anderes machen? Nein. Ach ja, wir waren ja. Das war die, das war ja die Frage. Genau. Ich hab schon wieder vergessen. Ähm, nee, eben nicht. Die Frage war ja, habt ihr Angst, was anderes zu spielen? Genau, eben, ja, ich will was anderes spielen, aber ich habe Angst. Beziehungsweise, ich kann mir teilweise den Chat dann nicht mehr antun. Das tut weh. Ähm, du fühlst dich da, also, ich versuche jetzt, nebenbei andere Spiele zu spielen, an Zeiten, wo sie kein Arma erwarten. So. Und, äh, versuche das dann halt irgendwie so zweigleisig aufzubauen und dann auch, äh, auf einer anderen Plattform via Videos aufzubauen mit anderen Spielen. Wo man dann irgendwie eine andere Fanbase oder eine andere Community nebenbei noch mit aufbaut, die auch andere Spiele gern sehen möchten. Weil wenn ich jetzt abends, wenn die Server voll sind, GTA spielen würde, dann wäre der Chat-Rip. Also, dann würde ich, äh, 50% von den Leuten würden dann nur noch flamen. Robo 9000. Over 9000, sowas von. Nee, nee, Robo 9000. Ach, Robo? Ja, die Chat-Option, dass, ähm, alles, was nicht gut ist, nein, gut, kann man das sagen, rausgefiltert wird. Genau. Und, ähm, deswegen ist das ein bisschen schwer, wenn man, also, du hast es klug gemacht, du hast früh genug damit angefangen, viele verschiedene. Ich mache das seit über einem Jahr auf einem Spiel und das ist jetzt halt mein Nachteil. und, ähm, das Schwierige da dran. Das sehr Schwierige. Ja. Ja. Äh, ja. Nee, ich, also, das Ding ist halt, ich habe das früher, als ich das gemacht habe, ne, also, bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, habe ich mir das überlegt und habe gesagt, will ich das wirklich die nächsten zwei, drei, vier Jahre nur noch da spielen? Hm. Und dann habe ich in mich reingeguckt und habe gesagt, das ist ja voll ungespielt dann. Und, äh, habe irgendwann gesagt, okay, wir gehen jetzt den Weg von 500 Zuschauern, Minecraft, auf, mal gucken, was übrig bleibt, und, äh, und ziehen durch. Ähm, ich sage mal, es ist ein, äh, also, ich sage mal, bei dir zum Beispiel, oder, bei Leuten, die ein festes Spiel haben, die haben eine Konstante, hm, also, du kannst sagen, okay, ich mache an und ich habe tausend Leute da, so, als Grundzahl, ja. Als, ähm, Variety-Streamer, wie wir drei das sind, hast du echt, das ist wie Achterbahn fahren. Also, das ist schon ein Erlebnis, muss ich sagen. Den einen Tag hast du 300, den anderen 150, vier, fünf, dann hast du tausend, das geht immer so. Aber, wie geht ihr damit um? Ihr habt ja bestimmt auch welche im Chat, die sagen, nee, mach, ähm, weiß nicht, du spielst jetzt, ähm, GTA, hattest du ja auch, glaube ich, eine Zeit lang, und er sagt, nee, spiel jetzt, äh, Dark Souls, oder spiel, äh, was spielst du noch? Andere Spiele. Ähm. Hauptsache, vorhin, äh, vorhin, noch mal kurz Anekdote, vorhin hat er mir gesagt, ja, also, ich gucke, Nils, bei dir gucke ich ja schon, da habe ich ja noch nicht mal einen Twitch-Account gehabt, ne? Was hast du sonst noch so gespielt? Dark Souls, GTA, also, ich gucke super oft bei dir zu, ich weiß, was du spielst, ja? Okay, gut. Ich, 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 ich habe Arma geguckt, und wie du es nicht mehr gespielt hast, habe ich nicht mehr zugeguckt. Siehst du, du bist, ja. Ich bin genau diese Person, ja, klar, aber ich nehme es denen auch nicht übel. Ich auch nicht. Versteht ihr das? Ja. Ich nehme es denen nicht übel, wenn die sagen, die wollen das nicht sehen, ich kann das verstehen. Ich meine, ich mache nicht den Fernseher an und, und, äh, zwinge mich, äh, ein dreibuchstabiges Programm anzugucken. Weißt du? Oh, das ist frech, das ist frech jetzt, da gibt es nämlich mehrere von. Da kann man sich jetzt eins aussuchen. Also, denkt euch was aus. Sat.1. Und, ähm, will das, was ich sehen will. Äh, ne? Gucken, das, was ich sehen will. Sonst ist es bei Twitch und, ähm, das ist halt eher die, die Hürde von den Streamern, dass sie das hinkriegen, da andere Leute zu begeistern. Ja. Ich bin nervös. Du, ganz ehrlich, nimmst du als Plattform, also, sprich dich aus. Das ist gut, dass man, äh, sowas mal anspricht, denn, äh, ich denke, viele können gar nicht das so, so nachvollziehen, was da innerlich in einem vorgeht. Also, man, dass man dann irgendwie so in der Ecke getrieben ist und irgendwann, äh, sitzt man da wie Bambi in der Ecke. Oh Gott. So ungefähr, ja, aber. Entschuldigung, das war nicht Bambi, das war irgendwas anderes. Das könnte eine Dark Souls-Figur gewesen sein, die Feuerwelle spuckt, Entschuldigung. Das war ein drogenabhängiger Bambi auf Entzug. Ja, wahrscheinlich. Aber, wie man... Ja, aber es ist halt, es ist halt so, ne, du, du gewöhnst dich einfach an eine Zahl und, und dann brauchst du deinen Fix einfach. Und, äh, das ist halt so, man, 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 am Anfang denkt man sich, oh, zehn Zuschauer, das ist super viel, das ist voll geil, und da hast du nur fünf. Und dann denkst du, und dann irgendwann hast du halt 50, und wenn's dann wieder 30 sind, dann denkst du dir auch, oh, traurig. Und man vergisst dann halt schnell, das sind halt einzelne Menschen, die einem dann halt, selbst bei 30, halt immer noch zugucken. Und, 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 das sollte einen eigentlich immer noch ehren. Und, ähm, es ist aber schwierig, es ist sehr, sehr schwierig. Naja, man gewöhnt sich ganz schnell. Genau. Und man will immer mehr. Immer. Ich hab da die zwei verschiedenen. Sorry? Nein. Ladies? Doch? Doch. Nein, jetzt red doch zu Ende. Nein. Ich mach das in zwei verschiedenen. Oh, jetzt hat sie grad angefangen und du redest wieder. Okay, Sally, leg los. Genau, Tay. Ich, ähm, Ich mach das, ähm, ein bisschen auch mit dem Abend und Tag. Also, ich hab ja meinen, meinen, meinen Haupt-Stream, der einfach, ähm, vormittags anfängt und dann bis in den Mittag hinein. Und wenn jetzt gerade nicht irgendein Mega-Hype-Spiel ist, wo ich, äh, zwölf, dreizehn Stunden und einfach die Zeit vergesse, dann hab ich noch den Abend-Stream. Und Abend-Streams spiel ich, äh, oh, mal richtig Gurken. Ne, da sind auch weniger Leute da, da ist es meistens sehr, sehr knuffig, da können sehr, sehr kleine Zahlen da, und das steuert mich dann auch nicht. Dafür ist der Abend-Stream dann auch da. Da kann ich dann den Goat-Simulator mal spielen, ne, und rennen als verrückte Ziege umeinander, so richtig, ja, genau. Ja, genau. Ähm, so ist das, äh, so handhab ich das so ein bisschen. Das geht dann. Ich rechne damit dann schon automatisch, dass am Abend einfach weniger los ist. Wenn dann mal viel los ist, äh, bin ich überrascht. Aber, äh, so hab ich das dann meistens. Abends gemütlich und am Tag normal. Also, ich sag mir immer, die Leute sollten niemals wegen dem Spiel da sein. Ein Release-Day ist immer ein Scheiß-Tag. Release-Day ist immer scheiße. Release-Woche ist scheiße. Weil da hast du eigentlich so, sag ich mal, du nimmst Leute mit, aber es ist echt schwer für die Nerven. Zum Beispiel, als Variety-Streamer. Und was ich mir irgendwie die letzten paar Wochen, Tage so überlegt hab, weißt du was? Eigentlich, Tizzy, kannst du mal ein gepflegtes Häufchen auf alle Spiele machen. Alles. Weil die Leute, du musst die Leute mitnehmen in das Spiel. Du bist dafür zuständig, ob sie's mögen oder nicht. Früher und bis heute gibt's Menschen, die kaufen sich Spiele, weil ich sie gespielt hab, weil sie's lustig finden. Wahrscheinlich gibt's auch mittlerweile schon Menschen, die Dark Souls lustig finden, obwohl's nicht mal lustig ist. Aber aus der Not heraus machst du halt irgendwie, versuchst du das Beste draus zu machen. Ich denke nicht, dass man, also ich denke, das ist meine Erfahrung jetzt über die letzten paar Jahre, dass man den Menschen das mitgeben muss, dass du ehrlich zu ihnen bist und sagst, hey Leute, ich weiß, das ist jetzt hier nicht der Burner, das ist wahrscheinlich nicht das Spiel, was ihr jetzt wahrscheinlich, äh, sofort gucken würdet. Aber gebt dem Spiel doch einfach mal eine halbe Stunde, 45 Minuten eine Chance und guckt's euch einfach an. Das sag ich vorher. Ich nehm mir auch die Zeit und erklär das halt und dann lege ich erst los mit dem Spiel. Und, äh, Ich glaube, dass sehr viele schon sehr viele Goldstücke, äh, gesehen haben, die sie so gar nicht, äh, spielen würden. Und davon gibt's echt super, super viele. Und, ähm, ich denke, dass, dass sich einige davor verschließen und irgendwie immer in ihrer, ihrer Schiene so drinnen bleiben und aber gute Sachen verpassen. Also wirklich sehr gute, sehr gute Stories oder sehr lustige Spiele und das ist immer schade. Und, äh, Ich denke, also ich denke, als Streamer sollte man keine Angst haben davor, das auszuprobieren, sondern sollte sein, sein Charakter so weit hingehend, äh, als, als, äh, Variety ausprägen, dass man sagt, Jo, ähm, ich nehm, ich nehm die Leute mit und nicht das Spiel nimmt die Leute mit. Und ich sag mal, äh, zum Beispiel Deertale würde ich auch gerne zugucken, wenn du mal was anderes spielst. Da bin ich ganz ehrlich. Weil ich zum Beispiel kann jetzt nach ein paar Stunden einmal kann ich es nicht mehr sehen. Aber was anderes, ich würde zum Beispiel, ich würde, ich würde das richtig edel finden, wenn du dir jetzt mal, äh, meine Lieblingsperle nimmst und die einfach mal zockst. und dann gucken, wie du, Wolfenstein, The New Order, die einfach mal, einfach mal diese Perle nimmst, egal zu welcher Uhrzeit. Ich würde mir das, im Pass Broadcast würde ich mir das angucken, wenn ich kann, sogar live. Aber wenn du dir einfach mal so eine Perle nimmst und das mal zockst und mal gucken, was du da draus machst. Ich hab das, ich sag das zu vielen Streamern. Kein Headset auf, oder leise drehen. Ich weiß nicht, mein Schreikounter müsste langsam auf fünfstellig sein, weil ich immer bei solchen Spielen, wenn mich irgendwas erschreckt, manchmal mich sehr feminin anhöre. Ja, aber das ist halt, ist doch gar kein Thema, aber sowas ist doch cool, das ist doch lustig. Aber das macht dich doch aus. Ja eben, wollte ich gerade sagen, das ist doch, so sind doch auch deine Rollen aufgebaut um diese, um dein Verhalten. Übrigens, wo Herr Taylor es gerade gepostet hat, ihr könnt bei Twitter, wenn ihr möchtet, könnt ihr Fragen stellen unter Hashtag Plankenschnack. Also falls ihr irgendjemanden was fragen wollt oder alle vier, dann haut rein bei Twitter und stellt eure Fragen. Wir gehen da sehr gerne drauf ein. Aber jetzt bei euch generell, wie ist denn so der Plan in naher Zukunft? Also was habt ihr denn so aktuell auf dem Schirm, was jetzt kommen wird? Aber nicht nur, nicht nur habt ihr, auch schon mal überlegt, irgendwas anderes zu machen, weil das mache ich gerade zum Beispiel. Ich versuche sehr viel außerhalb von diesem ganzen Gaming zu machen. Also ich habe wirklich sehr viele Ideen, die ich umsetzen möchte, so dass die, dass die Woche mehr oder weniger so, naja, so halb-halb wird, ja, halb, außerhalb von, von nur Gamen und dann Gamen noch dazu. Habt ihr auch so Pläne für euch? Außerhalb vom Gaming? Sali? Nee, nee. Nein. Okay. Ähm, außerhalb vom Gaming jetzt, äh, so auf die grobe Art nicht, nee, ähm, Vlogs vielleicht, sowas. Aber auf jeden Fall, Spiele, äh, habe ich mir auf jeden Fall jetzt, ähm, welche ausgesucht, wo du halt, ähm, mit anderen, ähm, bekannten Gesichtern zusammen was machen kannst und, äh, The Culling zum Beispiel will ich die nächsten paar Folgen machen und auch streamen und, ähm, halt einfach andere Spiele, einfach machen. Und ich werde Wolfenstein spielen. Ist das, gibst du mir die fünf, gibst du mir die fünf drauf? Okay. Wenn du mir das, ich mach das, äh, das würdest du gerne mal sehen, dann mach ich das. Ich nimm mir das. dann auch so, egal um welche Uhrzeit und was der Chat sagt, ich mach das. Oh, das guck ich mir auch an. Oh, das ist so gut. Du kannst, meinetwegen, wenn du möchtest, du kannst das auch für YouTube aufnehmen, das wär mir auch egal. Du musst das nicht streamen, aber ich würd gerne sehen, wie du die Perle spielst. Mach ich. Okay. Sagst du mir vorher Bescheid? Das ist das Neueste jetzt, ne? Oder wie heißt das? New Order, ja. New Order. New Order? Ja. Das schafft dein Rechner auch in schön, also. Wow. Ja, was denn? Ich mein, du hast doch so ein High-End-Super-PC. Das war ja jetzt nur... Was? Nee. Das ist voll die Gurke. Ja, genau. Ja, okay, gut. Nein, mach ich. Safe call. Okay. Ich freu mich drauf. Wenn das, äh, wenn das passiert ist, dann, äh... Ich bring dir... Du, pass auf. Wenn du das machst, ja? Ja. Dann bring ich dir ne Tupperware mit selbstgemachten Curry auf die Gamescom. Nee. Ist doch, ist versprochen. Doch. Okay. Ey, pass auf hier, ich geb dir die 5 drauf, das machen wir. Verdammt, das hört sich voll gut an. Okay, das machen wir. Gut. Awesome. Gut, dann haben wir ein Deal. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und ich will das warm haben. Das willst du warm haben? Ja. Ja, das... Und am Arm klemmen. Ich setze mich drauf. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Nein. Gut. Hier kommt zum Beispiel auch ne sehr schöne Frage noch dazu von, äh, Schramo bei Twitter. Und zwar, ähm, wurde geschrieben, aber wie geht ihr mit dem, äh, Spiel mal XY, wann kommt XY wieder, äh, Spam um? So wie mit jedem Spam, oder? Also, ich ignoriere es oder, äh, zeige halt den Mittelfinger. Ja. Echt? Ja. Ich hab aber, also, ich will das sowieso bei mir mehr durchsetzen, diese Finger-Mentalität. Also, die Mittelfinger-Mentalität. Ach so, Mittelfinger, ja. Ja. Also, keine Ahnung. Ist halt Spam. Das ist halt, ähm, wenn du nicht sehen willst, was ich spiele, dann schalt halt ab. Und wenn du nervst, dann fann ich dich halt. Aber die Leute dürfen mir ja auch ihren Mittelfinger zeigen. Da hab ich ja auch nichts gegen. Das mein ich halt mit der Mentalität. Ja. Jo, ich sag dann einfach, kommt drauf an, was ich gerade mache. Wenn ich gerade bei einem Boss bin, dann mach ich, hehehe, wann gibt's was anderes? Niemals. Nein, aber ich sag dann einfach, sag ich, jetzt spielen wir das und danach, äh, kommt, nee, ich wiederhole, immer und immer wieder. Ich hab damit kein Problem. Normalerweise, wenn ich so meine Grund, ne, meinen Grundgeist, äh, habe wie sonst, warum spielst du das? Weil es mir gefällt. Gefällt es dir nicht, das tut mir leid. Vielleicht kannst du woanders vorbeischauen. Heute Abend gibt's was anderes oder eventuell, was spiele ich da gerade 100 Prozent in drei Wochen? Schau nochmal vorbei. Ja, ich bin da, hm, Darüber rege ich mich nicht auf. Das ist vergoldete Mühe und vergoldetes. Da, da mache ich mir schlechte Laune und bevor ich mir schlechte Laune mache, antworte ich ganz einfach, nö. Und wenn es dir nicht gefällt, manchmal sage ich, frage ich, ob sie sich die Finger gebrochen haben, wenn sie reinkommen. Okay, das ist dann schon, wenn ich schon ein bisschen mit dem Auge zucke, sage ich, die kommt hier rein und dann brechen sich die Leute die Finger, weil sie sagen, äh, könntest du mal was anderes spielen, das will ich nicht sehen. Wenn du das nicht sehen möchtest, dann musst du halt ausschalten. Da oben ist ein X, draufklicken und, äh, vielleicht kommst du ja mal vorbei, wenn, wenn, wenn dir das Spiel nicht, wenn, wenn ein anderes Spiel da ist, was der mir zusagt. Ne? Ich bin relativ entspannt. Bei dir, Tee, muss das ja abgehen, oder? Wenn du schon sagst, dann ist der Chat, äh, voller, voller Hate. Also ich sag mal so, ich hab ja nicht das Problem mit den Spielen, Spielen und was anderes und so, ich hab das Problem mit den Rollen und mit den Fraktionen. Und, äh, mittlerweile ist es so, dass ich wirklich eine große Base hab, die da mitmacht und antwortet mit viel Sarkasmus. Von wegen, äh, kommt rein, sagt, spiel mal den Inder und wir spielen grad Polizei. Dann sagen wir, du, der Inder ist gebannt, für immer. Nie wieder. Nie wieder. Und dann kommen die ersten, was, wieso, und, äh, und dann machen die mit, ja, der ist gebannt, wegen dies, das, dies, das und so und dann, ich verarsch die dann. Weil, wenn die mich verarschen, verarsch ich die. Und, äh, damit, äh, erzeuge ich keine Madness für mich, weil ich sauer werde, sondern hab Spaß noch dran. So mach ich das einfach. Larkasmus. Und verarschen. Also, bei, bei mir ist es seit, seit jüngst Ignoranz. Mir ist das echt egal. Also, ich sag, ich sag den Leuten immer, egal, also wirklich, wer, wer auch immer da vor mir steht, und sagt, also, ich hab selbst Subscriber, die schon mindestens anderthalb Jahre da sind, die zu mir sagen, spiel was anderes. Ich denk, sie meinen das aus, aus Spaß, ja, aber ich setz mich dann hin, guck kurz in die Kamera, und dann spiel ich einfach weiter, weil, ich mein, ganz ehrlich, ich hab jetzt schon Menschen, ich hab Dark Souls noch nicht mal abgeschlossen. Ich hab's noch nicht mal fertig, und Leute sagen, oh komm, kannst du nicht mal was anderes machen? Ich hab zwei Tage Dark Souls gespielt, zwei, ja, ich liebe dieses Spiel. Und, äh, ich dachte, also, innerlich denk ich mir dann schon, Mann, wie gerne würde ich jetzt aber, und dann, Schmetterling-Effekt ist das jetzt momentan so, und dann, oh, da ist was viel Interessanteres, und dann denk ich mir so, ach, lass die Leute faseln. Ganz ehrlich, deswegen, also, ich sag mir das, dann bin ich lieber positiv eingestellt, ignoriere das, als dass ich denen dann irgendwie, äh, weiß ich, irgendwas vom Pferd erzähle. Weil ausmachen tun sie von alleine, und wenn sie rumspinnen, bannen die Mods die. Und da die Mods das dann für mich machen, haben sie, pass auf, das ist die Regel. Mods, wenn die was bannen, sind sie zufrieden und glücklich, weil sie haben was zu tun. Bannmeilen sammeln, bringt irgendwann Payback-Punkte, bei Real. Das werden wir noch einführen. Und ich, bin die Ruhe selbst, weil ich mir dann so denk, yes, geil, meine Mods, die haben was gebannt. Uh! Und ich so, hey cool, ich muss mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Ähm, das sind einfach so Sachen, wo ich mir sage, ähm, bei mir sind Good Vibes, wer Bad Vibes haben will, der kann, den hier nehmen und einfach gehen. Und, äh, es funktioniert eigentlich ziemlich gut, und ich bin damit zufrieden. Also mir ist das, ähm, wie bei allen anderen Sachen auch, völlig wumpe, was die Menschen sagen. Weil, also ich predige das immer in meinem Kanal, ich möchte Toleranz haben, ich akzeptiere jede Meinung, solange sie vernünftig geäußert wird, und, äh, niemand wird dadurch verurteilt. Es gibt Themen, worüber man nicht spricht, Politik und so eine Käse, aber so darf jeder äußern, was er, was er will, und dafür hab ich mir dann aber auch die Toleranz verdient, dass ich machen darf, was ich möchte. Ich toleriere sie, sie tolerieren mich, und fertig ist dann. Und wer damit nicht umgehen kann, der darf mit den Mod spielen gehen. Einmal ein nettes Stück Schnitzel an die Hacken, und dann geht's los. Lauf vor dem Hammer weg, so schnell du kannst. Ja, ich denke, damit fährt man ganz gut. Hier ist noch eine Frage für dich, Tay, wenn ich dir die ganz kurz mal reinschmeißen darf, weil die ist eigentlich so eine Ja-Nein-Frage. Äh, du bist ja ein Lakeside-Badass-Cop, nimmst du zwischendurch mal Sachen mit ins Real Life, dass du die dort auch spielst, und dann die nächste Frage ist, kompensierst du irgendwie Sachen, die du im realen Leben nicht machen konntest? Ähm... Leute erschießen. Nein. Also, zu dem Bears-at-Cop, ähm, dass ich gewisse Träume auslebe, eher nicht so. Also, ich hab viel Spaß an, ähm, ähm, äh, gar nicht so, Entschuldigung. Äh, gar nicht so. Ich hab einfach mega viel Spaß, sich in Rollen reinzustellen, einfach mega viel Spaß, ähm, Richtung Schauspieler einfach irgendwie ein bisschen ausleben zu lassen, so, es macht einfach Spaß. Ähm, und, ähm, im realen Leben, ob ich da jetzt, ähm, Sachen aus meinem RP mache, ja, leider, ungewollt teilweise, sehr, bei manchen Personen sagen ich schon sehr nervig, aber, ähm, das geht manchmal irgendwie nicht raus, wenn man zehn Stunden am Tag teilweise da irgendwie sowas macht, und, ähm, muss nur zwei Stunden abends zu einem Kollegen, äh, ist es sehr schwer, das irgendwie manchmal zurückzuhalten, bei irgendwelchen Antworten mal irgendwie so ein, äh, ja, Gelächter vom Inder, oder, irgendein Spruch, den man aufgeschnappt hat, oder sonst was, ähm, das lässt sich fast nicht vermeiden. Aber bei vielen kommt's gut an, auch im Real Life. Also, ich hab immer die Erfahrung gemacht, ich glaub, das geht den anderen auch so, ich übernehme ja meine Sachen sowieso mit aus dem Stream, weil das ist ja nur mein Leben quasi, ich mein, ich hocke hier gefühlt gar nicht lange vor dem PC den ganzen Tag, und, äh, also ich glaub, wenn ich vor die Haustür gehe, was hab ich jetzt wieder gemerkt, äh, als ich bei Salih war, das ist genau so ein dummes Gequatsche. Also, das... Ja, aber das ist ja nicht nur das eigene, das Schlimme ist, dass man, dass ich mir halt von anderen Streams, die ich dann viel, ne, ich laufe seit Wochen rum und mach, ho, 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 Kissi, 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 ja, genau. Ich, ich kann nichts dafür, das ist gerade, das passt halt in so vielen Situationen, ho, 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 und dann kommt dieses Kissi, kissi automatisch zurück, und dann kommt noch Boom, Shaka Laka, Ich kann's nicht, das hab ich nicht unter Kontrolle, ne? Ich hab auch irgendwas von, äh, Teil, die ganze Zeit, das ist irgendein Lachen, das ist mir irgendwann aufgefallen. Das indische Lachen. Hallo! Ja, genau. Genau dieses, das, das geht bei mir irgendwie, das ist, äh, ja, wo ist dein Lebkuchen gehaust? Ja, gut. Ja, das ist, äh, das passiert automatisch. Ich, und ich find das nicht schlimm. Wenn meine Mutter mich dann komisch anguckt, oder die an der Kasse, und ich mach, ho, 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 interessiert mich nicht, ich hab Spaß. Also, so, das ist halt, ich weiß nicht, Slevi, ist es bei dir auch so, oder? Also, man geht auch so, wie so, vor die Tür, um Spaß zu haben. Also, bei mir, komischerweise bei mir ist es halt eben nicht so. Also, ich, ich dachte, als ich angefangen hab, ich hab ja die Geschichte schon tausendmal erzählt, ich hab ja angefangen zu streamen, einfach, weil ich frei reden lernen wollte. Also, quasi quatschen, ne? Weil ich das vorher halt nicht so gut konnte, in der Uni irgendwie, einfach dieses frei reden, oder in der Schule damals, oder wo auch immer. Und deswegen dachte ich, wenn ich anfange, den ganzen Tag irgendwie, acht Stunden am Tag irgendwie, am Quatschen bin, dann überträgt sich das halt ins Leben, aber es ist gar nicht so. Ich, das ist, ich, ich schalte diesen einen Charakter dann ab, mit dem Stream, und dann bin ich wieder der, 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 der stinknormale Jakob halt, äh, im RL. Das ist irgendwie, was denn? Was denn? Ja, stinknormaler Jakob. Äh. Den interessiert sowieso keiner. Ja, ja, eben. Ja, dann lass das einfach... Aber das ist ja auch schön so. Ich find das schön so. Oder nicht? Also... Zali, weißt du, was mir grad einfällt? Kennt du die Twitch-Frage? Im Auto? Mit Fenster runter, bei der Frau? Wegen... Nein. Ich hab, ich hab, weil, als wir in, in der Schweiz waren, ne? Hab ich gesagt, äh, das, äh, als ich dann gefragt hab, kennen Sie Twitch? Da bin ich Star. Also, wenn du jemanden anquatscht, ja? Quatsch den, du babbelst den einfach voll, ja? Und am Ende sagst du so, kennen Sie eigentlich Twitch? Und wenn sie ja sagt, ja, ich bin Star. Und dann gehst du einfach weiter, ja? Und das war, ich war ohne Witz, ich war kurz davor, das zu machen, äh, die Fensterscheibe roten zu lassen und, äh, einfach meinen rauszuhauen, ja? Aber das hatte, das, das passt halt einfach so, äh, das sind so, so Sachen, die sind lustig, die nimmt man einfach mit raus, man ist ja, also ich bin draußen auch so wie drin, im Stream. Ja, der Dizzy hat später auch, ho, 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 so ein, zwei Mal gemacht. Ho, 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 das geht automatisch. Aber das ist auch, weil ich im, im Stream so bin, wie, wie ich, ohne Stream bin. Ich muss mich nicht bemühen, ich, ich muss mir nicht, ich muss nicht, ich bin einfach, hi, ne, hab ich gut, yay, ich bin immer so. Das ist wirklich kein, es ist kein Unterschied, ich, ich muss mich nicht motivieren oder, oh, jetzt muss ich lustig sein, ich, ich bin einfach verballert manchmal und ein bisschen durcheinander und, und manchmal vielleicht etwas tollpatschig oder mir fallen Wörter halt nicht ein oder ich sag Wörter falsch, das ist im, das sind die Strebergärten und das heißt halt alles so und das ist halt meine Welt. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Nicht als wir an den schönen Strebergärten, ich hab eigentlich drauf gewartet, dass da irgendwas kommt. Nein, das ist mir nie aufgefallen. Ich kann da nichts für. Ich bin einfach, ich bin wirklich so, wie ich bin. Ich muss mich nicht bemühen. Ja, und ich hätte halt ein Problem, wenn ich auf der Straße plötzlich jemand anfangen würde, zu erklären, wie Faktorio funktioniert. Als ob dich, ganz ehrlich, Slebi, jetzt wirklich unter uns, ja, als ob dich irgendwer auf der Straße anquatscht und frei wie Faktorio funktioniert. Naja, eben nicht. Das meine ich ja. Das interessiert ja eben draußen keinen. Ich gehe ja nicht auf eine Party und alle wollen sich mit mir bei Faktorio unterhalten, sondern da geht es halt um andere Dinge. Klar, quatsche ich mit den Leuten darüber, dass ich streame und das ist ja alles gut. Aber dann kommen halt eher Fragen, ja und was machst du später damit? Da gehst du hin, schnappst sie den, stellst sie daneben und sagst, dann pass mal auf jetzt, hörst du mal, jetzt machst du mal die Randatten auf und dann sagst du hier, jetzt geht eine Stunde los, Monolog. Wehe, du hörst mir nicht zu. Und wenn du das danach nicht verstanden hast, machst du noch einen Kreuzchen-Test. So würde ich das. Ich weiß gar nicht, warum scheut ich das? Nein, nein, mich scheut das nicht. Das meine ich nicht. Ich sage nur, dass ich im Stream etwa leicht jemand anderes bin als außerhalb des Streams. Ich glaube, das ist normal. Also bei mir zumindest ist es normal. Jeder Mensch hat verschiedene Charaktere, die er halt in verschiedenen sozialen Situationen ausspielt. Ja. Wow. Das stört mich jetzt. Also wir kennen dich gar nicht. Du bist gar nicht Jakob. Okay, gut. Jetzt nagelt mich hier nicht an die Wand. Jetzt hast du es gemacht. Alle haben sich geäußert. Ja, also wir sind im Real genauso wie hier und du der Einzige. Nö. Also ich bin draußen Jakob. Und ich habe kein Problem damit, das zu behaupten, ehrlich gesagt. Weil das ist halt so. Also klar stelle ich manche Dinge für einen Stream anders, als wenn ich mich jetzt mit meiner Mutti unterhalte. Okay. Echt? Ja, ich zeige dir jetzt nicht so häufig den Mittelfinger wie jetzt im Stream. Machst du das im Stream? Äh, im übertragenen Sinn. Aha. Im Real Life kann man nicht bannen, ist das Problem. Doch, doch. Das geht auch. Gefängnis kann man, glaube ich, ja auch. Ja, okay. Mach Paragraf 3 Absatz jetzt. Wollen wir mal zur nächsten Frage? Jo. Äh, wir haben nämlich echt viele. Danke, Leute, dass ihr die ganzen Fragen stellt. Da kommen gerade richtig viele rein. Äh, Boggi, deine Fragen. Ich bin mal kurz. Ja. Kurz zu zu. Boggi, deine Fragen, äh, die beantworten wir nicht, ja. Die sind nämlich sehr, äh, privat. Ich glaube, die stellst du eigentlich immer nur mir. Aber sie sind lustig. Also, ihr solltet übrigens mal von Tanzen im Bockwurst bei Twitter die Fragen lesen. Die sind lustig. Ähm. Wie geht ihr zum Beispiel mit Hatern um? Ähm, warte mal. Wie geht ihr? Wie geht ihr mit Hatern um, die dann zum Beispiel auflauern oder vor der Haustür stehen? Hat das schon mal einer gehabt? Ich meine, ich war bei, ich war bei Sali. Ich war bei Sali. Ich durfte sogar rein, also. Ich hatte einen Brief im Briefkasten. Nein. Echt? Wirklich? Habe ich auch damals gezeigt live und, ähm, auch auf Facebook, da war ich noch nicht auf Twitter gepostet. Da war ein Blatt Pia mit einem Inder und einem Polizisten drauf gemalt, wo drauf steht, herzlichen Glückwunsch. Im Briefkasten. Und ich habe keine Ahnung von wem. Wie ich Geburtstag hatte. Okay. Ach so, aber kein Hate. Nee, nee, kein Hate. Boah, ich habe schon gedacht. Aber es ist trotzdem irgendwie, äh, woher weiß der, wo ich wohne. Und vor allen Dingen, wie kommt der in diese Briefkasten? Weil bei mir muss man durch eine Tür, dann sind es die Briefkasten und dann kommt man erst zu den anderen Türen. Ja, na gut. Da klingelt man unten und sagt, hallo, ich bin die Ingeburg und ich wollte jetzt zu der, die Helga, nee, können Sie mal die Tür aufmachen? Die Helga, die Hölle, 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 Ich finde es schlimm. Also, ich habe nie gesagt, wo ich wohne. Ich habe es zwar mal gezeigt live, aber ich habe es nie gesagt. Ich habe es gezeigt live, natürlich. Du hast es gleich gezeigt. Oh, nee. Da warst du doch auch dabei, oder? Ja. Es ist mein Geburtstag-Stream. Nee, ja. Wo ich nach der Tanke bin. Ja. Wo mich ausgesperrt hat. Ja. Und mit dem Hausmeister noch wachgeklingelt und alles und so mit Skype-Übertragung. Ja. Genau. Kurz danach war der Zettel drin. Ja, dann wunderst du dich? Na gut, dann ist ja... Ja, aber das war dunkel. Ich wusste nicht, dass man es so gut erkennt. Warst du betrunken an deinem Geburtstag? Es war dunkel. Darf ich nicht sagen? Ich bin zur Tankstelle gefahren. Ach so, also ja. Na gut. Nein. Nein. Nein? Ja, ach so. Ja, nee, warst du nicht. Nee, nee. Okay. Ja. Aber sonst? Also, außerhalb vom Stream, abgesehen von PNs, auf allen möglichen Dingern. Nö. Bin ich jetzt mit Hate eigentlich noch nicht toll, toll, toll in Berührung gekommen. Also, bevor mir jemand irgend so ein Creep vor der Tür steht, dann rufe ich die Polizei. Ach so, und was ich tun würde, ja, ich rufe Stefan, ich habe einen Baseballschläger immer an der Tür stehen. Oder so. Also. Und rufe die Polizei. Ich fackel da nicht lange rum oder diskutiere da, warum magst du mich nicht mühsen. Da soll sich bitte die richtigen Leute drum kümmern. Warum liebst du mich nicht? Sali. Ja, ja. Also, ich habe schon viel gekriegt. Hä? Ja. Ja, aber jetzt außerhalb von PNs und sowas? Nö. Ach so. Aber ich glaube, also ich sage mal so, ich glaube im Realen, wenn sie mal sehen, dann glaube ich sagen sie nix. Weil im Stream sehe ich ziemlich klein aus, glaube ich. Die größten Hater im Stream sind im realen Leben sehr, sehr still. Ich merke das ja beim Busfahren. Ich werde es ja öfters angesprochen. Und wenn das auch Hater waren oder so, oder könnte ja sein, aber die sind so schüchtern, die trauen dich zuerst gar nicht anzusprechen. Oh Gott, hey. Ja, genau. Die sitzen dann vorne in der ersten Reihe so und gucken immer rüber. Und dann, letztens hatte ich einen, er holt dein Handy raus. Äh, ja. Mal wieder einmal installieren. Schön laut gesprochen. Ich wäre hörig geworden. Und dann hat er genau über unser Lakes halt geredet und so. Und dann sage ich nur, ja, du weißt, wer ich bin. Ja. Extra so laut gesprochen, dass er traut mich nicht direkt anzusprechen, aber hat so getan, als wenn er mit irgendeinem telefoniert, darüber zu reden, dass ich das drauf anspreche. Anspringen. Ja, das ist halt, äh, keine Ahnung, das muss ja auch nicht unbedingt ein Hater sein, aber... Ich sag mal, also ich sag mir immer so, ich behandle jeden mit Respekt, solange, äh, wie's geht. Ansonsten banne ich ihn einfach und sag ihm das ja nett. Aber, also ich meine, ich hatte, ja, da waren schon lustige Situationen dabei. Also ich meine, ich wurde schon als Nazi betitelt. Äh, was hatten wir noch alles, als dummer Mensch, Hartz IV, ach, da war schon alles dabei. Aber ich glaub, im realen Leben, im realen Leben spricht mich keiner an. Aber das ist ja auch normal hier auf Twitch, ne? Das ist eher Neid, weniger Hate, würd ich jetzt mal sagen. Ja, keine Ahnung, also oder, oder Hate, Neid, das ist ja alles das Gleiche, so mein ich das. Ist ja eh alles dasselbe. In dem Sinne. Also auf Twitch, ja. Ne? Also als PNs und so, ja. Ja, aber ich glaub, das ist hier relativ, ähm, angenehm, noch gegen YouTube oder so. Ich glaub, das ist da wesentlich schlimmer. Weil die da viel anonymer sind. Ja, hier wollte ich grad sagen, das ist halt größer, ja. Aber was, was willst du machen, ist ja auch nicht bei der, bei der Wild, also. Oh, ich muss grad lachen. Der Typ, der sich die Frau in den Stream geholt hat. Witz, 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 witz. Schreibt der Doktor. Ja. Ach so, ja. Da muss ich, darf ich das kurz, die Anekdote erzählen? Klar. Ich war ja bei Salissa Belladonna, äh, letzte Woche. Und ich hab das Gefühl, dass alle Zuschauer von mir sehr eigen sind und Salissa, oder einige Salissa nicht mögen. Und so kam ja wirklich jemand rein, der schon sechs Monate Sub war bei mir, hat dann geschrieben, wow, wie weit bist du runtergekommen, dass du dir eine Frau in deinen Stream holen musst. Und dann sitzt du da und denkst dir so, okay, hast du die letzten sechs Monate nur Blumenkohl in den Ohren gehabt? Also, ich predige, also ich predige wirklich Toleranz. Sehr, 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 sehr intensiv, ja. Und dann, wow, du holst dir eine Frau in deinen Stream. Und dann, äh, sitzt du wohl, äh, dann sitzt du echt da und denkst so, okay, wie lange bist du schon hier? Und dann kommt so sechs Monate Sub. Wow. Und dann müsst ihr erst mal so sprachlos und denkst dir so, oh, okay, naja. Ich glaube, also letzte Woche hätte ich ihn noch den Kopf abgerissen. Jetzt denke ich mir so, ja gut, auf Wiedersehen, tschüss, dann guck halt nicht zu. Also, es ist schon sehr kurios, was manche, ähm, so sich, sich herzaubern. Also, ich hab, ich hab ein Foto von dem Gesichtsausdruck, den er dann in dem Moment gemacht hat. Aber was gut ist, ich hab ja von, das, das nehm ich auch gleich mit, weil ich das sehr schön finde, weil man darüber sehr schön lächeln kann. Ich hatte das vorhin ja schon erzählt gehabt, äh, ich plane mir eine Katze zu holen und, äh, ich möchte mir halt eine vom Züchter, äh, kaufen, sozusagen und hab halt gesagt, hey, die soll's sein, sollte halt ne reinrassige Katze sein, ja, also, ne, wie vom Züchter halt ist. Da hat dann jemand auch, äh, angefangen, naja, dann sind wir ja hier schon wie bei den Ariern, wa? Dann, äh, du Nazi, das kam dann auch noch dazu. Nur, weil ich mir eine Katze kaufen wollte und dann hab, ja, äh, das ging dann richtig, äh, heiß her und dann ganz viele Leute mit angesprungen und dann sitzt du wirklich so vor Dark Souls und denkst dir so, alter Vater, ihr habt echt in eurem Leben nichts Besseres zu tun, als so ne Jauche in eurer Freizeit von euch zu geben und das ist dann so, innerlich denkst du so, Mann, also wir könnten uns jetzt tot argumentieren und, äh, ich würde dich dann verbal zernichten, aber lass uns lieber Dark Souls spielen. Also sowas hatte ich auch schon, das ist, also da könnte man wirklich so ein riesiges Best-of draus machen, also, da sind sehr lustige Sachen dabei. Mhm. Ja. Also wer, wer möchte, ihr könnt ja eure, habt ihr da, habt ihr so, so Begegnungen, an die ihr euch noch erinnert? Also ich hab da echt einige. Die größten Highlights hast du gerade aufgezählt, das ist so, das sind gerade die frischesten, wo ich irgendwie mit involviert war. Äh, Oh, oh, warte, 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 ich hatte was, warte, warte, was war denn das? Ähm, ich habe irgendwas gespielt gehabt und dann hieß es, weil ich ja immer gesagt hab, ja, wenn die Partnerschaft kommt, dann kommt's ja halt und dann halt nicht, dann machen wir halt weiter so, die wird, es ist ja kein, wir kriegen das schon irgendwann hin. Und dann hatte ich irgendwas, ähm, gespielt und dann hieß es gleich, aha, hab ich als PN dann bekommen, aha, jetzt auf einmal ist das dann doch auf einmal wichtig, ne, tu mal hier mal richtig schön, oh, oh, also es ist eigentlich egal, was man tut oder eben, ob ich zu Nikolaus, frohen Nikolaussonntag wünsche und mich streamen, mich im Stream nicht anmachen kann, am Sonntag, weil ich, weil ich, glaube, in meinem ganzen Leben zweimal sonntags, abgesehen vom blanken Schnack, ich streame sonntags nicht, ja, es ist Nikolaus, du bist doch Miss Weihnachten, weil ich einen Weihnachtsbruch im Hintergrund habe, du bist doch Miss Weihnachten, warum streamst du nicht am Nikolaus, ja, und der Community hast du auch nicht alles Gute zum Nikolaus gewünscht, hier, Twitter, Facebook war gar nichts. Apropos, seit wann hast du mir eigentlich nicht mehr guten Morgen gewünscht auf Twitter? Liebes, ich war beschäftigt, die letzten Tage zugeleitert. Kaum ist die Partnerin, schon ist sie beschäftigt. Wie schleifen wir da, wie schleifen. Die feine Dame. Ah, ich bin schick abgehungen. Egal was, Trägst du deine Tasche jetzt auch nur noch auf dem Unterarm? Nee, weißt du, wie fackig das ist? Es ist voll anstrengend. Ja, ich müsste mal ein bisschen trainieren. Nö. Nee, ja, so halt, ne? Schlebi, hast du so ne schöne, äh, schöne Sache? Ja, letztens, aber ich hab, bei mir kommen halt nicht so viele Leute halt vorbei und dann fallen halt umso weniger Leute halt ab, die Idioten sind. Deswegen, aber klar hat man auch. Ich hatte ja letztens den einen, der, ähm, gebannt wurde, weil er mir gesagt hat, wenn du nicht gespoilert werden willst, musst du halt zu YouTube, äh, gehen und nicht auf Twitch streamen, wo ich halt in Rage war und der mich dann einfach diesen Tropfen auf den heißen Stein gepackt hat und dann bin ich einfach böse auf ihn geworden und dann habe, habe ich ihn halt weggeschickt und dann hat er mir geschrieben, äh, ähm, ich werde jetzt immer dir zugucken und bei der kleinsten, äh, beim kleinsten Fehler melde ich dich sofort und dann wirst du gebannt von Twitch. Und das fand ich aber witzig. Hab ich einen Screenshot gemacht, auf Twitter, äh, gepostet, hab da ganz viele Likes dafür bekommen und dann hab ich die Sache gegessen. Du, gar nix, Tee, oder? Nee? Ich hab da nicht so, äh, nö, eigentlich nicht. Aber ich hab, nö. Ich hab die Frage vergessen. Wir waren gerade, wir waren gerade bei Hedden, so die jüngsten Ereignisse. Du solltest vielleicht weniger nebenbei machen. Ich bin am gucken bei Twitter, nach den Fragen. Ach so. Deswegen, ich hab aber nebenbei, was war jetzt immer die Frage? Willst du mich jetzt verkohlen, oder was? Die Frage war, ob du jüngst ein Ereignis oder dein liebstes Ereignis mit deinem Hatern? Mein liebstes Ereignis mit meinen Hatern? Ja. Das wird ja im Team eigentlich alle zehn Minuten erfrischt, sag ich mal, ne? Echt, ja? Ja, klar. Also im Moment ja. Aber wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen drüber geschnackt, dass der Chat so ein bisschen lustig geworden ist bei, ähm, Arma, Guter Morgen, Ladiana, ähm, und es ist teilweise sehr anstrengend und, ähm, wenn die Leute gebannt werden, man hat auch wie bei Slappy eben schon erwähnt, kurzer Zeit später dann wieder eine Nachricht, mi, 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 und dies und das, entweder drohen sie dir oder sagen, Entschuldigung, kommt nie wieder, dann entbannst du die vielleicht, weil du gutherzig bist und dann kommt wieder so eine Scheiße und, äh, das geht immer weiter, also, ähm, sind aber alles jüngere Menschen meistens. Ja gut, das ist halt Arma, ne? Speziell eine Situation mit einem, kann ich, äh, so nicht machen, also, gibt's mal einen, also, klar hat man schon E-Mails gehabt, da waren sogar Morddrogen mit drin und wenn ich die seh, ich bring dich um und so, du, du F-Punkt-Punkt-Punkt, du dummer H-Punkt-Punkt-Punkt, was weiß ich und all so eine Sachen, aber, ähm, die klicke ich, anklick, Mülltonne, anklick, Mülltonne. Dann hörst du ja abends fast gar keine PMs mehr, war? Doch, doch. Gute noch, oder, also? Ich muss meine Sekretärin fragen, wie viele sie bearbeitet pro Tag. Nein, ähm, natürlich, da kommen auch viele, viele, viele PMs, die das einfach wieder alles überbacken, weil da einfach viel Lob und viel coole Sachen drinstehen, die einen wieder motivieren und daher, ähm, scheiße, ich hoffe, die Hater. Das ist gut. Ich meine, ne, du musst es halt so sehen, ähm, der IQ-Durchschnitt liegt bei 100, das heißt, 50% aller Menschen haben einen IQ unter 100. Wenn du da nicht polarisierst, äh, dann hat man ja irgendwann irgendwas falsch. Also, ja, ihr habt ja auch ein bisschen einfacher, sag ich mal, ne, teilweise. Ich meine, wenn man da öffentlich präsentiert wird, so eine Gestalten, sag ich mal, wie ich oder auch andere Personen, ähm, die haben es dann in diesem Wischen mehr angreifbar, sag ich mal. Wie meinst du? Und, ähm, wegen deinem Job oder was? Nö, wegen, auch mal wegen Optischen und so oder wegen Verhalten. Gleich, wenn du eine Frau bist. Was? Ja, oder wenn du mal eine Frau bist, wenn du mal dicker bist, wenn du, äh, eine Zahnlücke hast, äh, wenn du, was weiß ich. Oh Gott, na, jetzt hör mal auf, Junge, ich hab gelbe Zähne, die, das ja Honig ist noch, äh, heller dagegen, ja, ich seh dick aus, ich hab ein Bart, das ist mir doch alles scheißegal, dass die Leute auch quatschen. Ja, aber damit häufen sich die PNs, weil die einfach mega oberflächlich sind und, äh, das sind meistens welche, die gucken fünf Minuten rein und hauen, äh, so eine Nachrichten raus, wenn die gebannt sind, noch eine PN und dann Tschüss. Ja, aber ist doch locker, ist, also für mich ist das, für mich ist das, äh, wunderbar, weil daraus kann man Witze bauen. Ich meine, ich nenn mich nicht umsonst die Speck-Elfe. Ey, Marc, weißt du, also, lass die Leute doch reden, was willst du? Also, für mich ist das immer so, äh, Zunder, so Asche, da kann man, du weißt gar nicht, das wunderbare Objekt Duden, es liegt immer auf dem Tisch, du kannst da draus, alter Vater, du kannst da draus, nee, doch, du schlägst das Ding auf und dann baust du seinen kompletten Satz auseinander und am Ende unterm Strich in der Summe ist das der totale Müll, den er geschrieben hat und deswegen hat man Duden auf dem Tisch. Das ist geil. Und dann setzt du dich dahin, machst du deine Lesestunde, setzt dir deine Lesebrille auf, nee, dann klappst du die ein bisschen runter, so, liebe Kinder und dann schlage ich hier, ich hab ja schon Wörter notiert, nee, und dann mach ich hier auf, hab ich sogar extra markiert mit Stift und dann, hier kommt dann so oft Hurensohn und dann lese ich mir vor, was hier Hurensohn heißt und dann erklär ich ihm das und dann stimmt er halt so, stimmt ja dann nicht. Und dann sind die Leute ganz ruhig. Hab ich noch nie gesehen bei dir. Dann sind die Leute ruhig und fertig ist. Also für mich ist das edel, also, das ist, ich geh da immer sehr locker mit um. Und oberflächlich, ja, draußen sind auch alle oberflächlich. Lasse doch reden. Die Leute wollen unbedingt über deine Nachbarn reden. Gibt's da einen Grund für? Ja, warum? Das ist, das sind auch so, ganz ehrlich, ich seh das ja, von wem die kommen, Ad, ne, auf Twitter und das sind genau die Leute, die bei mir, sich halt über ein Jahr auch zugucken und ich weiß ganz genau, wo drauf die rausspielen wollen. Ja, ja, eben, ich hab auch schon irgendwie so gemerkt, da war mal ne Geschichte mit irgendeinem Nachbarn. Ja, das war letzte Woche, da hat's halt geklingelt, wie ich nachts ein bisschen den Ende aufgedreht hatte in der Woche und dann stand die Polizei da mit dem Nachbarn wegen Verdacht, wegen häuslicher Gewalt. Punkt. Nein. Doch. Während des Streams. Wegen des Roleplays, oder was? Ja, ich hab hier rumgeschrien, Sachen, Geräusche gemacht und, und, äh, Sachen rumgeschmissen und, also, drum und dran und, äh, dann waren sie da. Weil es so laut ist, dies, das, verschiedenen Stimmen und, äh, ich hab hier auch schon ein paar Mal den Nachbarn nachts wach gemacht. Dann hab ich mir eben inkludiert, er hat anscheinend irgendwie mal einen Wiesenstil dagegen geholtert oder so. Und diesmal standen dann die müde Polizei da. Ja. Und dann musst du dir das erklären, musst du dir die reinlassen, hab dir das alles gezeigt, was es ist, Rollenspiel und so. Was, habt ihr hier einen SM-Keller oder was? Hey, was machen sie da? Zeigen Sie mal die Frau her, hier die Peitsche, die da hinten hängt. Ja, ja. Weil das waren auch Situationen, wo ich rumschreibe mit einer Nein, verdammt, und schlag mich nicht und dann hab ich auf den Tisch gefoltert und so die ganze Zeit und, ja, dann schatten sie vor der Tür. Nein, Herr Wachtmeister, keine häusliche Gewalt, nur Rollenspiele. ich bin alleine. Ich bin alleine. Mit mir. Aber das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist auch eine Frage bei Twitter, was die Nachbarn sagen. Ja, deswegen haben die das auch gespielt. Coole Geschichte eigentlich. Ich frage, also ich frage mich immer noch, wann es bei mir losgeht. Ich habe das Salih letztens gerade erzählt, also ich bin, ohne Witz, ich bin jeden Morgen bin ich heiser. Jeden Morgen. Was? Ich bin jeden Morgen bin ich heiser und ich bin so froh, dass ich einen Kompressor mir gekauft habe, weil ich schreie so unfassbar viel und gerne rum. Ich habe bei Dark Souls, glaube ich, ich habe es schon hingekriegt, in einem Spiel so laut zu schreien, dass ich nach dem Stream Kopfschmerzen hatte. Also, dass mir hier vorne auf der Stirn alles gepocht hat, so, aber nur, weil es so viel Spaß macht, ja, und, also, mein Mitbewohner hat mir erzählt, er kann mich unten auf der Straße hören, ich wohne im vierten Stock, okay, also, ich warte nur, bis meine Nachbarn mal vorbeikommen und Hallo sagen. Also, mal sehen. Ich glaube, sie sind sehr tolerant. Warum lachst du? Es wird zallilus. Oh Gott. Es tut mir leid, ich habe Kopfkino, ich habe nichts, nichts. Doch, Kopfkino. Was guckst du denn schon wieder? Bist du schon wieder im Porno-Kino? Nein, ich habe mir gerade überlegt, mit dem Kompressor, ne? Ach so. Nein, eigentlich habe ich überlegt, ich bin gar nicht so laut, wenn ich so, ich habe, ich sehe gar nicht, ach so. Lass kurz sein. Ich musste, einen Kanal habe ich schon durch mit dem Kompressor. Beim Streamen bräuchte ich keinen Kompressor. Also, ich musste mich, bei dir musste ich mich echt übel zurücknehmen. Okay. Sali hat ihre Kompressor. Was ist denn jetzt los? Ich muss, ich muss das ganz, pass auf, wir haben, hast du gesehen, wir haben einen Kamin, ne? und die über uns haben auch einen Kamin. Ach so. Und das ist so ein Schacht, der zieht so durch. Und ich glaube, das war vor zwei Jahren, als es so mega warm war. Wir hatten halt alles offen und der Kamin war offen und dann ist uns mal aufgefallen, dass man da ziemlich gut durchhören kann. Wie dick bin ich. Hä? Was? Puh, 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 Puh. Du bring doch mal den Satz zu Ende. Schicki, Schicki. Oh, Kissi, Kissi, Kissi. Ich verstehe. Oho, ja. Ach so. So ein Kompressor wäre vielleicht gar nicht so schlecht für die Realität, aber so zum Stream bringen. Schön so erstmal durch den Schacht so. Kissi, Kissi, Kissi. Ho, 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 ho. Okay, gut. Man kann so halbe Tennisbälle unters Bett tun. Gut. Bettbeine. Also, die Nachbarn kriegen so nichts davon mit. Sag ich, okay. Du hast ja, deine Nachbarn sind ja deine Familie. Slebi, das ist ja nicht so schlimm wahrscheinlich, oder? Ich wohne ja mehr Generationenhaus und ich stream ja auch nicht so spät abends. Von daher. Gut. Wollen wir die nächste Frage nehmen? Ja. Wir müssen jetzt übrigens, wir drei Jungs, wir müssen seriös werden, wenn wir Sali erst mal wieder ein bisschen runterkommen. Also bitte keine versauten Witze oder so. Oder ho, ho, ho. Kann ich sowieso nicht. Okay. Wie findet ihr es, mit jüngeren Leuten zu spielen? Die Frage verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ich spiele mit keinem. Ich spiele mit niemandem. Außer mit meiner Freundin. Ich kann es nicht. Ich spiele mit meinem Mann. Was? Ja. Ja, ich spiele im Stream. Darf ich das erzählen? Oder willst du selber erzählen, wie ihr am Wochenende spielt? Das ist so unfassbar geil. Also so eine Ehe ist halt unfassbar gut. Erzähl, ich bin gerade noch am Tränen. Du kommst in das Wohnzimmer, dann steht da erst mal so ein 100-Zoll-Fernseher, ja, mittendrin so, wo du dir so denkst, okay, was ist das denn hier? Hallo, ich will auf die Couch. Da ist die Couch 100 Meter breit und hat einen L-Winkel, so einen kleinen L-Winkel, wo wahrscheinlich eine halbe Familie drauf schlafen kann. Und auf dem anderen Stück drei Familien. Und dann steht da so ein Tisch, wo noch mal ein Fernseher draufsteht. Ein bisschen kleiner. Ich glaube, wie viel Zoll? 50 oder irgendwie sowas? Riesig, ja. 55 Zoll. Zweitfernseher steht da zum Zocken. Und dann liegt Stefan an dem einen Ende und Sali an dem anderen und dann der eine auf dem 50 Zoll, was auch immer, und auf der Leimwand da und dann zocken die so Kopf an Kopf sozusagen und gucken auf die Monitore. Wie geil ist denn das? Das ist geil. Wie geil ist das denn bitte? Was ist das für eine Ehe? Ich bin raus, ich hole mir was zu trinken. So, bis gleich. Tschüss. Ja, aber Stefan muss immer die Konsole ab und dann nach vorne nehmen. Ja, so verbringen wir unser Wochenende. Da zocken wir dann zusammen auf der Couch. Das ist mega. Das ist geil, das ist geil. Ja, der Fernseh stand früher im Schlafzimmer. Und im Schlafzimmer brauchen wir keinen. Dann haben wir den nach vorne gestellt und dann... Das macht mega Spaß. Unter der Woche kommen wir halt nicht zum Zocken. Stefan arbeitet, der kommt nach Hause, macht kurz Essie, Essie und dann... Ja, und ich stream dann meistens und dann machen wir das am Wochenende. Ich habe meine Ex-Freundin mal WoW gezeigt. Oh, und? Ja, haben wir einen Abend gespielt. Okay. Hast du einen Test-A-Counter oder was? 30 Tage? Ich habe ihr sogar einen geschenkt. Wow. Oh. Du bist ein richtiger Freund. Hochzeitstag. Schatz, hier, 20. Hochzeitstag. Wie wäre es? So, der Schachli mit so einer Karte. Achso, nochmal um das Thema mit Jüngeren. Ja, ich, also ich, das sind so Sachen, die ich eventuell in näher Zukunft mal umstellen möchte. Das ist so eins, zwei, ich spiele ja hauptsächlich auf Trophy Hunt, also auf 100-Prozent-Achievement-Runs. Es gibt ja so ein, zwei Spiele, wo man jemanden braucht, das zusammen zu machen, dass ich dann mal mit jemandem spiele. Aber ansonsten bin ich so, ich weiß nicht, ich kann mich nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren, mit dem, mit dem ich gerade spiele und dann 100 Prozent auf dem Chat. Ich bin eher so der Singleplayer-Streamer. Das funktioniert für mich super. Da kann ich da, dann kann ich da stehen und mein Charakter, der setzt schon Moos an. Das interessiert keinen, weil ich kann mit dem Chat dann interagieren und muss nicht, ja, soll ich kommen jetzt? Oder der andere steht dann da und wartet, weil, weil, weil ich halt da mein Ding durchziehe. Das ist, fände ich auch nicht fair. Also, ich spiele lieber für mich alleine. Mit Jüngeren aber nicht gerne, aber das ist auch immer ein großes Thema bei uns. Und mit Älteren? Gerne. Das ist bei uns halt immer ein Faktor von dem Roleplay aus. Und wir haben ja natürlich auch eine Altersbegrenzung, aber würde ich alleine da die Herrschaft haben, sage ich mal, wäre sowieso mindestens 18 Jahre. Ist aber leider nicht so. Und manchmal sind da auch dann 15-Jährige, wenn die Eltern ein Gespräch gemacht haben, habe ich ja vorhin erwähnt, wie das funktioniert. Finde ich nicht schön. Hat nichts mit den selber Personen zu tun, aber wenn ich da kontrolliert wird von dem Polizist, der sich anhört wie ein Bubi, der 14 ist, finde ich nicht authentisch. Macht für mich das Roleplay so ein bisschen kaputt und ist schwer, darauf einzugehen. Bei euch gibt es aber auch noch andere Rollen, ne? Also, Prostitution gibt es ja auch, oder? Ja. Aber da kannst du kein 15-jähriges Kind reinstellen. Ja, das weiß ich ja jetzt. Aber da spielt eine Frau. Weil wir haben welche, die hören, von den Stimmen her, die hören sich fast an wie Frauen. so jung. Aber das fände ich dann schon schwierig. Ja, dann sage ich, ich sage, bist du zwölf oder bist du eine Frau? Und wenn der sagt zwölf, sage ich raus aus dem Auto. Schnacken machen die Handschellen. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Was ist das? Boom, schakalaka. Oh Gott. Entschuldigung. Aber das ist dann halt spielabhängig. Wenn ich andere Spiele spielen würde und ich würde dann auch mit anderen, egal, das ist mir das Alter scheißegal, wenn sie dann nicht im Team-Speak sind, weil mit dem Spielen ist okay und auf Shed-Arten ist auch okay, aber mit dem Spielen im Team-Speak da ganz viel Gerede hören, wenn man jetzt irgendwie andere Spiele im Korb spielt oder Battlefield mit fünf, sechs Leuten oder Arma, was weiß ich, Klima of the Hill mit ein paar Leuten im Team-Speak, das platzt ja der Kopf und Team-Speak ganz viel Gelaber, Shed nebenbei und dann noch das Spiel, wie ich Sali schon sagte, da kriege ich auch nicht hin, das ist dann zu viel. Also wenn dann in einem Spiel mit anderen spielen, die dann dich nicht noch zureden. Ja. Nee, also bei mir gar nicht. Egal, ob jung oder alt. Also ich hab nur ausgewähltes Klientel, mit denen ich zusammenspiel im Stream. Außerhalb hab ich kein Problem damit, im Stream, nee. Ich hab früher Arma gespielt, ich hab da schon die Galle gekriegt, wenn die kleinen Kinder versucht haben, Rollplay zu betreiben und da nur Güllebeil rausgekommen ist. Hände hoch! Das ist die Überfall! Puh, warst du tot. Hände hoch! Okay. Und dann, äh... Wobei, man muss dazu sagen, Ältere stellen sich genauso dämlich an. Also, äh... Das mal hin oder her, aber... Gibt's auch, ja. Also ich sag mal so, ich hab in dem Sinne mit jüngeren Problemen, weil sie sehr aufdringlich sind und gewisse Grenzen nicht achten können und deswegen stört mich das. Aber da muss ich dazu sagen, nicht alle sind so. Aber viele. Und damit hab ich ein Problem. Und deswegen hab ich auch irgendwann aufgehört, mit Menschen im Stream zu spielen, außer sie sind meine Freunde oder explizit eingeladen von mir. So, dass ich weiß, wer das ist und ich sie kenn. Ansonsten, nope. Aber ich hab kein Problem damit. Also ich hab, äh... Muss ich dazu sagen, mein allererster Zuschauer ist, äh, damals 16 gewesen. 15? 16, glaube ich. Heute mittlerweile schon 18? 15 war er damals, ja. 15. Und, äh... Mit dem hab ich super viel gezockt. Das war ein super erwachsener Mensch. Er ist heute super erwachsen, ist ziemlich selbstständig und, äh... Ich spiele heute noch mit ihm. Und ich hab auch andere Leute, die sehr jung sind, die um mich rum sind, die auch, äh... sehr feine Kerle geworden sind. Und sie halt auch im jungen Alter schon fein waren. Also, es gibt halt schwarze Schafe und es gibt auch Goldstückchen, sag ich mal. Ja. Noch jemand was zur Frage? Ansonsten hab ich noch eine. Ich glaub, ich hab mit Nito ja schon... Ich hab's ja immer schon so gemacht. Ja. Ich wollte nicht mit anderen spielen. Ich möchte halt mein Spiel spielen und Leuten, wenn's halt das Spiel ist, was ich meistens spiele, den Leuten das erklären und das stören halt Leute, die mir dazwischen quatschen oder so. Und das kommt auch von mir selbst. Ich hab ja auch selbst bei WoW immer am liebsten nur gelevelt und eben nicht geradet oder sowas. Oder Instanzen gemacht. Selbst solche Spiele hab ich selbst alleine gespielt. Für mich. WoW? Alleine? Ja, tatsächlich. Also auch mal mit Freunden und in Gruppen oder so. Aber halt am liebsten, am meisten Spaß hatte ich tatsächlich beim Leveln. Also vor allem Vanilla-Zeit von 0 auf 60 halt zu leveln. Halt einfach Questen und mir die Welt angucken und sowas. Das macht mir mehr Spaß, als in Gruppen zu gehen. Aber damals hat's auch noch Spaß gemacht. Hallo Nyxia. Hier ist mein Schwert. Piks. Ja, okay. Und Nyxia hab ich dann auch im Raid gemacht natürlich. Ja, ja, das geht ja. Alleine nicht, aber... Ich mein, du lachst, ich war so ein Noob. Ich hab damals als Death Knight, äh, als Death Krieger hab ich gelevelt. Das dauerte damals, glaub ich, doppelt so lange wie mit einem Fury-Krieger. Ja. Aber das war... Ja. Eben. Da, wo's noch die 3-Minuten-Mages gab. Ja, ja. Wollt ihr weiter über... Nee, 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 nee. Das wird was ganz schlimm. Da können wir später vielleicht mal kurz drüber quatschen, wenn ihr wollt. Ja. Auch bei knapp 16.000 Stunden eine Aue. Vanilla-Server, ähm... Debakel. Okay. Nächste Frage. Wollte ich grad sagen, äh... Ich hab hier noch was, äh... Habt ihr Leistungsdruck, Angst, oder besser gefragt, schüchtern euch, äh... Schüchtert euch das ein, wenn plötzlich 1500 Leute zusehen? Mittlerweile nicht mehr, nee. Also mittlerweile könnten... Was denn? Nee, ist gut, Sleppi. Ja, ich mein, du... Entschuldigung. Es ist... Du bist echt fiese. Ich bin fies. Ich mein, Sleppi, du weißt... Was hab ich denn... Nee, 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 mach weiter, Entschuldigung. Nein, nein, jetzt erzählst du noch was. Weil ich hab das jetzt auf 1500 bezogen und ich hab halt mir innerlich gedacht, so, da warst du doch noch gar nicht, weil du so selbstsicher... Ja, so, das stört mich gar nicht. Jetzt heutzutage ist es so. Entschuldigung, das war nicht böse gemein. Du weißt, wie ich das meine. Ja, nein, ich sag's im übertragenen Sinne. Mittlerweile würden mir 1500 Leute nichts mehr ausmachen. Klar, bei mir im Channel sind's viele, wenn's mal 100 sind oder so. Das ist für mich schon was, was normalerweise nie erreicht wird. Ähm, aber jetzt gucken uns doch auch mega viele Leute zu und für mich, ne, am Anfang waren 10 Leute mega viel, wegen denen ich angefangen hab zu schwitzen und ausgerastet bin innerlich. Ähm, aber das geht doch irgendwann weg. Also irgendwann kann ich hier sitzen, ich fühl mich hier wohl und ob da jetzt gerade so und so viele Leute zugucken oder so und so viele, ich find, das geht dann irgendwann weg. Und dann können's auch 10.000 von mir aus sein. Also ich glaub, das ist dann nicht mehr abhängig von der Zahl irgendwann nach einer Weile. Gehst du? Ähm, für mich macht's, ich guck aber auch während dem Stream eigentlich so gut wie nie auf die Zahlen. Wenn jetzt ein Raid reinkommt und das wird halt im Chat da angezeigt, dann seh ich, okay, was da noch dazu kommt. Aber ansonsten, ich stream für 5 genauso wie für 50, genauso wie für 500 und, ähm, im Weiteren hinaus denke ich nicht, dass es mich mehr aus... Nö. Das ist einfach, ich mach einfach weiter. Warum soll ich mich jetzt... Ich bedanke mich und schön, dass ihr da seid und dann geht's weiter, weil... Ich weiß nicht, ob das so ein großer Unterschied ist, ob man jetzt, äh... An der Chataktivität merkt man das da wahrscheinlich. Dann wird noch ein bisschen weniger Chat gelesen, weil man nicht hinterherkommt. Aber ansonsten... Also nervös bin ich, ähm, bei keinem Raid oder so. Ich freu mich, aber nervös bin ich nicht. Okay? Ähm, also nervös auch nicht, genauso wenig. Ich muss aber jetzt sagen, weil ich das erste, das allererste Mal Premium in einem anderen Stream bin, zu sehen auch, bin ich irgendwie mega nervös, wenn da jetzt 800 oder 1000 Leute zugucken, als wenn ich bei mir das habe. Komischerweise. Ich weiß nicht, warum. Hausrecht. Ich kenn mein... Was? Weil du nicht zu Hause bist. Du bist hier nicht der Magger. Du hast hier nicht die Hosen an. Deswegen. Ich hab Hosen, äh. Achso. Ich nicht. Ich dann? Ähm. Ja, vielleicht kann man ja so... Hast du wirklich keine Hosen an, Slappy? Warte. Keine Ahnung. Es ist ganz komisch. Also wenn ich bei mir das Streamen mache, das ist mir egal. Nervös. Kein Büschen. Ähm, das erste Mal doch, wo die ersten Raids, große Raids rein, wenn du 100 zuschauen, kriegst du einen Raid von, ähm, 5000 Leuten oder 7000 Leuten, dann bist du natürlich nervös. Aber das hat sich schnell wieder gelegt. Und, aber jetzt hier, wo ich woanders bin und einen ganz anderen Chat hab und auch... Es fühlt sich ja natürlich fremd an irgendwie. Ähm, doch. Ist man nervös. Das hab ich gemerkt beim Koch-Stream. War nicht meiner. Das ist so, ne? Hm. Ich hab... Ich war mega schüchter. Ich wusste gar nicht über... Nö, jetzt machen wir Mehl, Zucker, Eier. Hoffentlich hab ich alles drin. Diese geh nicht weg, weil da stehen, das ist deiner. Hey, du... Wenn ich nicht zu Hause in meinem Stream bin, ist das sicher was anderes. Hier war ich aber auch die ersten... Was? Immer ein bisschen... Heute geht's, heute, äh... Aber ansonsten bin ich eigentlich auch immer am Anfang vom Plankenschnapp noch etwas nervös. In meinem eigenen... Ich seh dein Gesicht nicht. Was war das? Schweiß, abgewischt. Hier. Warum machst du den Stream an? Dann siehst du ihn doch. Ja, das ist doch verzögert. Ach so. Das ist noch nicht passiert. Skype, stream, Skype, Twitter. Aber komischerweise, wo du jetzt gerade Kochstream sagst, ähm, beim Häkelstream zum Beispiel und ich, ja, als Nulpe, was Häkeln angeht, ich mein, ne? Oh, der Bikini. Mein Bikini. Oh, oh, oh. Ähm, der nie so geplant war. Er kam einfach, es war einfach eine Eingebung. Ähm, da hab ich mich noch viel wohler gefühlt, ehrlich gesagt. Das war, das war irgendwie seltsam. Du hast auch Musik gemacht. Ja, eben. Ich hab mich so wohl gefühlt, dass ich eine Gitarre in die Hand genommen hab und einfach drauf losgezockt hab, als ich halt nicht mehr häkeln konnte. Ähm, komischerweise. Also, es ist halt mal so, mal so. Irgendwie hab ich das Gefühl. Also, ich persönlich guck niemals auf Viewerzahlen. Nie. Hab ich jetzt auch aufgehört. Sali letzte Woche hat mir einmal das Ding ins Gesicht gedrückt. Die Reaktion hat sie darauf gemerkt. Äh, ich guck da nicht drauf. Ich will das gar nicht wissen. Weil, das verändert dich irgendwann. Das treibt dich wieder an. Doch, das kann dich antreiben, aber kann dich genauso wieder runterziehen. Wenn du, wenn du Variety streamst, kann das den einen Tag so sein und den anderen so. Und, das kannst du nicht bringen. Du musst, du musst der sein, der du bist und dich nicht beeinflussen lassen und sowas. Und das Ding ist halt, sowas beeinflusst dich. Das ist genauso wie, und das wird man halt als Selbstständiger sagen, wenn du drei, vier Tage in Urlaub fährst und auf einmal sind deine Subs weg. Und da gehen die Zahlen einfach runter. Dann hast du innerlich keine Ruhe mehr, weil dein Gehalt flöten geht. Einfach so. Und das sind Sachen, also, ich persönlich, ich persönlich hab überhaupt keinen, ich hab keinen Druck. Also, ich hab vor, glaub ich, das Maximum, ich hab vor maximal schon, glaub ich, 1800 war der Peak oder so gestreamt bis runter zu 150 heute noch. Also, das ist Jacke wie Anorang. Das hab ich jetzt, das hab ich jetzt übrigens auch angefangen. Ich dachte, bislang, also bis vor einem Monat oder zwei, dachte ich auch, es würde mir eher helfen zu wissen, wie viele Leute mir zugucken, weil es mich halt in den Momenten, wo es plötzlich nach oben ging und wo ich irgendwelche hohen Marken irgendwie übertroffen hab, es mich immer angetrieben hat, irgendwie natürlich noch einen Ticken mehr. Also, ne, es motiviert einen dann irgendwie, wenn man plötzlich weiß, es gucken gerade so viele Leute zu und weiß ich nicht. Aber mir ist aufgefallen jetzt im Nachhinein, dass es häufiger im einzelnen Stream viel, viel häufiger vorkommt, ähm, dass wenn mal einfach so ne, so ne, so ein Stück abbricht oder sowas, dass es mich dann eher demotiviert wiederum. Und seit ich das halt nicht mehr angezeigt bekomme und ich hab sogar bei Chatty ausgestellt, die, 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 ähm, Leiste, wo man halt sieht, wer guckt einem zu. Hab ich auch alles. Das heißt, ich hab, in keinster Weise kann ich mehr nachvollziehen, wie viele Leute mir zugucken, außer halt, wenn mir viele Leute gerade schreiben oder so. Aber danach kann man dann mittlerweile nicht gehen. Ähm, seitdem bin ich viel, viel ruhiger auch tatsächlich im Stream. Also, es ist tatsächlich, ähm, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich eher, dass es eher was hilft, aber offensichtlich doch nicht so. Es ist so unfassbar befreien. Ja. Also, keine Zahl zu wissen. Es ist so unfassbar gut, weil du einfach, also ich hab, ihr müsst euch vorstellen, ich hab auf, auf zwei Bildschirmen viermal den Chat an. Also, ich hab viermal den Chat an. Ich hab einmal hier groß, einmal da groß und dann unten in den Ecken jeweils nochmal, äh, zweimal klein. Ich hab überall alles ausgemacht. Alles. Ich will nur die Chatzeilen sehen. Ich will nur sehen, was geschrieben wird. Nichts anderes. Und ich find's so unfassbar befreiend. Du kannst halt nicht festmachen, wie viele Leute da sind. Und du streamst einfach. Und du gibst dir keine extra Mühe, weil weniger da sind. Du gibst dir nicht weniger Mühe, weil, äh, weil viele da sind. Du machst einfach das Ding. Du schreist rum, wie du Bock hast. Du machst das, worauf du Bock hast. Und du ziehst das Ding einfach durch. Und am Ende, manchmal guck ich am Ende kurz mal rein und sag mir so, hm, wenn Twitch-Probleme sind, okay, haben wir zwischendurch vielleicht ein DC gehabt, um sowas nachzugucken. Aber ansonsten, nö. Ich, also, für mich ist das genauso wie früher. Also, egal wie viele Leute da sind, das geht einfach, entweder machen wir Rambazamba oder nicht und dann geht's ab. Du liest den Chat wie so ein Chamäleon oder was? Nee, bei mir ist das, bei mir ist das wie folgt. Also, ich muss sagen, ich hab, meine Alerts hab ich auf der Seite und ich hab aber auch noch ein Mod-Chat, wo die Mods mit mir, währenddessen ich, äh, Spiele, äh, mit mir schreiben können. Also, wenn irgendwie der Ton zu leise ist oder solche Sachen, dass sie mir das gleich stecken können. Und damit ich immer, damit ich immer den Chat, also, ich hab wirklich immer den, den Chat vom Stream hab ich immer im Auge, egal wo ich hingucke. Und deswegen hab ich den so oft auf dem Bildschirm. Ich werd nicht abgeholt. Dann ist gut. Okay, achso, weil der hier ist, der gerade Tatütet hat vorbeigefahren. Nimmlich laut, ja. Ja. Vielleicht hat der Nachbarn dir gerufen. Will noch einer, äh, Tay, du hattest kurz angesetzt. Möchtest du noch was sagen? Ich sagte nur, äh, Monitoring ist das sauber Wort mit. Wegen Musik zu laut und sowas. Ich hab das bei mir zum Beispiel so gemacht, das ganze Soundsystem, dass ich genau das höre, was im Stream rausgeht. Alles zusammen gemixe. Man kann das Geld selber gut rumvariieren und wenn einer rummeckert, mittlerweile im Chat, äh, ist so laut, Musik, dann sag ich, tschüss. Das hätte ich gern, aber das kann ich leider bei mir nicht einstellen. Ich würde gerne meine eigene Stimme hören. ich konnte es, ich konnte es auch, bitte schwarz, äh, ich konnte es am Anfang überhaupt nicht ab, ich dachte, was ist alles falsch eingestellt, bis mir gesagt wurde, das gehört so und du gewöhnst dich dran und jetzt nach, wie lange habe ich das System jetzt, drei Monate, muss ich sagen, nie wieder ohne, nie wieder ohne. Das ist so geil und ich kann auch nicht mehr ohne. Du kannst dich halt regulieren halt. Ja, richtig. Ja, und das ist halt schön. Du bist halt dein eigener, eigener Kompressor, du kannst das ungefähr einschätzen und, äh, macht Spaß. Ja. Es macht Spaß, das, also, mir hat es auch gut gefallen. Ähm, wollen wir die nächste Frage machen? Mhm. Welches Ereignis oder Gedanken hat euch, äh, letztlich dazu bewegt, euch mit Streaming selbstständig zu machen? Oh. Kann man zwei Fragen draus machen, oder? Mhm. Ja gut, die ist, ja, also was euch zum Stream bewegt hat und zum Selbstständig machen. Ja, das ist gut. Na, Slebi, möchtest du anfangen? Ich meine, das ist für dich doch schon wie aus dem FF, oder nicht? Nee, ich hab's, könntest mittlerweile eben Schlaf aufschreiben wahrscheinlich. Obwohl, eigentlich jedes Mal, wenn ich diese Frage beantworte, beantworte ich sie anders. Fällt mir irgendwas anderes ein, aber nee, äh, ich hab angefangen, weil ich viel, Twitch geguckt hab und dachte, ähm, ich würd gern, eigentlich gerne irgendwie selber ein bisschen Content createn, ne? so hab ich das natürlich nicht gedacht, aber ich würd halt gerne selber irgendwie zocken und mich dabei irgendwie auf YouTube oder sowas präsentieren, aber irgendwie hatte ich nie das Gefühl, dass man mich auf YouTube bräuchte, weil da gab's halt schon so viel und ich wusste nicht, wie ich die Landschaft bereichern soll. Und dann bin ich irgendwann auf Twitch gelandet, hab dann ein Jahr lang hier zugeguckt, ähm, und dachte mir so, hey, ich hab jetzt irgendwie das letzte halbe Jahr mega viel Minecraft, modded Minecraft halt selber gespielt und weiß eigentlich mittlerweile relativ viel äh, und irgendwie gibt's nicht so viele deutschsprachige Streamer, die das machen. Also, diese Art von Minecraft, klar, gab's schon mega viele, die irgendwie Minispiele oder sowas streamen, aber sowas ist halt nicht meins. Ähm, und dann hab ich einfach, äh, losgelegt. Und da bin ich halt bis heute geblieben. Und deswegen ist es halt immer noch, dieses modded Minecraft immer noch, das Spiel, das ich am einfachsten streamen kann. Und das mir wirklich am meisten Spaß macht. Jo. Kurzbeantwort. Bali. Was? Ich? The stage is yours. Hm, ja, ich hab Twitch nicht gekannt, bis ich meine Playstation hatte. Da, mit der kann man halt, ähm, Übertragungen starten, hat zwei verschiedene Sachen zur Auswahl. Ich, ähm, einmal Twitch, einmal Ustream. hab mir damals Twitch ausgesucht und hab dann, äh, erst mal mit der Playstation, warum hab ich angefangen? Weil, aus Gründen, äh, weil ich gern zocke. Und weil, ähm, ich das gerne mit Menschen teile. Und Stefan von der Arbeit nach Hause kommt und dann zu müde ist, zum Zugucken. Ey, ich hab zweieinhalb Jahre lang Bioshock auf der Seite liegen gehabt. Ich hab die erste halbe Stunde gespielt und ich fand das damals so toll und hab Extras auf die Seite gelegt, um zu sagen, Schatz, du musst dir das mit, äh, angucken, ähm, dieses, äh, Teilen. Ich bin ja sehr begeisterungsfähig und dieses, äh, mit jemandem teilen und eventuell in einem halben Jahr nochmal über bestimmte Situationen im Spiel zu reden, das fände ich toll. Ey, ich mag das richtig, richtig gerne. Und jetzt hab ich ganz, ganz viele Leute, wo ich das, äh, das Erlebte mitteilen kann. Ich find das super. Das ist so einer, das ist, äh, einer der schönsten Gründe, warum ich, äh, angefangen hab zu streamen. Ja. Schön. Soll ich zuerst oder wirst du tapeen? Mach, mach. Also ich hab damals, äh, keine Ahnung davon gehabt. Ich hab, äh, einmal gestreamt, weil ich mit einem Streamer zusammen gezockt hab, permanent. Also ich war quasi sein, bei Schaf sozusagen und, äh, hab dann irgendwann für ihn ne Montage gebastelt für Frag Movies. Das hab ich gestreamt, damals mit der 16.000er Leitung. Äh, hatte dann irgendwann Internet. Hab mein Studium abgeschlossen, bin Diplom-Ingenieur geworden, hab ein Jahr, hab ein Jahr frei gehabt, hab mir was Sinnvolles gesucht, war streamen. Hab die Bay Pirates gegründet, die immer noch, äh, leben. und wie ich zur Selbstständigkeit gekommen bin, äh, ich liebe das hier. Also ich würde, ich würde ne Menge dafür geben, das hier noch ne ganze Weile zu machen. Und, ähm, ich hatte sehr viel Zuspruch damals, nachdem ich, also ihr müsst euch vorstellen, ich hab mit Minecraft aufgehört und hab mich damit selbstständig gemacht. Also ich hab mir quasi ein Bein abgehackt, einen Arm noch dazu und hab mich dann selbstständig gemacht. Das war sehr aufregend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich da so drüber nachdenke, äh, würde ich das nie wieder machen, weil, das war echt ein Höllenritt. Es war wirklich ein Höllenritt. Es gab, äh, wenig zu essen, die Rechnungen mussten bezahlt werden von, äh, von den Finanzen, aber es ist dann doch noch, über Jahre, harte Arbeit ist dann doch gut gegangen. Und, ähm, ja, das war so der, der Grund, dass ich doch noch Leute hatte, die mich dabei unterstützt haben und ich muss ganz ehrlich, ich denke mal, ich spreche im Namen von allen, Dankeschön, alle da draußen, die an uns immer noch glauben und uns dabei helfen, dass wir das machen dürfen. Denn, wirklich, ihr da draußen, egal, in welcher Form, ihr uns dabei helft und wenn's nur, nur in Anführungsstrichen, bitte sage ich immer, das Zuschauen ist, es hilft uns extrem weiter und nur durch euch können wir das machen und so. Ja, Slow Clap und so. Damit würde ich persönlich mein, mein Wort dann weitergeben. Du hast gleich beide Fragen beantwortet. Ja. Sollten wir das nicht machen? Ach so, sollten wir das machen? Ja, weiß ich nicht, dachte ich. Dann wiederhole ich noch ganz kurz. Dann darf ich das nämlich gerade hinterherwerfen. Ich bin, dank meiner Community, darf ich mich gerade selbstständig machen. Ich hab so am Anfang, ich hab das ja immer locker genommen und, ja, also, ich eben, klar träumt man davon, ne, aber, dass es dann wirklich so weit gekommen ist, hab ich nur, der Community zu verdanken, dass ich mich jetzt selbstständig machen darf. Damit. Und das freut mich ungemein, muss ich ganz ehrlich sein, das ist schon, das ist toll. Ja, so. Hab ich auch beide Fragen beantwortet. Der musste sein. Knutschi, knutschi, knutschi. danke, ich hab gewusst, dass du dich zusammenreißen kannst. Danke für den Zug. Mir ist doch nichts Besseres eingefallen. Ich liebe euch alle. Klapps auf den Po. Herr Tay, an Erde? Vor langer, langer Zeit. Nein. Ähm, also, ja, bei mir war das so, genau, das war die Frage, ich weiß es, ne? Ich hab sie mir markiert. Ähm, war das so, dass ich Back to the Roots, W.O.W. gespielt habe und einfach, ähm, auf Warcraft Movies, ich weiß nicht, ob das noch irgendeine Bezeichnung ist, das war damals eine Plattform, Videos gemacht habe und damals ein Herrn, der da auch Videos gemacht hat, über Twitch da drauf drauf gekommen bin. Amerikaner war das. Und, ähm, dadurch hab ich Twitch kennengelernt, hab denen zugeguckt, die Stars, hab dann, beziehungsweise Justin TV war das sogar, fast noch mit. Und, ähm, ja, bin dann irgendwie da rangekommen, hab dann durch die Mainseite, spiel dann, das wurde halt grad so Twitch, da gab's noch, früher diese coolen Twitch-Seiten, ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt, da hat man in der Mitte seinen Kanal gehabt und so ein richtig geiles Hintergrundbild gehabt, links und rechts da, so richtig geil, ich vermiss das, ganz ehrlich, fand ich immer geil. Und, ähm, ja, bin dann da auf Twitch gekommen, hab dann dadurch auch AMA kennengelernt, deutsche Streamer kennengelernt und dann hatte ich schon OBS installiert und einfach mal Hallo gesagt. So, und da bin ich einfach irgendwie reingerutscht, hab gemerkt, dass mir dieses Schauspielerei-Rollenspiel so mega gefällt und hat sich dann so entwickelt, wie ich vorhin erwähnt habe, mit dem Reihen in den Projekt und gibt Gas, ne, einfach durchgezogen und dann so aufgebaut und so Selbstständigkeit ist ja jetzt, hab ich vor, also kann ich ja noch nicht viel zu reden, ne, weil das noch, äh, in der Zukunft ist und noch nicht, äh, in der anderen Seite war. So. Also das kommt noch. Bin ich noch bei. Ja. Viel Glück. Viel Glück. Ich freu mich. Also sowas freut mich immer sehr, äh, neue, neue Kollegen quasi, äh, mit da zu haben und dennoch welche, mit denen man sich nur unterhalten kann, also. Wenn ich einen Hut würde, ich ihn jetzt abziehen. Ja, warte, ich hab auch einen hier, ich mach das für dich. Mach's für mich. Ja. Wollen wir weitermachen? Ja. Hier kommt eine kurze Frage, wollen wir das auf Ja, Nein, äh, beziehen? Also ich würde mich freuen, wenn wir Ja, Nein antworten. Seid ihr zufrieden mit eurer Hardware? Ja. Meine Hardware ist die beste. Also nicht Ja, Nein. Achso, Ja. Also, Ja, im Gaming-Rechner, im Streaming-Rechner, Nein. Okay, Sadi, ich sag Ja. Okay. Nein. Okay. Dann machen wir weiter. Äh, gab's mal Momente, in denen ihr darüber nachgedacht habt, ob ihr mit dem Streamen komplett aufhört? Oh. Aus welchem Grund? Ich hab mir schon mal das Szenario ausgemalt, wenn Stefan etwas passiert. Ne? Nein. Man weiß ja nie. Und, ähm, ich glaube, selbst dann, wenn's dann nur noch am Wochenende oder in einem Tag in der Woche möglich wäre, selbst dann würde ich das Streamen nicht, also wenn ich dann, weiß ich nicht, sechs, sieben Tage die Woche arbeiten müsste, um, um alles, äh, am Laufen zu halten, selbst dann würde ich noch, äh, streamen. Ja, also, ne. So viel, äh, Hate und, und schlechte Laune und bla bla bla, könnte mir niemals das nehmen, was, äh, was ich beim Streamen hab. Ich persönlich bin halt notorischer Hinschmeißer, schon immer gewesen, das heißt, der Gedanke kreuzt wahrscheinlich einmal am Tag, äh, meinen Kopf, aber, ähm, liebe das ja auch gleichzeitig und, ähm, da weiß ich, wo das herkommt, aus welcher Ecke des, des dunklen Hirnes und, äh, wie kann ich, ähm, auch sehr gut beherrschen. Sei der Luke, von daher. Sei der Luke, nutze die Force, nutze die Force. Ich bin da eher der Anakin, aber, ähm, Babe Nation. Babe Nation. Entschuldigung. Ja, ähm, richtig. Ähm, von daher, klar, immer, aber das ist, das gehört zu meiner Persönlichkeit, von daher. Ähm, da hab ich aber genug Leute, die mir in den Arsch treten, wenn, wenn ich mich mal zu lange, ähm, gehen lasse. Ähm, willst du, Tate? Ich will nicht mehr. Die wird bestimmt noch kommen, die wird aber auch, glaube ich, bei jedem Vorhaben und bei jedem Beruf oder bei jedem Wunsch oder Hobby irgendwann mal sein. Ich bin immer noch voll übelst begeistert da drauf und ich hatte noch nie irgendwie eine Phase, wo ich sagen kann, ich will nicht mehr. Die wird bestimmt noch kommen, die wird aber auch, glaube ich, bei jedem Vorhaben und bei jedem Beruf oder bei jedem Wunsch oder Hobby irgendwann mal sein. Ähm, aber bis jetzt bin ich noch voll begeistert dabei und will das weiterführen. Also ich sag mal, ja, hatte ich schon. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte, ich hatte irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen möchte, Streamlife Crisis oder so. Ähm, ich hatte mal eine letztes Jahr und ich hab mich irgendwie komplett festgefahren. Kann ja mal passieren. und, ähm, an dem, also es war kurz davor, wo ich gesagt hab, ach, was soll das alles? Mach das nicht. Und, ähm, ich hab's dann doch nicht gelassen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich's nicht gemacht habe und, ähm, ich will nie, ganz ehrlich, also ich muss wirklich ehrlich sein, ich will in meinem Leben nie wieder was anderes machen. Also, selbst egal, wie alt ich bin oder ich möchte einfach dieser, dieser einfache Typ sein, der zorgt, die Leute können dabei zugucken, vielleicht irgendwann sie die Toppart hat dabei und einfach so ist, wie er ist. und komischerweise hab ich das Glück, dass ich einfach grundlegend anscheinend lustig bin oder irgendwas interessant ist und, äh, ich, ich liebe das. Also, ich brauch den Zunder im Körper. Natürlich jetzt mit regelmäßigen Pausen, sag ich mal, so mit einem Tag oder zwei, aber selbst da mach ich irgendwas anderes noch für, für den Stream, aber halt so oft. und, äh, also, ich sag mal so, solange wie ich das machen kann, so, ich möchte diesen Strom behalten im Körper, diesen ACDC, sozusagen. Das ist, äh, Entschuldige, das Lachen. Warum? Ich hab grad die Katze aus dem CC Toppart gucken gesehen. Ach so. Das wird so gut. William BJ Blazkowicz würde er heißen. Oh, süß. Das wird gut. Ich würde gerne eine Frage aus dem Chat aufgreifen, weil sie sehr gut dazu passt. Und zwar, ich kann mich gar nicht dran erinnern, wann wir das das letzte Mal gemacht haben, aber was ist euer, äh, positivstes Ereignis, sozusagen? Ich weiß, wir hatten das schon mal, aber es wurde gerade gefragt, äh, speziell auch an Tay, weil der spricht ja sonst so viel nicht, äh, in seinem Stream, außer Roleplay. Jetzt reißen wir aber. Was war euer positivstes, äh, Ereignis im Stream? Im Stream, ja. Ja. Mach du gleich zuerst, weil das wurde heiß gefragt. Du weißt, dass hier oben 98er läuft, ne? Windows, der muss erstmal raddern. Nee, eigentlich muss ich ja genauso drin sein, ne? Positivstes Ereignis. Positivstes Ereignis? Das ist eigentlich fast gleichgestellt mit anderen Ereignissen. Das ist halt immer, wenn, wenn die Leute, ähm, wenn irgendwas passiert ist, mäßig, weil ich manchmal auch ein bisschen plaudere aus dem Real Life und so, was mal passiert ist und die Leute einfach mega herzlich sind, äh, herzhaft sind und dir dann Nachrichten auf Twitter schreiben, in Chat schreiben, auf Facebook schreiben, ähm, mit Worten und Sätzen, die dich einfach mega motivieren und die dich einfach komplett wieder aufbauen, ähm, das sind für mich eigentlich die schönsten, ich sag das jetzt mal, Ereignisse, weil ich hab kein Ereignis, was mich irgendwie da jetzt, was mir einfällt, das sind für mich die schönsten Ereignisse und, ähm, das motiviert auch natürlich weiterzumachen und baut halt auch mega auf. So. Ähm, ja, das ist halt, ähm, zum Beispiel, ne, sagen wir mal ein Beispiel, ähm, ich hatte jetzt, ähm, 2015 im Februar einen Autounfall mit meinem Toyota. 60 Sachen, ohne Airbag, hinten rein, in der Stadt, nasse Fahrbahn, woanders hingeguckt, auf dem Gehweg, war grad Schulschluss, na, äh, waren halt, äh, ne, andere Personen und, ich hör auf sie gründen, und, ähm, ja, hatten einen Unfall, hab das dann natürlich gleich bei Facebook rausgehauen, äh, äh, Plusbild mit, äh, Blutlache und so wegen Platzwunde und, äh, da kamen gleich die nettesten E-Mails und, und Nachrichten hier wieder aufbauen und da denkst du immer mal, was für geile Leute hast du eigentlich, danke. Und in dem Sinne auch nochmal, danke. Ja. Viewer loben, hab ich gehört. Und ich denke mal, es geht nur mir, nicht nur mir so, sondern auch allen anderen, also, das ist die Magic from the chat. Ich würde noch dazu mit hinzufügen, ob es Momente gab, die uns emotional bewegt haben. Soll ich? Hm? Also, ähm, ähm, mir hilft ja über Sachen, also, ich bin so der Mensch, umso mehr ich über Sachen spreche, umso besser kann ich die verarbeiten. Das, äh, ist so. Und, ähm, also mein, mitunter eines meiner schönsten Dinge, oh, und jetzt drücke ich hier gleich ganz doll auf die Tränendrüse, ist, ähm, ähm, Stefan und ich, wir können, das wissen, einige, wir können keine Kinder bekommen. Und, ähm, es gibt ein Pärchen, ähm, die schauen mich schon seit dem ersten, seit dem ersten Spiel, was ich jemals gestreamt habe. Und, damals hat Stefan noch, ähm, 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 City Skylines so abends, äh, gestreamt, also wir haben zusammen und er hat aber gesagt, ich gehe jetzt mal einer Frau ein Baby machen. Ja, und irgendwann war dann, äh, war sie dann schwanger und, ähm, sie haben mich und Stefan, ähm, jetzt nicht komplett für alle öffentlich, sondern für uns, äh, wir durften komplett, äh, alles miterleben. Also wir haben, äh, den dicken Bauch wachsen sehen und als die Kleine dann viel zu früh geboren ist, durften mit, äh, wir, ähm, wir dürfen da an, an Sachen teilhaben, die, was nicht normal ist, dass man das mit anderen Menschen teilt. Und das ist, ähm, ähm, ja, das ist schon so was, äh, was mir dann auch, äh, immer wieder die Tränen in die Augen, äh, drückt. Das ist so mitunter eins der schönsten Dinge. Ah, ja, das ist so eins der schönsten Dinge, dass, ähm, dass man da so mit teilhaben darf. Das ist, man ist so ein Teil von so, von sowas, äh, das ist, äh, echt schön. Das ist so eins der emotionalsten, was ich bis jetzt, äh, beim Streamen, ja. Es gibt noch viele andere Sachen, aber das ist schon, das ist schon was Besonderes. Finde ich. Punkt. Das war sowohl emotional als auch schönstes. Ja, ja, das ist so, ähm, das ist, äh, so schwierig mit was anderem aufzuwiegen, ne, das ist, äh, klar habe ich mich damals gefreut, zu den Bad Pirates zu kommen und über die Partnerschaft und es gab ganz, ganz viele andere Situationen, aber das ist jetzt gerade die, die mir so, ähm, ich glaube, die schönste, das, das ist schwierig, aber es ist einer der emotionalsten. Darauf jetzt zu folgen, das ist wie eine nach Elvis, irgendwie auf die Bühne zu kommen, gerade. Tut mir leid. Ne, das ist easy. Oh, 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 oh. Ähm, ja, bitte. Ich habe, ich habe, ich habe jedes Mal einen emotionalen Moment, wenn, äh, meine, meine Subs vom ersten Tag abdrücken ihr Jubiläum und das sind immer dieselben und das schon seit diesen Monat waren es 24 Monate und das sind, das machen sie, das machen sie alle an einem Tag. Da kommt keiner zu spät, da kommt keiner zu früh, alle am selben Tag. Und da sind, äh, was mich immer sehr, sehr emotional stimmt, die meisten sind meine Freunde geworden. Also meine, das ist über, ich habe sie über die letzten zwei Jahre und mehr, also zweieinhalb Jahre sind sie meine Freunde geworden und es gibt drei, die immer das Knöpfchen drücken, auch an diesem Tag, die nicht meine Freunde sind. Ich habe mit ihnen noch nicht ein einziges Wort geredet, ich habe noch nie eine PM mit denen geschrieben, gar nichts. Obwohl, nee, das stimmt nicht, mit einem schon. mit einem schon. Und diese Menschen, äh, berühren mich emotional, dass sie wirklich so unfassbar treu sind, dass du, das, das kann man sich nicht vorstellen. Also 24 Monate irgendwie einen Fünfer geben, äh, das ist echt eine Nummer. Das sieht zwar, das denkt man dann immer so, ja, okay, kommen 24 Monate, oder was ist das? Rechnet euch das mal aus. Rechnet euch das mal aus. Und das ist richtig verrückt. Und das, ja, wirklich jeden, jeden Monat, wenn die alle draufdrücken, ist schon immer so, okay, heute, nee, heute, nein, keine großen Reden schwingen. Und dann, oh, es ist immer so schön, oh, ja, 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 auch muss ich wirklich sagen, also ich meine, man härtet immer ab, so ein bisschen, man härtet immer so ein bisschen ab, aber ich finde ja, also ich persönlich sehe mich immer so als nicht-Hyper, also ich hype nicht meinen Stream, sondern meinen Stream, wenn der sich hype, hypt der sich alleine. Und, äh, ich bin jedes Mal überrascht, wenn der Stream sich dazu entscheidet, mal irgendwie eine Donation Train anzuziehen, alleine, ohne gehypt zu werden, dann hauen die Leute, da kommen, da sitzt du dann da und denkst dir so, okay, I don't know, aber dann geht's richtig runter, dann kannst du drei, vier Stunden nichts machen. Und das ist, also das schießt mir, wie sagt Saliba, die Milch in die Brüste. Das ist echt so. Das ist echt, also ich kann damit nicht umgehen, ja, ich bin halt echt nicht so der Typ, der das halt die Leute so dazu hypt, ja, so, dass sie mir Geld geben, sondern dass das von alleine passiert. Und das aus eigenen Stücken. Und das ist halt so, also ich bin da echt emotional, wirklich extrem mitgenommen. Also von, von sowohl den Freundschaften, die sich über die Jahre entwickelt haben, über die unfassbare Großzügigkeit der Community und die Menschen, die das so unfassbar lange aushalten. Also das sind für mich sowohl die schönsten Erinnerungen, Weihnachten, also Weihnachten sind immer die schönsten Zeiten für mich, das sag ich mal kurz. Weihnachten ist für mich immer Hitman angesagt und das ist immer das Geilste. Wenn dann die Leute abends mehr kommen, oh Gott, ich bin, ich bin so vollgefressen. Oh, ich kann nicht mehr. Aber ich hab den Stream heute noch hingegeben. Warte. Ich geh in die Sichel. Ja. Ja, okay. Ich kann zugucken. Und was hast du heute den ganzen Tag gemacht? Ja, ich hab Hitman. Okay. 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 Und dann sitzt du wieder. Okay, Leute. Yes. Auffangbecken für die Dicken so. Ihr Walrosse, lasst euch nieder. Woo. Und dann ist halt, das ist so klasse. Weihnachten, ich liebe Weihnachten. Weihnachten ist schön. Ich mag Weihnachten so verbringen. Ist gut. Ich hasse Winter, aber ich liebe Weihnachten. Ich mag Weihnachten gar nicht, aber Weihnachten Stream ist edel. Das macht gut. Das macht Spaß. Ich mag die Zeit. Weihnachten ist super. Alle sind immer nett. Ab Oktober ist alles super. Ich könnte, glaube ich, diese Frage gar nicht so richtig beantworten. Jetzt so. Beziehungsweise, ich hab die schon häufig beantwortet. Bei mir geht's immer irgendwie in Richtung letzte Gamescom und was das für ein geiler Tag war. Also mein Highlight als Streamer. Einfach ohne Erwartungen hinzufahren. Sich über Twitter mit Leuten zu verabreden und ganz viele Leute sehen. Selfies machen. Autogramme geben. Das ist übrigens auch zu einer Frage. Ich hab tatsächlich ganze sieben Autogramme gegeben. Ich wollte gerade sagen, das waren acht. Was? Nein. Sieben. Autogramme gegeben. Nein. Das war lustig. Wenn man dann, wenn Leute dann ankommen und fragen, kann ich ein Autogramme haben? Und dann... Boah, das muss ja komisch sein, oder? Ein bisschen, ja. Aber es war die Gamescom. Das hat irgendwie, das war ganz lustig. Das hat irgendwie dazu gepasst. Ich wollte... Habt ihr Autogramme? Habt ihr Unterschriften? Ja. Habt ihr Autogramme? Könnt ihr sowas? Das war da das erste Mal. Mein Autogramm ist, ich nehm meine Arme, mach die auf, nehm den in den Arm, drück den einmal, High Five und dann sag ich, wer bist du? Alles klar. Und dann wird geschnallt. Das ist mein Autogramm. Ich schreib nur sowas drauf. Ich hab bei der... Das, dann werd ich mich auch mein Leben lang noch dran erinnern. Nee, nicht Pascal. Thorneid hab ich getroffen. Auf der Dreamhack. Das war der erste. Der tippte mich von hinten an. Ich wusste nicht, wer er ist. Arme auf. Rinn. Erstmal auf dem Rücken geklappt. So weg. Handgegeben. Und dann, wer bist du? Aber das ist mein Autogramm. Also, äh... Ich schreib kein irgendwas hin. Außer der möchte wirklich irgendeiner... Kannst du mir meine... Hey, 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 hey. Und morgen wischt ihr das wieder ab? Und dann kommt der andere, der muss auch draufschreiben. Den wisch ich deinen Scheiß weg. Nee, hab ich... Also, ich hab kein... Ich hab keine Unterschrift. So direkt. Ich hab eine Autogramm-Hurie. Hast du? Echt? Ja, hast du schon unterschrieben irgendwas? Oder wenn ich meinen Namen schreiben kann... Nee, ich hab... Das ist zu lang. Der echte. Und, ähm... Name. Und, ähm... Nee. Ich kann sowas nicht. Ich bin jetzt gespannt. Auf der Gamescom, wenn wir da alle sind. Also... Ich würd' sagen so... Bin ich nie geschrieben? Keine Ahnung. Wird auch glauben. Ich glaub, Hugs sind gut. Das ist ne gute Idee. Ich nehm' den roten Lippenstift mit. Unterschrift. Hier, bitteschön. Das ist alles da. Bella. Donna. Schreib dann, weil es holt sie hin. Ich schreib nur noch... Ich schreib nur noch... Giesi, 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 giesi. Sb. Nee, hab ich mir da nie drüber Gedanken gemacht. Sb. es gibt ja andere, die haben sogar Autogrammkarten so weit würde ich jetzt nicht gehen aber ich finde das ganz witzig wenn mich jemand fragt scheint in der Minecraft Community wohl Gang und Gebe auch zu sein guckst du dir so einen Stamm du gehst da hin und kommst mit keine einzigen mir spricht sowieso immer keiner an das ist immer cool ich hab immer so bei der Dreamag hab ich gehört wir haben dich immer gesehen, aber wir wollten dich nicht ansprechen dann denk ich mir auch so, okay cool, dann gehst du halt durch die Riesenhalle keiner quatscht, woher willst du mehr wissen, wer die Leute sind denn halt nicht ich seh das sehr entspannt ich hab hier zwei Fragen wollen wir weitergehen? ja sicher wir haben noch 1, 2, 3 hier fragt jemand ich frag mich immer an manchen Streamer ob sie nicht gesundheit ob die da Gesundheit darunter leidet wie ist das bei euch? und die nächste Frage ist seid ihr schon mal über zusammengeklappten Streamen wegen Übermüdung? also generell beantworten wir mal Gesundheit wobei ich dazu auch noch sagen muss jemand im Chat hat geschrieben ob man nicht so ein bisschen abstumpft war das glaube ich oder? also dass man nicht mehr gefordert ist irgendwie weil man den ganzen Tag Games spielt war glaube ich auch bei Twitter ich weiß nicht genau aber so lasst uns mal den Gesundheitsaspekt ansprechen da kann ich stundenlang drüber reden ich auch den Gesundheitsaspekt also ich ernähre mich normal also ich zieh mir Chips und Süßigkeiten und mal ein Energy-Getrink rein und ich gleich das aber außerhalb vom Stream dann wieder aus mit ja wir kochen ich esse auch mal einen Apfel was? die habe ich gar nicht gesehen letzte Woche doch die sind im großen Kühlschrank da waren Äpfel drin und toll und die Dinger die du da wo man die ich nicht mag wo man Apfelschrei machen kann wie heißen die Dinger? Stefan Paprika Paprikas Stefan guck mir jetzt genau in die Augen heb kurz deinen Kopf aus dem Kissen hoch ja das nächste Mal zeig mir doch bitte die Äpfel wo die sind Mensch die habe ich gar nicht gesehen danke Grigi warum machst du das? wetten wir das jetzt gleich auf jeden Fall haben wir Äpfel ähm Äpfel ja nö also wegen Gesundheit mache ich nö oder es ist ja gesund ernähren ich könnte vielleicht ein bisschen Sport machen ja meine Unterarme sagen yeah aber ansonsten oh Gott ich höre schon den Kühlschrank aufgehen mhm 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 bist du richtig gesund ernähren? was nein danke nein danke ich hab schon danke geh weg äh ja nö gesund ernähren ja ich schlafe genug ich äh ich nehme das jetzt mal zum gesund mit dazu ich ähm versuche so zwischen mhm mhm wenn ich keinen Besuch habe so zwischen ähm sechs und acht Stunden zu schlafen wobei die sechs Stunden die haben ja sechs acht Stunden Sport könnte ich mal wieder machen ich äh rauche nicht mehr so nö und wenn mein Körper sagt dass es halt nicht geht dann geht halt nicht wenn ich zu starke Kopfschmerzen habe weil ich mal nicht getrunken habe oder so dann äh geht das Stream vielleicht mal ein bisschen früher aus weil ich mich nicht so fit fühle mhm also ansonsten ich ich achte eigentlich oder die Regie achtet auf mich mhm ja die Regie achtet auf mich so mhm Tay Slebi wollt ihr zuerst oder Slebi äh ich äh ich achte nebenher halt auf Fitness also ich gehe halt momentan extrem viel auch zum Sport aber jetzt nicht aus den Gedanken heraus weil ich sonst irgendwann Rückenschmerzen kriegen könnte oder sowas so vorausschauend bin ich nicht ich brauche das einfach wenn ich den ganzen Tag hier hocke und auf dem Bildschirm starre ich würde einfach Kirre werden wenn ich nicht einfach irgendeine Aus äh 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 hätte andererseits also körperlich ich würde mich wahrscheinlich erschießen irgendwann wenn weil wie gesagt ne dieses dieser dunkle Bereich im Hirn der wird halt größer und durch Sport kann ich den halt ganz ganz klein machen und da brauche ich einfach diese Endorphinausschüttung und deswegen momentan jetzt seit so in Richtung Frühling geht äh also seit vier Wochen glaube ich bin ich jeden zweiten Tag im Fitnessstudio und äh hab mich komplett ausgelaugt tatsächlich teilweise also ich hab äh und das passt zur zweiten Frage die wir ja gleichzeitig glaube ich beantworten wollten ne ähm ob wir schon mal zusammengeklappt sind ich bin nicht zusammengeklappt im Stream um Gottes Willen ich stream ja nur so fünf bis acht Stunden je nachdem wie fit ich mich fühle äh aber ich ich hab letzten Montag glaube ich war das äh hab ich gestreamt und plötzlich äh hatte ich so ein Gesichtsfeldausfall bin ich fast blind geworden äh im Stream Migräne? ja dachte ich auch erst aber ich hab ja einfach eigentlich keine Migräne und das war auch keine Aura oder so ich hab danach keine Kopfschmerzen so oder so bekommen das war wohl ich hab dann Doktor Google gefragt und nachdem ich ähm die Diagnosen äh Krebs äh ähm ALS und MS und sowas alles schon hatte äh unten stand dann das ist wohl ganz normal wenn man viel auf dem Bildschirm start und so das ab und zu mal für eine halbe Stunde einfach nee ich war nicht blind es war einfach so dieser blinde Fleck war einfach erweitert und ich konnte einfach nicht mehr den Chat lesen und deswegen musste ich dann einfach Schluss machen dann hab ich mich ins Bett gelegt ich war unterzuckert verkatert und ich hatte einen Muskelkater also ich hatte bei mir war alles zusammengekommen und ähm deswegen das war so das einzige woran ich mich nicht erinnern kann ähm möchtest du ein Stück haben? ich hab danke okay gut dann reiß dir mal ein Stück ab sag mal warum habt ihr da reiß dir mal ein Stück ab nicht dass du gleich anfängst zu weinen Mensch mein Eimer ist ja gleich voll bei dieser emotionalen Geschichte ja du ich will mal sehen wie du reagierst wenn du plötzlich den Chat nicht mehr lesen kannst äh auf einem vier Bildschirm der ist so groß das geht schon that's what she said jedenfalls ähm hab ich dann pff ausgemacht oh man Slebi ja ähm und was was war ich achso nee ähm aber ich achte halt auf jeden Fall darauf nur halt eben nicht aus dem Gedanken äh ich möchte keine Rückenschmerzen später bekommen sondern einfach weil ich das brauche nebenher um nicht kirre zu werden einfach eher von der Mentalität also vom Kopf her weniger jetzt weil ich Angst hab irgendwie ne körperlich so du zuerst hey oder du guckst mich grad so guck mich an Baby guck mir in die Augen kleiner ich überlege grad ob ich überhaupt was dazu sage aber mach du mal du kannst auch schieben wenn du sagst ich verweigere meine Aussage ist das so also bei mir ist das so ich treib meinen Körper an die Grenzen da geh ich auch recht äh offen mit um ich hab zwei Jahre gar nicht geschlafen bis überhaupt nicht hab mir den Arsch aufgerissen Stress sowieso ständig weil du musst ja dein Pensum erledigen oder auch nicht also man hat ja immer so aufgrund der Tatsache dass aufgrund der Tatsache dass äh deutsche Zuschauer ein bisschen anders sind von der Mentalität her äh muss man ihnen beweisen dass das ein Job ist dementsprechend arbeitet man hart so sehe ich das zumindest und ähm das geht gesundheitlich an die Grenzen also ich glaube ich hab zwei Jahre keinen oder mittlerweile zweieinhalb wir gehen stark auf die drei zu jetzt genau wir gehen drei Jahre drauf zu ich hab wenig Sonne gesehen ich war draußen ich geh jetzt mehr raus ich achte mehr auf mich selber ähm also ich merke wie der Körper schon vermosert ist verkorkst also Muskelschwund und sowas an den Beinen zum Beispiel merkt man das halt sehr ähm aber das kann man später alles alles vorbeugen also man ist natürlich ähm also ich sag mal es gibt noch extremere Menschen die halt danach noch unterwegs sind und hier und da und tralala das mach ich natürlich nicht aber ähm man ist schon unter Strom ich will nicht sagen dass das jetzt ähm ähm dass das jetzt schlimm ist oder so aber das muss jeder für sich selber wissen ich mag's gerne ähm ich mag's gerne wenn du dich selber zu deinen Limits hinpuscht ich kenn gerne meine Grenzen und äh ich hab einige schon kennengelernt aber noch nicht alle also meine 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 persönliche Grenze ist zum Beispiel 100 Stunden in einer Woche stream dann wird's gefährlich also äh das hab ich das hab ich schon gemacht danach wird's gefährlich dann die Grenze hab ich kennengelernt wenig Pennen hab ich kennengelernt also ich schlaf immer meine 8 Stunden mindestens äh wenn ich keine 8 Stunden schlafe sag ich den Stream ab oder eine Stunde später das ist meine Regel und äh ich wollte demnächst Sport machen ich hab wieder angefangen zu kochen kein Instant Food mehr zu essen hab ich auch zwei Jahre gemacht nur 5 Minuten Terrine und so ein Scheiß komplett Magen kaputt gemacht also nur Sobrennen etc. pp äh aber das das bleibt nicht also für mich bleibt das nicht aus ich hab das halt alles leeren durch Schmerz sagte man weißer Mann und äh no pain no gain no pain no gain so sieht's aus und so so ist aber auch wirklich meine Philosophie die hab ich mir vom Sport äh damals mit hergenommen für mich ist es wirklich no pain no gain und für mich ist pain wichtig weil pain ist treibt an und äh allerdings gibt's guten pain und es gibt schlechten eben genau ja aber schlechter pain also das ist wichtig ich mein ich bin ja ähm ein bisschen Ü30 und äh ein bisschen ja Entschuldigung 28F bitte äh äh hat nicht gerade wirklich gelacht hey hör auf zu lachen Mann ja dann weiß man halt schon ne dann hat man schon so manches ausgelotet also ich ich muss halt noch mehr gucken ansonsten würde ich mich hier also wenn wenn Stefan nicht nach mir gucken würde würde ich hier wahrscheinlich muss ja ist so ja ist so da muss ich da kann ich gar nicht ich merke das manchmal mache ich so ja voll abgeklärt ich ernähre mich gesund also ich ernähre mich und so aber wenn ich Stefan nicht hätte ja ich glaube ich würde nur ich würde nur schlafen aufstehen waschen streamen schlafen aufstehen waschen streamen das wäre würde ich so durchzunehmen ich würde es Wochenende streamen ich würde immer also ich bin ganz froh dass ich da Stefan habe und auch schon eins weil man kennt das alles ja von sich selbst man muss sich ja mal an die eigene Nase greifen mein Mann hält mich da ganz gut ist gut so also ich bin leider manchmal die Streamer die ohne Camp streamen bei denen kann das Waschen wegfallen tatsächlich ja die machen auf setzen nicht hin und fangen an zu streamen und keiner keinen stört ob die jetzt irgendwie komisch aussehen oder nicht aber Haare nicht machen ja ich muss aber auch dazu sagen ich glaube als als Streamer muss man sich dafür gar nicht schämen man muss sich dass man so viel aufgibt man gibt so viel auf einfach für den Job man gibt man da fällt oh ich weiß gar nicht wie viel da wegfällt Privatleben was ist das Privatleben du hast kein Privatleben du kannst Sachen nicht verstecken und das ist halt ich zum Beispiel wisst ihr weil jemand gesagt hat das eben gerade auf dem Chat geschrieben ich bin ehrlich soll ich euch das jetzt vorlügen soll ich euch jetzt sagen also ich sitze zweieinhalb Jahre am Rechner im vierten Stock ich habe keine keine Wadenprobleme Muskeln sind immer noch super gut drauf natürlich also klar das Ding ist halt das kann man nicht das kann man nicht verheimlichen ich hatte eine Muskelverkürzung habe ich das erzählt ja wenn du eine Zeit lang die Muskeln nicht richtig benutzt das passiert bei den Füßen dann konnte ich das habe ich letztes ja ja okay okay da hatte ich anscheinend geht das ganz ganz schnell wenn man die Muskeln nicht immer wieder benutzt und so dass sich die Muskeln verkürzen und ich habe im Fuß also warte was habe ich an schwarze Socken hier in dem Bereich konnte ich den Fuß nicht mehr ganz strecken oder anziehen wenn ich mich so auf den Fuß setze hat das geschmerzt wie die Hölle und ich musste ein paar Wochen lang immer Zehenspitzen und auf die Fersen wenn ich mir die Zähne geputzt habe habe ich das gemacht und so das ist durchs Streamen passiert das kommt hätte ich das jetzt erzählt hätte ich wieder die Küchenrolle bekommen ich habe nicht gewusst dass das so schnell geht also relativ schnell also ja Muskelverkürzung aber auch beim Sitzen ja eben nein das wegmachen das trainieren also ich mache das ganz schlimm wenn ich jetzt so sitze dann habe ich meistens meinen Fuß so drauf auf den Boden und dann einfach die ganze Zeit widmen mit den Beinen hoch und hoch drauf ich spanne immer alle Muskeln an also meine Oberschenkel ich mache das immer so im Wechsel das trainiert auch Muskeln das wisst ihr also wenn wenn man zum Beispiel so macht die ganze Zeit das trainiert halt auch das mache ich jetzt aber auch erst wieder habe ich auch damit angefangen das sind also wisst ihr ich meine das machen andere Leute im Büro ist auch also es ist ja nicht nur ist ja nicht nur wir die werden euch das nur nicht erzählen oder die Leute reden da nicht so drüber aber ich denke warum sollte man sowas verheimlichen also sonst wären wir ja nicht Streamer eben also ich bin auch fett geworden im Stream das kann man live sehen wenn einer jetzt ein halbes Jahr wegkommt kommt wieder wow bist du fett geworden das ist aber auch der Wohlstand wisst ihr das ist halt wenn man ist halt so ich meine ich bin ganz ehrlich Leute ich lebe jetzt besser als früher natürlich weil zu Ständenzeiten habe ich mir das weggelegt um ein Jahr frei zu machen und ich ich esse jeden Tag vernünftig koche mir was natürlich werde ich fett oder ich esse auch ein Eis oder sonstige Sachen weil ich darauf nicht mehr achten muss weil das ist mein meine Freizeit so und dann wirst du halt mal dick also was was ne das ist halt dein Körper leidet natürlich da drunter weil das ist halt kein Spaziergängchen ja das ist nicht acht Stunden arbeiten Feierabend und dann ausruhen und Urlaub fahren oder was weiß der Geier sondern durchpuffen was jetzt nicht heißen oh Gott jetzt habe ich wieder was gesagt was nicht heißen soll dass andere Jobs nicht so anstrengend sind die sind auch anstrengend okay ja schwierigster Beruf der Welt ist Mutter ja das wohl wäre ähm es gibt die vier ähm vier Lichtblübierentheorie die was die vier Licht äh Glübierentheorie die vier Glübierentheorie ähm also vier Glübierentheorie also vier Glübierentheorie die erste ist Beruf die zweite ist Partnerschaft die dritte ist ähm Freunde glaube ich und die dritte ist gesund äh vierte ist Gesundheit und man hat halt nur jeder Mensch hat halt nur eine bestimmte Anzahl an ähm ähm an Energie und man muss sich halt überlegen in welche Glübieren halt man äh den höchsten Anteil oder wie viel Energie man halt in jeweils die Glübieren halt abgibt und es ist äh nie eigentlich ideal nur eine Glübierentheorie am Leuchten zu halten und alle drei einfach komplett äh dunkel sein zu lassen ähm das sollte man auch nicht vergessen aber andererseits muss man auch sagen alle alle weiß ich nicht Genies alle ähm Pioniere die ähm man aus der Geschichte kennt haben eben genau das nicht verfolgt sondern haben es halt eben ähm halt nur auf eine Sache gelegt aber dann muss man halt auch mit den Konsequenzen leben können natürlich das darf man dann auch nicht vergessen möchtest du eigentlich selber noch antworten Tay ja denn ich kann ja einfach sagen äh ja Gesundheit also Schlaf und Trinken keine Ahnung was das ist ähm ich hab leider äh jetzt auch vor zwei drei Monaten selber herausstellen mussten dass ähm Schlaf doch irgendwie ein bisschen wichtig ist und dass sich irgendwann der Körper merken da bin ich ja on sleep ist ja auch kein Geheimnis weggeklappt Bildschirm schwarz äh weggeklappt mitten im RP ähm Lachanfall gekriegt schwarz vor Augen weg aufgesetzt weitermachen wurde aber dann dann bin ich schlafen gegangen ähm Problem das größte Problem ist Trinken ich trinke viel zu wenig beim stream viel zu wenig und äh ist auch schwer in den Griff zu kriegen und ähm ne darf ich dir einen Tipp geben ja schaff dir einen Soundbordbefehl an dafür dafür würde ich dir sogar mein Geheimnis verraten wie das funktioniert dass du dir einen Befehl äh dass irgendein Sound dich anschreit ich spreche dir das auch ein mit Kompressor dass ich dich anschreie trink was und dann darfst du was trinken und das dürfen deine Subs auslösen mhm okay das hilft ja ja und du trinkst irgendwann automatisch das haben alle also ich kenne viele Streamer die das haben einfach nur du kannst das nicht machen also schlafen echt schlafen und trinken essen ich meine essen ist egal wir beide haben Reserven aber schlafen und trinken das ist wichtig das kannst du nicht machen ja und deswegen muss ich jetzt auf eines von beiden aufgeben ne und da hab ich mir entschieden halt das eine aufzugeben wegen Schlaf ähm weil bei mir war das also die letzten sechs Monate eigentlich seitdem ich die Partnerschaft habe war das eigentlich so meistens so 13 Stunden Arbeit gehabt trink doch mal was wollen wir anstoßen du trinkst doch mal ja dann hol dir schnell was wir stoßen jetzt alle an hol dir was zu trinken ich müsste jetzt Leitungswasser ne ja ist egal hol dir was zu trinken ne jetzt nicht was ich denk wir wollen anstoßen diskutierst du jetzt hier rum oder was ja na los jetzt wir warten ne ich hab nix hier ja dann musst du dir was holen ja hab ich auch nicht ah okay dann nicht dann äh ist im Auto hä ach ja er hat nur Wurst im Auto Wurst ach man kennst du dieses Problem wenn du einkaufst ein Sixpack hast Wasser und äh Einkaufstüten was nimmst du mit beides mit Sicherheit nicht doch dann nimmst du das eine mit das Essen trinken holst du später hallo oh Stefan macht das auch und dann denk ich immer trinken holst du nochmal dann bist du oben dann ah holst du nachher und jetzt trinkst du nix aus der Wand oder was hab dir da in Buchsehude kein Wasser aus der Wand oder was nee ey ich kann Wasser ohne Kuhnsäure nicht was nee er muss in den Augen drehen muss wenn du mir nachher bei Twitter nicht ein Beweisfoto schickst dass du heute Abend in dem Hemd mit der Friese an dem Platz noch was trinkst komm in der Buchsehude und dann baue ich dir ein Schlauchsystem in deine Wohnung und taggele dir das am Ballon ran selfcom mach ich Twitter ich dir nachher okay ähm gut außerdem kann ich grad nicht aufstehen ähm wieso hast du gepupst ne keine Hose an ferkel das ist es und gepupst achso ich wollte nicht sagen er kann sich ja nicht aufstehen ich wollte nicht sagen was wollte ich denn sagen ach ja das war so so halt die letzten Monate halt so 13 Stunden gearbeitet dann noch 4-5 Stunden vielleicht gestreamt noch so ein bisschen 4 Stunden gepennt wenn maximal dann wieder los 13 Stunden gearbeitet dann nochmal 5 Stunden gestreamt und so weiter und so fort dann war irgendwann RIP und ähm ja und ja das andere ganze Schilddrüse RIP und das letzte Mal wo man gescheites äh einen Stoppwechsel hat da gab es noch die D-Bank ne ja ist lang her also daher aber das wird jetzt wenn ich das hier Fulltime mache habe ich wesentlich mehr Zeit hört ihr vielleicht nein nein doch ja ja natürlich wie das vorher bei mir war ja doch hast du schon mal was von Geteiltschicht gehört ja ich bin morgens um 3 aufgestanden bis morgens um 8 dann nach Hause 3 Stunden mittags wieder los bis abends um 9 und dann noch Streaming bei unterhalten RIP RIP ja dann äh dann geht es doch jetzt auf ja am Montag geht es los Kardiologie dann ist doch gut bist du auf dem Weg der bessere und wird der Stream vielleicht dann wird der Stream vielleicht noch besser ich meine doch noch besser kann man sagen er ist gut dann wird der noch besser ja das kann man sagen ich weiß nicht warum du so dicht an der Kamera sitzt wollte ich auch nicht hat die sie gemacht was warum du so dicht an der Kamera ja das Ding ist halt Leute das ist echt nicht einfach das da rein zu kriegen dass das da passt ja weil hier also im Stream was ihr seht ist so Verhältnis von von HD ja also von der Seitenlänge und hier in in Skype ist das viereckig so und dann kriegt man drei Visagen mit drei verschiedenen Kameras da rein meine eigene ist Wumpe aber wisst ihr also ich kann euch das ja mal aufnehmen das ist ein schmaler Grad zwischen Wahnsinn verrückt sein und Idiotie den Versuch das da überhaupt vernünftig hinzukriegen von daher seid zufrieden dass ihr die Visagen überhaupt sehen so hello sonst mach ich die aus wow alles klar was ging was ging denn euch vor als ihr Twitch Partner geworden seien war der schönste Tag meines Lebens der Nachbar hat es auch mitgekriegt ding 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 das das aber fang mal an das ist ne mach du mal ja ja du zuerst jetzt also ich hatte ja eigentlich nie vor Partnerschaft zu machen und da hatte ich so lange ne hatte ich wirklich nicht vor hatte ich wirklich nicht null ich hab mich nie beworben obwohl ich schon das war ja erst vor kurzem und ähm hab Sonntag einfach mal da rumgeblättert Dashboard hab's mir nie angeguckt was es da so alles gibt und sie Partnerschaft Bewerbung muss ja ein paar Sachen da ausfüllen ne hab ich am Samstagabend gemacht äh Montag da drauf den Montag zwei Tage später krieg ich dann die E-Mail ja passt und also die Kehle war mit draußen beim Schreien hätte ich nicht gedacht ich hab mich gefreut wie sonst was hab's einfach auch nicht verstanden und ähm ja obwohl man nicht da drauf hingearbeitet hat das war doch die Frage oder ja ja genau ich wollte immer das ich ich hab jetzt nicht wirklich drauf hingearbeitet weil ansonsten hätte ich mir ein Spiel ausgesucht hätte mich da voll drauf versteift und wäre da ähm aber wollen doch ich wollte immer Partner werden Salli wollte immer ja ja super danke äh ich wollte das immer und ähm ich hatte mich äh vorher schon zweimal beworben ähm wurde äh zweimal abgelehnt beim einen Mal hieß es dann hab ich eine eine Timeline und dann hab ich mich noch mal beworben und dann hat's geklappt und dann hab ich nur noch gemacht und das ist leider das ist noch so frisch dass ich ähm das ist wirklich noch so frisch und es ist gerade so viel passiert dass ich noch nicht ich bin ich bin ja noch in meinem ersten Monat also ist ja gerade erst ich glaub vorletzte Woche passiert ich bin noch ganz ich hab's noch nicht so ganz realisiert also so so manchmal sitz ich noch da und sag Schatz ich bin Partner es ist echt äh ja ich freu mich äh wie doof so ja ungefähr so wie ich jetzt reagiert hab so war das auch bei der Partnerschaft also ich hab ähm ich seh das immer so für alles was ich äh was ich erreiche arbeite ich hart das ist nicht äh irgendwelche Vorfreude oder sondern harte Arbeit warum soll ich mich darüber freuen äh ich seh das heute noch so ich hype ich hype nicht ich hype gar nichts und äh ich hab da nichts gehypt und äh ich war am April glaub ich erst April wurde ich gepartnert oder so ich hab nicht mal von meinem Subbutton gewusst da haben schon welche gesuppt so ungefähr ich hab den Stream angemacht und äh ich glaub kurz vorher so 10 Minuten vorher hat mir jemand gesagt ja da ist äh da ist jetzt der Subbutton und dann war's das so also ich weiß nicht irgendwie mich nimmt so eine Sache nicht mit und ich feier das auch nicht so hart und äh ich feier lieber so andere Sachen dann richtig ab so Spiele und Momente in Spielen wo ich dann harte Nippel krieg und dann so kissy 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 und äh und äh ich weiß nicht das bringt mir mehr also ich muss ich muss ganz ehrlich zugeben ich mag's echt lieber Menschen so positiv was mitzugeben als sowas zu hypen weil ich weiß nicht die richtige Freude an einem Spiel oder an einem Moment an was Lustigem finde ich besser als äh yeah wir haben jetzt die Button natürlich ist das gut natürlich ist das geil wenn dir wenn dir 50 Leute am Stück einen Sub reinballern natürlich klar aber ich möchte und das habe ich auch immer gesagt ich möchte dass Leute mich lieben wegen Spielen und nicht wegen sowas und deswegen habe ich da gar nichts gehypt habe ich eiskalt runtergespielt ich hatte ich hatte schon alles vorbereitet weil ich das wusste dass es passiert ich hatte ich habe die Subalerts alles fertig gehabt ich habe die Sounds alles schon fertig gehabt ich habe gewusst wie ich sie alle nennen werde ich hatte alles fertig war drauf vorbereitet weil ich arbeite für sowas also so auf finanzielle Basis Unternehmen geschäftlich bin ich immer vorbereitet und trotzdem freue ich mich natürlich innerlich innerlich ist das so abends gehst du ins Bett und sagst ja hast du was geschafft okay morgen geht es weiter also so es ist ja nicht es geht ja nicht um den Subbutton oder Werbung oder so für mich ging es einfach um um diese Probleme mit der Qualität zu übermitteln weil ich da massive Probleme hatte wie ich das auch schon nicht mehr hören kann ja also ich will ja nur den Transcoder haben den Transcoder na gut du hast na okay du hast Schwierigkeiten gehabt ich habe Schwierigkeiten ich habe damals schon mit 3, 5, 4 rausgehauen und wenn ein bisschen Auslastung war warst du da als Non-Partner halt wirklich nicht so goodbye aber du hast Transcoder nicht gekriegt abends? echt? Transcoder gab es auch vor Frieden das weißt du ja bestes Transcoder sind die Qualitätseinstellungen achso Sourcebatten ja nee nee darum ja kam ich ja nie drauf als Non-Partner mit 100 150 Leuten habe ich keinen eben das meine ich ja den hast du abends nicht gekriegt habe ich nie gekriegt so und wie gesagt das Puffern und da ich immer 60 FPS Fan bin muss ich halt immer ein bisschen mehr im Bett nehmen und alles und ja sowas halt wesentlich besser ja ja ok dann was haben wir denn noch hier im Angebot wie waren eure Anfangszeiten auf Twitch oder in Twitch auf Twitch habt ihr euren Werdegang so bekommen habt ihr euren Werdegang so kommen sehen habt ihr euren Werdegang so kommen sehen wie waren eure Anfangszeiten aufregend ne also das die Anfangszeiten waren die in denen man halt ins Schwitzen kommt das sind halt die aufregenden Zeiten in denen alles noch neu ist und man mit nix klarkommt ja ich find's heute noch aufregend mhm wenn ich wenn ich vier Tage fünf Tage nicht streame ist das für mich der du findest auch nicht mal aufregend wenn du ein Subbutton bekommst aber jetzt plötzlich ist wieder alles aufregend oder was ja aber das Stream hast du vorhin nicht zugehört ich hab das Stream selber meine ich ist aufregend also ich find's ich werd gemobbt ne aber ja das find ich nicht also da hast du da hast du schon recht aber so den Stream find ich immer aufregend weil man ja natürlich ist es aufregend aber es ist halt die Anfangszeit war halt super aufregend da hat man einfach so uah weißt du was ich meine ja aber es ist ja trotzdem aufregend oder nicht auch wenn du ohne Camp streamst also allein der Weg in einem Monat von null auf zehn Viewer fand ich war schon krass das war der weiß ich nicht also kann man mit nix vergleichen finde ich also ich kann's aber das bei mir so kauf dir mal größere schultern das ist ja gar kein Angebot für die miesige tut mir leid ja passen keine drei rauf das passt doch nicht mal eine drauf ich muss gucken dass ich diese schwabbelarme nach hier oben bekomme das wäre super so schwabbel schwabbel da könnten die Katzen drauf sitzen und klingt aber ja also ich habe das nicht sehen gekommen sehen dass das so ist wie heute ähm gar nicht also ich hätte niemals mit meinem Platz in der Community gerechnet glaube ich da wo ich stehe also ich also ich denke mal so ein gewissen ohne das jetzt komisch zu sagen aber mit einer mit einer ehrlichen Antwort ich glaube so einen gewissen Platz habe ich mir erarbeitet der nicht mehr ganz unten ist und nicht so behandelt wird ähm das aber wie gesagt hätte ich nie kommen sehen meine Anfangszeiten waren mehr so ja machen wir mal und dann ist daraus geworden okay Vollgas und dann Vollgas und jetzt ist immer noch Vollgas das ist meine Antwort darauf Anfangszeit ja das ist mal so wie jetzt nicht ich glaube das sieht aber keiner kommt hier hin und sagt ich fange jetzt an zu streamen und in ein paar Monaten habe ich so und so viele Zuschauer und so die gibt's schon was gibt's schon die Leute ja okay dann so weit war ich jetzt nicht ich habe dann angeschmissen habe mich gefreut dass Leute so gesehen haben und dass man sich unterhält und dass immer wieder die gleichen da waren und ja die Community halt so aber ich habe das so nein das habe ich so nicht kommen sehen ich war der Meinung für harte Arbeit rentiert sich aber das hier ist ja schon was anderes ist und dass so viele menschen dann immer wieder da sind hätte ich so nicht kommen sehen können hätte ich so nicht kommen sehen können stimmt das gut wir wissen was du meinst ja dann ist gut ja bin ich ja ne ist klappi ne oder war schon ich habe schon war schon aber ich glaube ja ich glaube keiner hätte es so kommen sehen können wie es ist denke ich mal ich genauso wie nicht und ja was soll ich dazu sagen ich glaube richtig realisieren tut man das erst wirklich viel später selbst wenn das jetzt so weiter geht und wenn man Hype hat oder noch weiter gehypt wird mal gucken und keine Ahnung wie sich das entwickelt ich glaube ich habe das jetzt immer noch nicht realisiert dass es so läuft keine Ahnung was ich dazu sagen soll einfach weitermachen und gucken ich habe wie gesagt ich habe damit nie gerechnet ich habe auch nie damit gerechnet überhaupt eine Partnerschaft zu kriegen ich habe damit nie gerechnet dass nebenbei das mit dem Projekt auch so läuft keine Ahnung damit rechnet man dann einfach nicht daher finde ich die Frage ja komisch aber da war gerade eine Frage im Chat dazu ob man sich nicht am Anfang doof vorgekommen ist für null bis drei Leute oder für null Zuschauer halt zu brabbeln da muss ich sagen das war eins der wie sagt man der Reinwaschungs Momente quasi wenn du das einmal beherrscht dann kann dich sowieso auf Twitch nichts mehr erschüttern und das muss man tatsächlich lernen weil am Anfang außer du kommst jetzt gerade von YouTube und hast da schon ein paar Subscriber halt die du mitnimmst und hast von Anfang an direkt irgendwie Zuschauer musst du halt mit null Zuschauern anfangen oder einem oder zwei oder drei und dann das ist ganz normal mein Tipp ist dann halt dir vorzustellen du bist Radiomoderator der weiß auch nie wie viele Leute ihm zuhören eben ja das ist gut also meine Einstellung ist noch heute bei mir gucken nur zehn Leute zu maximal ich weiß nicht wie viele da sind erst im Nachhinein ich will echt nicht ich will nicht mal dass mir keiner sagt wie viele vorhin hat auch ich glaub Sire oh schön dass 800 Leute sich das angucken wen interessiert denn das wie viele Leute dazugucken wir sind einfach nur vier Leute die sich unterhalten alles andere ist Wumpe den Rest könnt ihr dann textlich dazu beitragen und eure Fragen stellen also es ist so ich weiß nicht viele machen sich da viel zu viel Panik irgendwie und also ganz ehrlich wenn man sich schon mit diesem Gedanken rangeht und sich irgendwas rausleiern muss wird man sowieso nichts das Ding ist halt du kommst in den Stream rein du hast einen Plan du machst hey du machst den Ende und dir ist das scheißegal was daneben her passiert so und dann bist du dann machst du dein Ding egal ob da null sind oder zehn sind oh Gott zehn sind ob da zehn sind der war schlecht Entschuldigung ob da zehn sind aber das also sollte nicht interessieren ich fand das damals total als dann so die ersten Sachen so im Chat aufgeploppt oh mein Gott da ist ja jemand ich hab eben ohne Cam geschrieben und oh und ich hab Lord of the Fallen so ein ganz ganz ein RPG was ein bisschen schwieriger ist als andere und oh da schreit oder fragt jemand was über das Spiel so oh gut aber ansonsten ich hab einfach geredet und wenn da mal jemand was im Chat geschrieben hat dann hab ich darauf geantwortet und weiter geredet ich weiß nicht wie viele am Anfang da waren ich weiß auch heute oft nicht wie viele da sind aber im Nachhinein gucke ich schon ich meine es ist schön dass die Leute zugucken das ja ungemein schön aber währenddessen du streamst willst du das gar nicht wissen weil das gar keine Rolle spielt ob da also für Streamer an sich selber sobald du anfängst auf Zahlen zu gucken ändert sich dein Verhalten du siehst wenn Leute gehen also drehst du wieder auf du siehst wenn zu viel wenn viele Leute da sind machst du ruhig und so ist das immer so eine Berg- und Talfahrt finde ich oder wenn du ein Host reinkriffst ich seh zum Beispiel wenn Tay seine komischen äh seine komischen sag ich schon oh Leute seine komisch hallo du weißt gar nicht was ich sagen wollte seine komischen Raids macht zwischendurch das wollte ich sagen Kollege Schnürschuh dann rammelt das aber auch ganz schön im Chat und dann dann ist das egal wie viele Leute das sind oder ob er da ein Host reinballert oder was weiß der Geier das passiert einfach das ist äh Mumpitz und Bumpe und das sollte auch nicht interessieren denn Streaming ist Entertainment und nicht Monitoring Möcht keine dann machen wir weiter haben glaube ich alle ne ich habe ja äh ist es ein Nebenberuf wenn man streamt ne ne Leidenschaft Leidenschaft ja wenn du Vollzeit bist bist du Vollzeit nicht Nebenberuf aber das äh da kann ich Plankenschnack äh eins bis vier glaube ich eins bis drei da wird das alles besprochen oder Ausgabezeichen streamen im Chat da kann man das dann auch einmal sich angucken weil das sind Fragen die dauern wirklich lange und das ist nicht böse gemein äh Frage an T äh wirst du denn jetzt auch Wolfenstein spielen ja aber das das neu das 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 äh die Perle die Perle du die Perle hast du gesagt die Perle ich freu mich drauf ähm habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht eine In-Call Folge zu machen sprich Themen mit Viewern besprechen nicht mit Gästen bitte nochmal äh ob wir darüber nachgedacht haben Leute einzuladen in den Stream und mit denen zu sprechen anstatt eines Gastes also quasi drei Leute von uns und dann ein ich dachte ich dachte die Frage war so gemeint wie du letztens einen Stream gemacht hast wo nee das wollte ich jetzt sagen das hab ich schon mal gemacht ja hört auf Leute das ist zum Beispiel so ne das ist zum Beispiel ne Sache äh manchmal ist das cool hört auf Leute und manchmal ist das nicht cool und jetzt gerade ist es äh nicht mehr cool weil Leute wollen sich mit uns unterhalten und ihr spammt das da raus gerade das ist richtig ich meine ihr könnt das ja gerne nachher am Ende Leute am Ende mache ich euch sogar noch ein Lied an wenn ihr das möchtet aber jetzt dürfen wir könnt ihr aufhören bitte das wäre echt ne weil sonst sonst gibt es Timeouts und da ist fackelt keiner lange die werden gleich übertragen die werden synchronisiert mit einem anderen Kanal nichtsdestotrotz die nächste Frage würde ich sagen was kann man zukünftig von euch erwarten sind neue Projekte geplant ich würde euch gerne mal in einem Pen and Paper Abenteuer sehen oh das ist auch ne geile Idee so Dungeons and Dragons ich hab ja mal vorgeschlagen Brettspiele Plankenspiele sozusagen ja da müsste man ja irgendwo hinfahren und sich da treffen nein nein Tabletops nein ach wenn dann machen wir das richtig ne wenn dann machen wir das richtig Sadi ich hatte das auch überlegt ob wir das bei dir machen aber du hast damals es noch nicht gehabt und ja und ich hab echt überlegt ob wir also ich möchte das gerne machen ähm ich bin sowieso ähm am überlegen mal ein paar Leute zu besuchen ich wollte ja Igay irgendwann nochmal besuchen ich glaub Tej steht jetzt auch auf dem dann kannst du auch bei mir vorbeikommen eben also mal so durch die Gegend düsen was ich hab grad gesagt ich würde dich irgendwann besuchen mal einfach so einfach mal rumdüsen und dann solche Sachen machen also ich hätte also ich hab das so schon in der Form mal im im Gedanken gehabt aber richtig so Brettspiele im im realen Leben und nebenbei schnacken so wie jetzt aber denn mit Zeug davor liegen und so mhm das wär halt mal cool halt nicht immer nur Gaming Content also ich möchte weg von diesem Gaming Content jo da bin ich auch momentan so also wenn ich mich mit dem Backen noch äh ich bin echt am überlegen das wär das wär schon nicht schlecht und eventuell ne erzähl weiter ich dachte wir sind fertig ja ne ja so ne endlospartie Risiko ich glaub ich oh ich hätte sogar noch einmal Herr der Ringe Risiko glaub ich da gehabt da siehste hab ich glaub ich noch nie gespielt ich glaub ich ja ich ja Brettspiele Risiko dein Ernst ja Risiko ist super hast du nie gespielt doch aber das was ich da hab ich hab mir das mal gekauft weil ich's haben wollte und dann mit wem soll ich das spielen mit mir mit Stefan und mir mit der Redaktion ja mit zu zweit macht das aber nicht so Spaß hast du noch drei Katzen wow ich hab fünf ne fünf ja logisch wow wenn's mal nicht so läuft hm ne oh Gott ihr müsst ihr müsst wieder reconnecten schnell 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 jetzt muss ich drücken reconnect vier Stunden sind das schon ja oh Gott oh Gott warte komm jetzt sind wir wieder eine Minute dunkel ja es dauert einen Moment Leute oh oh nein Salih kommt wieder ich bin da oh Gott Salih kommt wieder bitte ich krieg das doch 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 hier hallo ah warte 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 nein ich krieg das hin professionell einfach professionell weitermachen einfach professionell weitermachen einfach abtun ich ähm was hast du denn geplant so bei dir in Zukunft Salih in deinem Stil ähm eventuell noch mal was mit ähm handwerklich hier ein bisschen häkeln mal am Wochenende mal so ein Jani basteln und äh was ein Jani und was so ein Wollmanschki Salih kannst du zurück connecten bitte ich connecte ja was ist das irgendwann ich bin dabei jetzt ich kann warte so oh jetzt ist oh man ey die ist auch wieder weg ja jetzt dafür sind wir jetzt wieder hell wir sind ihr seid hell aber Salih ist nicht da einfach weitermachen einfach weitermachen macht einfach weiter erzählt ihr mal ich guck mal ob wir das hier hinkriegen also bei mir sind halt viel ich plan zu kochen ich ich werde mir regelmäßig hab ich mir so einen Tag überlegt wo ich mit Viewern gemeinsam die ins TeamSpeak einlade und dann quatschen mit ihnen und äh was jetzt und das ist ähm das ist äh geplant oh man äh Geb darf ich kurz deine Frage aufgreifen du verstehst nicht was ich sage du hast absolut nicht verstanden was ich sage und deswegen solltest du zuhören wenn ich rede ich hab gesagt das ist egal wie viele Leute da sind und du bist äh von deinen Subs abhängig richtig aber währenddessen du streamst bist du nicht davon abhängig wie viele Leute da sind und das hab ich gesagt es ist völlig Wumpe und äh irrelevant wie viele da sind für dich selber während du streamst und ich hab nicht gesagt wie viele Subs ich hab ist egal das hab ich noch äh in keinem gesagt und du hörst nicht richtig zu mhm absolut nicht und da kannst du gerne zurückspulen und das zitieren wenn du möchtest ich hab gesagt ich hab auf keinem Bildschirm das zu sehen und das sollte dir auch nicht äh wie wahrscheinlich auch viele andere dir das bestätigen werden ist das irrelevant weil das keine Rolle spielt für dich selber in deinem Kopf das hab ich gesagt und nichts anderes na Sally also ich glaub du hast da nicht wirklich zugehört tut mir leid Minion einmal zurückspulen und nochmal anhören oder in allen anderen äh Plankenschnack 1 bis 3 Ausrufezeichen streamen da kannst du das alles nochmal nachlesen aber was kommt bei euch jetzt äh Freunde der Sonne Sally hast du es dann bald irgendwann was soll ich denn machen ähm ich bin schon dabei ich versuche es zu lösen du wolltest weiterreden also du wolltest hegeln ich hatte es doch ja ja äh Manschki eventuell auch nicht ähm ja und wenn ich mich mit dem Backen anfreunden kann vielleicht überlege ich mir das nochmal also es fragen anscheinend sehr viele aber also es fragen nicht anscheinend es fragen viele das Backen äh hat denen gefallen aber ich weiß noch nicht ob ich mich damit äh anfreunden kann hast du wer hat eigentlich dein dein äh Tey dein äh ist das nicht so ein Manschki wer hat das gemacht äh ach das ist Manschki ja ich glaub das ist ein Manschki oder oder ja das hat ein ähm keine Namen ein anderer ähm der auch einen Kanal hat gemacht der das auch auf Kreativbereich immer macht hat gesagt der macht mir sowas und schick es mir zu ok ein Zögling von Schnatzi ah ok genau richtig richtig und ähm ich fand das süß ja oh wartet jetzt gleich geht's Leute jetzt geht's was ihr sucht jetzt geht's wie heißen die Manschkis glaube ich nein Manschki sag ich einfach nur Manschki halt ok was ist ich kann dich jetzt aber auch zwischendurch nicht anrufen weil sich das sonst alles wieder verschiebt mhm beende doch einfach mal den Anruf Sali ich ruf dich gleich nochmal äh an dann kurz ja äh wir beheben dann kurz die Störung ich mach mal eben ganz kurz äh wir 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 sind nicht zu sehen quasi gerade aber wir können uns noch unterhalten es tut mir leid Leute das hat manchmal ähm das hat manchmal so so kleine Probleme das ganze hier äh wo ist sie denn die Gude liebe Anrufer bitte warten Sie die Störung wird gerade behoben mach ruhig weiter du kannst so dem dem Pausenclown spielen ich soll Skype nicht starten aber warte ja mach mal ich starte mal Skype schnell neu mach ich kannst du das schließen Skype beenden wir haben gehört sie haben Computerprobleme mhm ja das richtig können Sie uns Ihren Ihren äh Computer Code rüberschicken verdammt man ich ruf hier an da weißt du ich will hier so gucken da die Bilder und so da auf diesen Kanal von dieser HCDC und so und auf einmal sehe ich gar nichts mehr da sind keine Bilder mehr und jetzt ist es nur noch so 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 weißt du mit 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 weißt du mit mit da mit schnack mit 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 da was soll ich machen man ja äh haben Sie Paypal ja hab ich ganz da da gehen Sie einmal drauf ja und überweisen Sie erst mal 1000 Euro aber das kann ich nicht machen man geht auf Reis nein ja warum macht ihr es weil äh weil Slammy mit Reis bezahlen wollte aber Tay das nicht akzeptiert naja warum ich akzeptiere es nicht ich wollte mit Reis bezahlen man da hat uns verwechselt oh verdammt man wie kannst du uns nur verwechseln ich sehe euch alle ja wir sehen wir sehen dich auch äh fast ja was denn jetzt ja oder nein du musst den äh den 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 entschuldigung von muten bist du ja ich bin die mutter hallo 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 ja warum seid ihr alle so still achso ja weil ich nichts sehen kann voll lockerele können wir denn wieder was sehen dann hört man mich halt boah ich kann dir mal meine ähm meine antwort dazu geben ähm warum eigentlich nicht ich plane viel aber ich weiß nicht was davon alles reinkommt deswegen erzähle ich noch nicht so viel also ich erzähle im stream viel was ich halt so mir überlege zum beispiel wäre auch ähm bei mir gerade angedacht irgendwie mal so eine kleine ähm gamer news sendung aber das dann eher auf youtube zu machen wo man dann halt mal wöchentlich irgendwie so eine kleine sache produziert irgendwie weil ich habe irgendwie das gefühl es gibt nicht so viele formate im deutschsprachigen bereich wo sowas abgehandelt wird wie es halt zum beispiel im englischsprachigen bereich gibt wie zum beispiel so so sachen wie von von ähm total biscuit oder sowas ähm sowas wäre vielleicht ganz cool das plane ich ansonsten viele überlegungen wenig handfest ist von daher also theorien genau aber das ist ja auch was geplant das ist ja theorien sozusagen ja ja eben aber da muss sich noch was draus ergeben also ich habe jetzt noch keine ähm keine keine festpläne geschmiedet wie genau das aussehen soll okay ja bei dir auch tey was hast du was geplant so ja was groß ist sogar oh jetzt bin ich gespannt ja ich darf aber nicht so viel spoilern weil ich sonst eher mit der person krieg da ist was wir sehen dich ähm sali im darkroom äh im du bist im darkroom es ist dunkel irgendwie es ist super dunkel okay aber ich bin da ja egal du bist da okay wir haben es hingekriegt ho 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 und war ich überlichtet jetzt bin ich äh ja ist egal jetzt geht's wir sehen dich ihr müsst nur genau hingucken nehmt die sonnenbrillen ab sonst seht ihr nichts mehr okay praise the sun praise the moon praise the sun the moon okay so jetzt tey tut mir leid jetzt äh ja tey bitte alles gut ähm ist damit jetzt eigentlich nur twitch mit eingeschlossen mit dieser frage oder auch alles mögliche so generell glaube ich was so krank was geplant ist ähm ja wenn das jetzt klappt mit den Arztbesuchen und alles und ich da ein bisschen Glück hab ähm passiert mir nicht äh 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 was bestimmt ist und nach wenn das fertig ist und alles äh ähm überwachsen ist sag ich mal verheilt ist dann ähm kommt ein Projekt mit einem anderen großen YouTuber wo wir über 20 Folge ein großes ähm ähm äh ich muss sehr geschwein äh sehr ähm ähm sag nix sag nix sag mal ja wir wissen ja bescheu ne ist ist ja okay ach so dass sich folgendes Projekt kommt ähm ähm und das geht halt um 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 Gesundheit und so und ähm oh äh das hört super interessant an ja ja und das ist ein sehr sehr großer YouTuber der mich da unterstützen will und ähm ähm das ist ein Coach sozusagen macht und ähm PewDiePie haha ne ist ein deutscher äh Fitness äh YouTuber aus äh Hamburg cool mh genau und da sollte ich wollte ich halt Richtung Vlog und alles äh eher so gehen dann ne Vlogs und und WeLife ähm Projekte ja Salih kannst du mir einen Gefallen tun? drückst die Kamera ein bisschen runter? mach ich schon weil die hast du äh weiter 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 das ist die zweite glaube ich ne geht geht ja ein bisschen höher ne das ist zu viel Boobs ein bisschen höher ich seh's noch nicht ja das ist ein bisschen höher noch das ist zu viel wie navi ja so ist gut so? ja danke das ist genau the right amount of Boobs dankeschön okay äh nein 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 ich hab njam 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 verstanden hast du noch was auf dem Zettel? ich geh? ja nö das war so das was ihr also vom ihr fragt ja nach kein Gaming Content das war das was ich jetzt vorhabe wenn das denn klappt liebe Rentenversicherung ich hab doch mal äh ich hab gehört du wirst demnächst irgendwie Wolfenstein in New Order spielen ist das richtig? ja das ja auch klar aber das ist ja Gaming Content ne? ja aber das kannst du ja auch mit anbringen zum Beispiel äh also ich hab die Frage mal wieder falsch verstanden oder nicht richtig zugehört ja was so demnächst halt auf Twitch passiert weil Twitch außerhalb so generell einfach achso ich dachte wir reden da vom außer Gaming Content ähm ja natürlich ähm ne dann hab ich ja noch viel mehr natürlich ich will jetzt halt das haben wir vorhin ja auch schon besprochen ähm mehrere Spiele halt jetzt äh 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 mehrgleisig fahren vor allen Dingen die Spiele dann auf Twitch ähm auch spielen zu den nicht armer Zeiten und ähm ja Wolfenstein ist jetzt eigentlich ein guter Anfang ähm hatte ich auch mal Bock drauf das werde ich denke ich mal ähm streamen und nebenbei dann auch gleich für Videos machen YouTube weil ich wie gesagt auf YouTube starten will und ähm wird dann halt sämtliche verschiedene Games ausprobieren und zocken aber genau was kann ich nicht sagen außer Wolfenstein und The Culling auf jeden Fall oh wenn du Fragen hast ich hab noch einige Pralinen im Angebot ja ich glaub bei dir bin ich auch an der richtigen Adresse weil du zockst ja wirklich alles mhm so gut wie ja ja das ist glaub ich ganz gut seh dich immer noch nicht du siehst mich nicht ich auch nicht ich dich auch nicht aber ist nicht was äh ja würde ich mal ganz ja beim Stream sehen wir dich wollte ich grad sagen ich mach das nachher denn heimlich wenn wir aufstehen und so mhm 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 wollen wir weitermachen ja so jetzt ja äh gibt es äh irgendetwas was euch auf Twitch fehlt und falls was ja äh und und falls was falls ja was falls ja was genau wenn dir was fehlt was fehlt dir ja genau mein Zattbutton ne keine Ahnung weiß ich nicht tatsächlich doch ich hatte irgendwas aber ich hätte was ja oh Gott bitte 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 erhört mich äh können wir die Server ausbauen bitte in Deutschland oh ja oder Europa oh bitte tut mir den Gefallen ich mein ich mecke ich mecke nicht oft rum und ich will auch nicht mecke weil ich weiß was ihr für uns tut Twitch aber bitte investiert ein bisschen was und baut unsere Server aus bitte 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 okay für ganz Europa nicht nur für Deutschland für ganz Europa das wäre echt super nett von euch ich habe kein Problem aber oh das wäre echt schön ansonsten liebe ich euch wirklich in jeder Phase und jeder Pore aber ah tut mir den Gefallen ja mehr nicht ja das ist das stimmt das 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 diese Anliege hätte ich auch und man könnte das Dashboard vom Backend wesentlich schöner gestalten können und ähm und ich vermisse ein bisschen dass man ähm externe Plugins braucht teilweise für manche Optionen und vor allen Dingen ähm ja mehr modifizieren können von der Gestaltung her und alles selber das Anpassen für einen das fehlt mir ein bisschen ich bin noch nicht so lange mit Anpassen und sonst was ich bin erst seit zwei Wochen mich da am am rum schauen aber die Server ausbauen das wäre schon schön also so viele wie gerade in den letzten paar äh Tagen massive Probleme gehabt haben oh aber macht nix hab ich den wie ich die Arme oben auf dem Stand bild ja ach ja jetzt ist er da ich hi jetzt ist er wieder auf dem Stand ich hab ein Stand Bild ooooh aber macht nix hab ich den wie ich die Arme oben auf dem Stand bild ne du steckst ja gerade deinen Mittelfinger in die Nase das kann gar nicht sein das hätten andere auch gesehen im Stream dann wäre etwas mehr gelächtert in den Finger aus die Nase wollen wir weiter machen das ist echt Wahnsinn Leute ihr seid unfassbar crazy ähm ich mach nochmal schnell Pipi Pause ja ähm glaubt ihr dass Twitch noch viel größer wird und sich dem Mainstream Wohnzimmer als Abendunterhaltung etabliert ich hoffe es also dass es noch größer wird das hoffe ich wirklich dass viel viel mehr Menschen damit ähm Besuch von bei mir äh dann endlich aus dem Auto aussteigen kann schreien kann ich bin berühmt und wenn jeder sagt von wo na von Twitch oh mein Gott da hab ich letzte Zeit nicht reingeschaut also der rote Teppich muss laufen vor uns der rote Teppich nicht aber es wäre ich hoffe das dass das ähm noch mehr Bekanntheitsgrad bekommt Twitch dass noch mehr Leute drauf aufmerksam werden davon da davon würde jeder profitieren das wäre wirklich klasse neue neue Fernsehapparate vor allem die ganz neuen die rauskommen dass sie automatisch einfach diese Funktion haben ähm die App ja App automatisch Twitch irgendwie dass sie aber so angepasst ist wie Sender oder so wo man durchschalten kann Spiele plup 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 oder ähm kreativ plup 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 mit der Fernbedienung und dann kann man gleich so gucken per Fernsehen vielleicht kennst du die App von der Playstation ne ich hab keine musst du dir mal so stellen so für einen Fernseher wäre perfekt das wäre wirklich du hast da an der Seite hast du äh ganz oben hast du Suchen dann hast du Spiele oder äh nach ähm ähm Bekannteste also das wo die meisten Zahlen gerade drin sind ne und das ist fantastisch du kannst dir die paar Broadcasts anschauen du kannst dir alles anschauen es ist genau so wünsche ich mir das dass das auf diesen ganzen Smart TV die können ja sowieso nur wenn die das noch drin hätten das wäre das absolute das wäre super von Anfang an schon ich glaube viele müssen das mit Smart TV nach äh laden und runterladen und so Kram ne das sind gleich ja das die da halt investieren irgendwie in so eine Richtung so Werbung ja also mir fällt gerade auf dass ich als Twitch Zuschauer jetzt momentan extrem müde geworden bin von Twitch das liegt aber nicht daran dass nicht mehr genug Content irgendwie gemacht wird oder dass mich das interessiert was die Leute machen sondern ich folge mittlerweile so vielen Leuten ich kann mich nicht mehr entscheiden zwischen den Leuten denen ich zuschauen möchte weil ich habe einfach 100 ich folge glaube ich 130 Leuten das ist nicht viel das ist aber auch nicht wenig und davon sind immer so an Stoßzeiten irgendwie 40 Leute online und morgens irgendwie mindestens 10 oder sowas und ich finde mittlerweile die Seite als solche wenn ich jetzt über den Browser reinkomme wirkt die mir irgendwie altbacken und es ist schwierig auch gleichzeitig neue Leute wieder zu finden denen ich gerne zugucken möchte weil klar kann ich nach den Spielen gehen die ich sehen will ich kann mir von anderen Leuten irgendwie was was anhören was wen die gut finden aber irgendwie so langsam habe ich das Gefühl da müsste man mal wieder eine Überarbeitung oder überhaupt mal eine Überarbeitung der Seite kommen weil irgendwie ich weiß nicht klar man wird müde von den Leuten denen man ständig zuguckt und man muss klar immer neue Leute haben denen man zugucken möchte oder mal eine Pause von manchen Leuten finde ich zumindest also ich kann nicht zwei Jahre lang einer der selben Personen glaube ich zuschauen immer wieder doch ja immer wieder aber nicht jetzt so wie ich manchmal irgendwie zwei Wochen lang nur ein und derselben Person zuschaue auch doch zwei Wochen gehen gut ja ja genau aber dann irgendwann ist es dann da möchte man vielleicht mal also das sage ich jetzt gar nicht aber es ist halt so schwierig finde ich neue Streamer zu finden ich gucke oft nach Hosts von den 100 120 Leuten denen ich folge da sind genug dabei die auch mal einen Host reinschmeißen dann gucke ich mir die Hosts unten mal durch ne oder eben das Spiel was ich gerade sehr gerne spiele und dann dann score ich runter 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 um also nö das Problem habe ich jetzt gar nicht so also ich finde immer wieder neue Perlen muss ich sagen wo ich sage ach jetzt gucke ich dazu dann zum Beispiel wenn wir den Streamer der Woche haben da gucke ich da mal da habe ich diesen Retro Gaijin da mal für mich entdeckt ja nö aber was du vielleicht noch meinst du weißt das auch so ähnlich wie Twitter hat man sieht ja was du vorlust was für ein Spiel du vorlust und was für Leute das irgendwo so ein Vorschlagsfenster ist so was eh ähnlich aber das geht ja nicht die sehen ja was für ein Spiel du was für die Spiele du wirst ja welche Spiele du meistens drinne hast und so und siehst ja auch ob die deutschsprachig sind oder englischsprachig oder sonst was man kann zu jedem Stream Notizen schreiben von denen aus irgendwie in was für eine Richtung das geht und das kann man sich bestimmt irgendeine Variable da schreiben dass automatisch irgendwelche Vorschläge gemacht werden das ist ja bei Twitter genau das gleiche eigentlich das wäre interessant so eine Leiste die du unten hättest und dann klickst du an wie du deinen eigenen Stream beschreiben würdest also jetzt ab 18 Satire lustig ne also so wenn ja gut aber da kann auch jeder alles reinknallen aber wenn du das so ein bisschen sortieren könntest wäre das schön da hast du aber immer wieder die dabei die einfach nur Park machen Twitch hat irgendwann vor einem Monat oder so ich weiß nicht mehr genau wann das war bei Twitter die Frage gestellt was würdet ihr euch wünschen und da waren sehr sehr viele gute Ideen dabei ich finde leider den Tweet nicht mehr sonst würde ich da gerne ein paar Sachen aufzählen ich weiß auf jeden Fall dass viele Leute auch viele große Streamer sehr sehr viele gute Sachen da reingeschrieben haben und ich hoffe dass ein paar Sachen von denen mit übernommen werden ich finde leider den Stream nicht ach der hat den Stream den Tweet nicht der war von Hassan von Hassan? ja der war von Hassan ja genau das kann sein genau ja also es gibt so so einige Sachen also ich sehe also ich sag mal ich bin jetzt wirklich mal ehrlich nicht pessimistisch sondern ehrlich und optimistisch also wenn Twitch weiter so macht im europäischen Raum kannst du hier die Bude bald zumachen weil es nicht also ich wie gesagt es muss nicht an Twitch liegen sondern generell einfach die Probleme in Europa Deutschland sind unter aller Sau es ist unterirdisch aufgrund der Tatsache dass es irgendwann mal funktioniert hat würde ich mir sehr wünschen dass wir da wieder hinkommen zu dem Punkt wo es wieder funktioniert denn also ich persönlich kann abends keinen Stream gucken ohne Buffer aufs Horst und ich habe 50 ich habe 50k Anliegen also ich habe früher 6, 7, 8, 9, 10 Dinge gleichzeitig geguckt woran das liegt weiß ich nicht wie gesagt ich will da auch nicht irgendwie Twitch oder irgendwie ISP weil ich kein Wissen darüber habe will ich da kein Urteil mir darüber erlauben aber man merkt wie die Zahlen zurückgehen im globalen Raum gehen die Zahlen einfach zurück weil Leute das meiden weil es stressig ist weil sie es nicht mögen Buffern jadijadi und so weiter und ich sehe da sehe ich gerade echt wirklich sehe ich schwarz und so ein bisschen macht man sich so seine Sorgen also ich denke ich glaube daran dass sie es schaffen sie haben in drei Jahren mich noch nicht einmal enttäuscht bis jetzt nicht wirklich das ist das erste Mal das wirklich eine herbe und große Enttäuschung ist für mich dass es so läuft wie gesagt nicht Schatz feiert an irgendwen weil ich nicht weiß von wem oder wer derjenige ist der da irgendwie darin rumfummelt jetzt gerade wissen wir es und also im deutschsprachigen Raum sehe ich das erstmal nicht funktionieren weil deswegen habe ich vorhin noch gesagt praise dass sie die Server irgendwie auf die Reihe kriegen oder irgendwo noch einen anderen Knotenpunkt als nur in Frankfurt hinsetzen in Deutschland oder irgendwie sowas weil alles was mit Daten rausgeht aus Deutschland geht über Frankfurt irgendwie und irgendeiner muss da mal irgendwie investieren und das wird Zeit dass da mal einer investiert es wäre schön Deutschland selber ne tja ist wohl nicht so wichtig der Ausbau hier Deutschland jetzt nehmst du ich lebe in der Schweiz und ich habe wirklich ne super Leitung und selbst ich habe ein Stream offen ich mache den nächsten auf und der erste fängt sofort an zu buffern und schaltet sich schon ab und früher habe ich 5, 6 gleichzeitig offen gehabt also das ist nichts was nur mit den Leitungen in Deutschland zu tun hat das ist im deutschsprachigen Raum das ist schon richtig formuliert wer auch wer auch immer da Probleme hat wie gesagt keine Ahnung ich will da keinem Schuld geben oder irgendwen an anbumsen oder so es ist halt frustrierend es wird echt super frustrierend ich weiß nicht wie es euch da geht aber du kriegst den Stream nicht an dann hast du oh hier legt da legt tradi auch als Consumer ist es halt ein bisschen ich glaube das liegt aber auch viel daran dass Twitch einfach in den letzten Jahren so krass gewachsen ist dass sie selbst damit nicht gerechnet haben das kann auch gut möglich sein wenn man sich so Zahlen anguckt wie was war das 2 Millionen Streamer die im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren irgendwie gestreamt haben und davon sind 13.000 Partner oder so natürlich hart zu überblicken und da kannst du glaube ich 20.000 Server auf den Markt schmeißen die werden immer Probleme haben und weiter machen oder weil da ist echt noch viel Leute also ich würde sagen es kommt massig rein wir hören dann langsam wir hören dann langsam auf also weil das ist jetzt schon halb 12 ja ja ist halb 12 habt ihr Haustiere wenn nein weshalb oder habt ihr vor euch welche zuzulegen ich habe keine Haustiere und ich habe auch nicht vor mir eins zuzulegen 5 Katzen ich habe nicht vor mir noch eine zusätzlich zu holen das ist genug die fressen wie Löwen und kacken wie Puma ich bin zufrieden also falls irgendeine Hilfe braucht oder so bitte nicht zu mir komm ich habe so ein weiches Herz ich habe genug danke Tee du ey ich kann ganz schnell machen ja weil man alleine wohnt ist schwer mit einem Haus hier was kann man sich da höchstens an aneignen eine Katze Katzenhaarallergie oder ein Goldfisch ich war mir echt überlegen Goldfisch zu holen aber bei Goldfischen ist es immer so die vergessen ja alle drei Sekunden die vergessen ja nach drei Sekunden was sie gedacht haben bei denen ist es so zuerst der Gedanke oh ist das hier klein dann oh ich will hier raus die sagen oh ist das schön hier dann oh ich will hier raus oh ich bin gegen eine Scheibe geschwommen und auf einmal oh ist das wieder schön hier verstehst du also aber das passt auch zu dir ja deswegen ja aber Goldfisch ich weiß nicht ich glaube wenn der Kühlschrank mal leer wäre und ich hätte Hunger auf Fisch dann Sushi der möchte glaube ich Versushi Fischi Fischi lecker Fischi aber so ich würde gerne ein Haustier ich würde gerne einen Hund haben ich hatte zwei Hunde damals zu Hause wo ich gewohnt habe bei zu Hause und so Eltern aber leider nicht leider nicht ich habe keine Haustiere Mitte Mai wird William B.J. Blazkowicz in mein in mein Heiliges Reich einziehen es wird eine Scottish Folded äh Folded Katze sein fertig warum B.J. wie sieht die aus? äh kleine kleine Schlappohren und und B.J. wird ein Kater sein und weiß-schwarz wenn er mir aufgehoben wird warum der Name B.J. weil William B.J. Blazkowicz der voll ausgesprochene Name vom Hauptcharakter von Wolfenstein der New Order ist okay B.J. ist sein Kürzel so nächste Frage komm wie hoch war eure höchste Donation und wie habt ihr wie habt ihr darauf reagiert? Geld spricht man nicht warte warte nein was darüber redet man nicht oder? wer nicht wer nicht da gewesen ist und das nicht miterlebt hat also ich habe mich gefreut und wie hoch sage ich nicht weil ich blende weder Geld bei mir ein noch sonstige Geschichten im Stream weil das zu Neid führt und dumme Gespräche und deswegen mag ich das nicht das ist richtig sehr gefreut ja also ich auch also ich freue mich über jeden Euro Cent sowieso und also bei höher ist dann nur der Gesichtsausdruck anders also da kann man erkennen ob es was was ein bisschen mehr ist bei mir aber ich freue mich echt über über jeden Cent wenn ich jeden Cent habe alles freue ich mich da passt die nächste Frage auch ganz gut wie der halt einfach nichts sagt ja ne er hat doch gesagt auf den Chat antwortete ich auch nicht ne auf den Chat antwortete ich auch nicht und da hat einer geschrieben kennt ihr bla 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 und was haltet ihr von ihm das passt ganz gut weil Namecalling und Drama machen wir hier auch nicht da müsst ihr auch woanders hingehen also Drama wird sie nicht geben so dann nächste wie viele Liebeserklärungen habt ihr durch Streaming bekommen und wie ernst nehmt ihr diese beziehungsweise wie ernst darauf eingegangen also ich bin noch mal was hast du jetzt nicht verstanden was wie wie viele Liebeserklärungen habt ihr durch Streaming bekommen und wie ernst nehmt ihr diese beziehungsweise wie ernst wie ernst seid ihr darauf eingegangen also ich bin mit einer Viorin liiert seit mehreren Monaten wer keine spielt keine Rolle es war keine Liebeserklärung aber ich bin mit ihr liiert fertig ich bin schon seit fünf Jahren verheiratet ja also wenn da welche kommen das nehm ich nicht ernst weil da steht auch überall dass ich verheiratet bin ich mach daraus nie ein Hehl ich würde meinen Mann nie verstecken und ja ja ich bin auch mit einem großen Streamer hier auf Twitch liiert will nicht sagen wer aber ach Slippi wir wollen es geheim halten mhm ja nein um Gottes Willen von daher kommt mir nix ins Haus hier ähm ernste Antwort nochmal auch also nix los keine Liebeserklärung hat mir gereicht dass ich ein Jahr veräppelt wurde äh beim auf Arma ich glaub da weiß die jetzt auch noch nicht dass ich mit nix ins Haus hier ähm ernste Antwort nochmal auch also nix los keine Liebeserklärung hat mir gereicht dass ich ein Jahr veräppelt wurde äh beim auf Arma ich glaub das weiß die jetzt auch noch nicht dass ich mit einer da rp-technisch verheiratet war wo ich dachte das wäre ein Mädel mit einem Jahr und nach einem Jahr hat er geoutet dass es ein zwölfjähriger Junge ist und sonst nicht gewhitelistet werden konnte und hat sich als Frau beworben und hat die Stimme verstellt ok cool aber dem war es ja gutes MP von daher musst du ihn loben ja aber ganz ehrlich hey kann ich nix dagegen das ist halt so wenn aufreizende stimmen so in dein ist das so dann ist das so oh der Wippe oh ich kann das schon verstehen hm mh ja ich komm irgendwann rüber in Lakeside dann heirat ich dich ich weiß dann mach ich deine dann mach ich deine dann mach ich deine bärige Olle und dann Hafen komm ich immer gerade auf den Kutter dann komm ich immer zum Dienst hey Junge komm mal ran hier du hast nix zu erst gemacht und ich war ein ganzer Puff heute du so geht das oder oh ja sehr gut haben wir da Bock drauf das können wir irgendwann wenigstens hat der mal einer in der Beziehung im Bad eben du bist ja ich mein ich mach dir extra die bärige Olle weißt du du kannst dir den glatten den aalglatten Typ machen das geht auch das gute ist dafür brauche ich mich nicht mehr rasiert läuft eben top die werde quillt Junge ähm wollen wir eigentlich mal schnell durch es sind echt super viele ja mach mal womit könnte man euch eine große Freude machen Anwesenheit 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 ist gut nette Worte im Chat eine Begrüßung am Tag immer ähm ähm fällt mir grad ne ich bin grad so tiefenentspannt ich bin grad ganz zufrieden wunschlos glücklich das hatten wir auch schon äh wie bereitet ihr euch auf eure Streams vor und wie viel Zeit in der Woche benötigt ihr für alle Vorbereitungen nicht so viel wie für die Nachbereitung Klingel Klingel aufstehen anmachen moin echt teilweise kurz noch Haare machen oh Gott ich steh auch Haare machen die Tiere versorgen duschen bisschen Farbe ins Gesicht schmieren dann das noch erledigen und dies noch also so Vorgeschichte geht schon ein bisschen länger und 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 nach ich kann wenn ich mir das irgendwann mal wirklich zusammenrechne dann und das öffentlich mache haut mein Mann mir glaube ich auf die Glocke also wenn man die Zahlen dann nochmal so direkt vor Augen für viel viel so am Tag nochmal Vorbereitung Nachbereitung das zähle ich jetzt mal dazu drei Stunden ja zwei drei sag nochmal zwei drei Stunden am Tag PMs beantworten schauen neues Overlay schauen dies schauen das spielt also es ist zwei bis drei Stunden am Tag ich habe jetzt angefangen seit Stardew Valley meine Streams in halbstündige Highlights zu schneiden also nicht Highlights sondern in halbstündige Folgen zu schneiden und alle bei YouTube hochzuladen und das ist so so eine schweine Arbeit das über die Twitch das würde ich mir wünschen das zu vereinfachen die Highlights zu schneiden weil das ist echt teilweise wenn du so ein acht Stunden Stream in 30 Minuten Folgen zusammen schnibbeln musst und jedes Mal bei jeder Folge die Seite neu laden musst das ist anstrengend aber ähm deswegen Nachbereitung ist schon länger dauert länger heißt die Vorbereitung Vorbereitung sieht aus aufwachen duschen frühstücken das zählt auch als Vorbereitung für den Stream ja ja das gehört bei mir auch also das ist ne für den nächsten Tag damit man sich das wieder angucken kann das gehört schon dazu ja also bei mir ist es auch so zwei drei Stunden also ich mach um zwischen neun und zwölf nachts aus abends und dann also ich gehe das ist meine Regel spätestens um drei Uhr ins Bett und manchmal arbeite ich noch bis um drei also wenn das zum Beispiel wie jetzt bei mir ist dass ich in der Küche umbauen möchte zum Beispiel ähm und da das halt noch Kameras einbauen will Mikrofon und dauert es so ein Käse damit ich halt kochen gehen kann und sowas dann ist halt die Recherche dauert halt sehr lange weil du denn die nötigen Mittel dafür brauchst du willst du musst halt was finden und dann guckst ich arbeite bis ich da hinten im Bett liege und meine Serie anmache bis dahin arbeite ich und so zwischendurch und dann hier mal Gedanken austauschen und so und da kommt schon einiges zusammen an Nacharbeit noch ja also ich sag mal ich arbeite bis ich da hinten im Bett liege und meine Serie anmache bis dahin arbeite ich danach und das ist zur Zeit spätestens halb zwei zwei gehe ich ins Bett dann alles spätestens um drei ja hey hey ich fahr doch schon hast du schon ich stehe auf achso wir wollten ja schnell wir wollten ja schnell beantworten und ich hab gesagt ich stehe auf machen was habt ihr eigentlich für Autos ja also wenn ich einen fahre dann Toyota IQ aber nicht meinen eigenen AMG C63 äh äh ich hab das amgc63 not opel äh merida G200 G200 24 gang und komplett weiß dicke Felgen also richtig fette rims und äh zwei Scheibenbremsen ein Fahrrad du Vogel wie haben wir merida wow wow ich weiß nicht mehr was merida ist das ist ein Fahrrad einfach nur die Marke heißt merida achso i got you drahtesel ja drahtesel ist das mange okay lali was achso du fährst ein großes achso das dabei bleibt es jetzt oder ja ein escalate mhm okay that escalated quickly ich war vor fünf Jahren Streamer und bin an der Community kaputt gegangen hattet ihr selbst solche Probleme hatten wir heute schon ne ja das hatten wir heute schon ich möchte mich bei euch allen bedanken äh ihr helft uns immer ihr helft uns immer aus nicht so schönen Alltagssituationen zu entfliehen danke schrieb Spider Wars Spider Wars von mir bitteschön und dankeschön wollt ihr nicht danke und bitte sagen das ist so schön das seid ihr unerzogen ey meine Herren wenn das eure Eltern sehen hoffentlich nicht hey immer noch so ja schau dir auch anderen streamern zu und wenn ja welcher ist euer Lieblingsstream das ist das nicht eine Frage die wir am Ende dann nee das welcher ist welcher was ist wer ist euer Lieblingsstreamer aller aller Lieblingsstreamer wachs keletha joel von weinsauce ist mein harzi Dizzy das hast du jetzt aber geschleimt gesagt absolut 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 ich glaube den teile ich mir mit Dizzy man versus game man versus game ja das ist mein absolut absolut ja ein Cadillac Escalade gibt es noch andere weiß ich gar nicht andere Lyric oh ja doch Lyric schon seit zweieinhalb Jahren also irgendwie doch immer wieder da das ist noch von Slappy hier alter Vater ihr dreht heute komplett durch ne funktioniert auf Dauer funktioniert auf Dauer Twitch neben einem 8 Stunden Beruf ne also wenn man sonst alles nix hat also dann ja aber sonst wird es schwierig also ich glaube ich glaube der hat heute bewiesen dass das nicht funktioniert ja das funktioniert aber körperlich glaube ich nicht ich denke die Frage geht eher so an Tay funktioniert nicht ich glaube das verbuchen wir mal als Antwort oder wie 8 Stunden ist ja also noch ordentlich Freizeit ne wie ihr schmutz was ein Zeggel was für ein Zeggel ähm versteckt ihr eure Lebenspartner wenn ja warum ja brauch ich nicht so häufig wow Wasser holt aus dem Keller also bei mir ist es personal agreement meine Freundin hat im Stream nix zu suchen das ist einfach Privatsphäre und die muss man nicht teilen das ist genauso wie mein Vater hier nix zu suchen hat und andere Leute auch nicht das ist jeder der hierher kommt und bei mir im Stream zu sehen ist mit seinem Gesicht hat das Agreement unterschrieben dass er das möchte virtuell unterschrieben und meine Lebenspartnerin hat hier nix zu suchen gar nix weil kein das was angeht mit wem ich liiert bin weil das nämlich auch negative Folgen mit sich bringt worüber manche glaube ich gar nicht nachdenken und das hat hier nix zu suchen würde ich sagen was würdet ihr oh Entschuldigung ich als Frau ich glaube das war auch so mein Schutzschild bin verheiratet da ist er ich lüge nicht ne also ich jeder kennt Stefan ja der bei dir zuguckt du bist nicht Stefan ich wollte Stefan mal winken auf der Couch ich wollte nur nett sein grüßt alle mal Stefan auf der Couch was würdet ihr in eurem Stream ändern verbessern oder auch dafür was oder euch dafür wünschen wenn ihr eine Sache wählen könntet stop button Deja Vu was wir uns hatten wir schon oder was wir uns wünschen ja das hatten wir das hatten wir schon heute ja seid ihr manchmal neidisch auf andere Streamer ja ja ist aber normal ja das gesund ja wenn du weißt dass es neid ist dann kannst du was gutes daraus machen regt dich auch an oder motiviert dich teilweise ja schlimm ist wenn du wenn du dir zu stolz bist dir selbst zuzugestehen dass du neidisch bist dann kommt nämlich eben Mist bei rum aber wenn du weißt klar bin ich neidisch auf viewer zahlen und verdienste und dass Leute das hauptberuflich machen können aber das ist doch normal das heißt nicht dass die kacke sind und ich denen das sagen muss und dass ich meinen neid irgendwie anders projizieren muss auf sie neid muss ja nicht negativ sein oh entschuldigung ja eben also ich sag's hier ich bin neidisch auf Tay er hat mich überholt in allen allen Belangen macht's aber auch viel besser ist aber nicht abgehoben wir kommen miteinander klar von daher ist das gesunde neid ich kann mir ihm jetzt hinterher streben babe nation soll ich mal einen auf richtig wow das nehme ich den null ab ich bin auf niemanden mehr neidisch so ich hab meinen subbutton ich bin auf niemanden mehr neidisch doch ist so hashtag abgehoben hab ich dir doch vorhin erzählt ja aber ich gönne also ich gönne dir das das ist ein Hype ich bin trotzdem neidisch da drauf weil du man kann das ja gönnen du bist wie die Mad Wars die immer günstig ist und ich bin ein Stück mach weiter du bist die Mad Wars die immer günstig ist und ich bin jetzt das Stück Käse daneben was ein Angebot ist aber irgendwann wieder teurer wird weil das ne Hype ist für ne kurze Zeit jetzt verstehst du hoffe du hast das so verstanden und irgendwann also du bist halt bodenständig da alles safe bei uns es ist ein wackeliger wackeliges Angebot es ist halt aber trotzdem so also ich bin ganz ehrlich das habe ich dir vorhin auch gesagt und das ist gesunder Neid ich weiß dass das Neid ist weil das das ist halt passiert so Cinderella und dann kommt jemand überholt dich halt ich meine jetzt variety kannst du das ja wirklich nicht so vergleichen aber es ist halt so und ich will das auch gar nicht verheimlichen und das ist halt gesund weißt du solange du miteinander reden kannst und ich würde ich sage den Leuten das ganz ehrlich ins Gesicht und warum warum sollte man das nicht tun weißt du ich kann ich kann dir noch ins Gesicht gucken und sagen du wenn ich bei dir gucke ist das schon mehr als bei mir ich mache das länger als du ich freue mich für dich bin trotzdem neidisch Punkt ist nichts Schlimmes dabei das ist eigentlich mehr oder weniger Anerkennung ist ja auch nicht kann ich so unterschreiben ich gönne das absolut aber natürlich ist man auch mal neidisch Gönner sind Könner ne ich bin ein absoluter Gönner aber deshalb darf ich doch trotzdem neidisch sein und mir wünschen dass ich das auch hätte gerne neid ist einfach man hätte das ja auch gerne so und der Mensch der sagt er ist nie neidisch der lügt man darf das halt nicht weißt du wenn das überhand nimmt und dann so schlechte Form ne ganz ehrlich sein ein bisschen neid ich habe auch welche auf die neidisch bin das Schlimme ist du darfst dich an die nicht kaputt machen ne das darfst du eben nicht du darfst dich an die nicht kaputt machen und sagen an dich selber was mach ich falsch das kann ja nicht sein eben also wenn du darfst sagen was mach ich falsch wie kann ich besser werden oder wie kann ich es verbessern aber du darfst nicht sagen was mach ich falsch scheiße das war es richtig so abgesägt neidisch gut das gibt Energie Leute das gibt Energie und je größer dein Pool an Streamerfreunden wird also an Freunden Bekannten desto mehr Power gibt das ich glaube gar nicht wie viel wie viel wie viel Schub das gibt einfach zu sagen wenn neben dir so ich bin krank ich bin krank ich bin krank yes jetzt komme ich bam straight ab durch die Mitte whoop chuchu waytrain 365 tage oh yes baby hier hinten sind die Plätze einmal hinsetzen oh also so geht das bei mir ja ich bin nicht krank ich habe keine Ausfälle ich ziehe mein Ding durch also richtig chuchu ab geht's und da sind die Plätze zum Hinsetzen bitte was denkt ihr warum ich jetzt noch kein Dark Souls streame Community Treffen ja und was hab ich nie verstanden hä wir streamen sowieso auf ein Community Treffen Dark Souls nein mein Plan nein Spaß beiseite nein war ein Spaß nächste Frage oh das ist ein sehr schöner Spruch ich liebe den Respekt muss man sich verdienen ich liebe das danke also ich kenne den Mitleid kriegst du geschenkt und Neid musst du dir erarbeiten oder so etwas das kenne ich das stimmt auch ich kenne den ist der Motor kalt drück ihn auf 6,5 was weißt du ich hab ich hab ich hab auch noch ne Weisheit du bist wie die Mettwurst die immer günstig ist ich bin wie der Käse den erzähle ich nächstens nach Lady in der Disco hey Lady du bist wie die Mettwurst die immer billig ist ich bin dein Käse zu mir oder zu dir ich bin im Angebot ich bin dein Käse was darf ich denn sein für ne Mettwurst eigentlich grob Zorn die hübsche oh oh hübsch und billig auch noch aber wenn's die haarige ist wenn's die haarige ist dann muss man sie ja langsam entfernen oh das muss die ungarische sein du hübsch und billig du so ist das halt warum lacht ihr jetzt ungarische Salami ist richtig hübsch und günstig und günstig ja ja was habt ihr denn jetzt schon wieder gedacht so kenn ich die ungarischen Salamis ich versteh die jetzt nicht äh ich seh gerade Leute dass ihr hintereinander weg äh schreibt mal bitte Blaudoggie an der vermittelt die Fragen weiter bevor ihr euch das immer im Chat wieder postet wir können nur auf Twitter eingehen Leute weil das wird sonst echt zu viel also die zwei beiden die gerade die ganze Zeit immer rausboxen da ich seh das aber macht mal bitte bei Twitter danke wollen wir weitermachen nicht so oh Gott ich hab nein ich hab jetzt kennt ihr das wenn euch irgend so ein Fussel ins Auge fliegt und ihr merkt das schon und dann ja das hatte ich okay ich muss im Stream du saßt neben mir und hast gemeint nie 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 was soll ich im Sissi Modus ja was mit dir ist entspann dich mal toll tief hat euch das Stream weißt was hilft ja hat euch das Streamen charakterlich verändert zum Beispiel interessanter zu werden für die Community ne haben wir ja gerade schon beantwortet mehr oder weniger jo fürs Leben jetzt nicht so sehr doch mich hat das fürs Leben sehr verändert ich bin weiser geworden ich bin viel toleranter geworden äh viel einsichtiger und ich mach mir glaub ich über ich bin wissbegierig geworden also im allgemeinen Wissen sehr wissbegierig geworden also ich guck echt super viele Sachen nach durch den Stream und äh aber mich selber interessanter machen nö irgendwo hinreisen Leute zu besuchen und das mit Menschen zu teilen ja aber das ist jetzt nicht um interessanter zu sein sondern einfach um was anderes anzubieten ja neugieriger auf jeden Fall und vor allen Dingen zielstrebiger weil man endlich mal was hat wo man Bock hatte wo man hinarbeiten will oder was man machen will wo man Spaß dran hat wenn man vorher immer so Sachen hat wo man keinen Spaß dran hatte weil es die Gesellschaft so wollte ähm wie sie es will ja ja jup weitermachen jup au ähm mit welchem Spiel seid ihr groß geworden bzw. habt ihr euren größten Sprung gemacht mhm Jurassic Park aus dem Super Nintendo ja genau äh willkommen zu Jurassic Park äh äh ich hab einen großen Sprung damals mit Witcher 3 gemacht mit Fallout gleich hinterher jo das waren so da hab ich äh da hab ich größere Sprünge nochmal gemacht ja naja was heißt größere Sprünge naja mal sind mehr mal sind weniger da hab ich ja aber da kamen schon einige kein Blattborn ähm Blattborn ich war vor Blattborn bei so unterschiedlich zwischen 30 bis 60 Zuschauern bei Blattborn war ich durchgehend bei um die 120 und das hat sich danach wieder äh das hat sich danach wieder normalisiert weißt du dann bleiben halt so vier fünf sechs äh fest in der Community verankert ja und ähm ich hab viele die genau wenn ich solche Sachen spiele wie Blattborn die genau dann auch wieder da sind ne wie jetzt Dark Souls die einfach diese äh Spiele sehen wollen und sie sich dann wirklich bei mir angucken aber ähm ähm es geht dann wieder rauf und wieder runter aber ich glaub so so ein so ein Sprung so über die 100 Bar mit ähm Witcher und Fallout Jo Garak danke dir fürs Einspringen Sali ich danke Garak dass ich einspringen du Garak hallo Garak hallo Garak hallo Tay ähm du willst fragen mit welchem Spiel ich jetzt groß geworden bin oder gesprungen hatte ja ich hab nur eins aber ich hab ne ja ne Armer Punkt äh kann ich genauso kurz machen Minecraft damit hab ich angefangen und äh ich hab so einige ich hab echt einige soll ich die alle auch also ja wahrscheinlich oder Double Time los äh Double Time kann ich nicht aber nur aber nur wenn du Beatbox okay dann mach ich das auch zum Beat so also ich bin groß geworden mit Daisy und danach kam Armer oh dann Minecraft mit den Klötzen rechts und längs okay das reicht ich wollte gerade meine Gitarre rausholen ähm Fallout ähm XCOM 2 alles mögliche ich nehm mir echt fast jeden Release mit also aber Armer Daisy und äh Minecraft ja die waren das mhm gut jau äh wie seid ihr mit euren ersten Fragen im Chat umgegangen ich hab sie beantwortet was willst du denn eigentlich jetzt so sagen oder also hä ja beantworten äh nehmt ihr euch warte mal nehmt ihr euch in eurem Urlaub auch mal Zeit vor allem in äh nehmt ihr euch auch mal Zeit also so im Urlaub vor allem an die 365-Tage-Streamer ne also nicht mich Urlaub also ich hab keinen Urlaub selbst wenn ich in Urlaub bin hab ich keinen Urlaub ich kann das gar nicht ich will das gar nicht also ich hab bei Sali gestreamt aber das war balsam für mich weil mir ständig ne Katze auf dem Rücken gesessen hat das ist ein Unterschied aber ich will gar kein ich will keinen freimachen ich brauch ne Offline-Zeit also ohne Stream quasi aber ich will arbeiten ich kann nicht ohne ich will gar nicht in Urlaub ich krieg das nicht hin ich hab immer also ich hab immer was im Kopf immer ich streame seit eineinhalb Jahren und äh war seitdem nicht in Urlaub ich hab eine Woche mal Ausfall gehabt das war aber krankheitsbedingt ähm ich hab Samstag, Sonntag zählt das als Urlaub? also für mich ist das wie Urlaub so die zwei Tage ich hab bis jetzt noch keinen Urlaub gemacht seitdem ich streame ich glaub keiner so wirklich ich bin ja jetzt nicht einer der 365-Tage-Streamer wir haben so viele Fragen wir müssen irgendwie langsam zu Ende kommen dann die nächste die nächste die Frage ist wirklich schön und die würde ich auch gerne stellen hat man als Streamer Vorteile wenn man vorher schon imaginäre Freunde hatte mit denen man sich unterhalten hat also ich hab meine Cousine hat mich erwischt beim mit mir selber reden hat man als Streamer Vorteile wenn man vorher schon imaginäre Freunde hatte mit denen man sich unterhalten hat also ich weiß ja nicht ob ihr mit euch selber redet aber ich weiß noch ich war glaube ich weiß ich nicht 14 oder so und stand vor dem Spiegel und hab mich mit mir selbst unterhalten und habe nicht mitbekommen dass meine Cousine neben mir quasi stand und mich dabei beobachtet hat also ich rede viel mit mir na ich bin nicht die See lass das doch oh hinten ist das Kissen vielleicht kannst du da drauf sitzen warte ähm ich rede viel mit mir selber weiß ich nicht ob das geholfen hat vielleicht da ich auch rede auch wenn ich weiß ob keiner da ist also vielleicht mit mir selbst zu sprechen aber jetzt nicht so crazy nur ein bisschen ja also ich brauch das auch wenn ich spiele ich muss ich muss mit jemand reden nebenbei ob ich ein Teamfeak mit anderen bin auch wenn die das nicht mitspielen mit irgendwas muss ich reden ob ich nebenbei telefoniere oder sonst was wenn ich mal offline spiele was ich glaube ich das ganze letzte Jahr noch nicht einmal gemacht habe wirklich dann muss ich mit irgendeinem schnacken weil ich muss mit jemand reden nebenbei ob ich ein Teamfeak mit anderen bin auch wenn die das nicht mitspielen mit irgendwas muss ich reden ob ich nebenbei telefoniere oder sonst was wenn ich mal offline spiele was ich glaube ich das ganze letzte Jahr noch nicht einmal gemacht haben, wirklich, dann muss ich mit irgendeinem schnacken, weil sonst ist Kopf im Nacken. Ja, ich schnack auch immer mit den Leuten. Geh nicht. Also so still, ohne Musik oder sowas, am besten noch so vor dir her spielen? Nee. Kopf aufs Spiel an. Also Witcher hab ich genauso gespielt, da das musste auch so gespielt werden. Also allgemein, Teamspeak-Sucht ist ziemlich, also ich hab auch mir extra einen 8 GB Traffic Vertrag ausgesucht im Monat mit dem Handy, weil ich permanent in der Arbeit mit Kopfhörer im Teamspeak bin. Permanent. Okay. Ja. Wollen wir weitermachen? Mach weiter. Du musst mir überlegen, was für ein Riesenschulter du hast. Ich kann den Kopf gar nicht gerade machen, damit die Katze da Platz hat. Ja, ich bin halt ein Typ, verstehst du? Ich bin ein schlechter Ersatz. Ich sehe halt im Streamer aus wie ein kleiner Rudi und dann komme ich, äh, dann, wenn ich raus bin, sehe ich aus wie Hans Günther. Äh, was sagt ihr zu den verschiedenen, äh, Community-Typen? Zum Beispiel bei Tay die, die Art Army. Die Frage verstehe ich nicht. Tay Army. Ach so, so dieses Army und sowas. Army und Nation und was weiß ich, was die sich da nennen. Ja, die heißen Bay Pirates. Oder Crew oder Pirates, ja. Na, 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 na. Was? Also, wer, wer, welche Suppentruppe nennt sich denn noch Pirates, wenn ich bitten darf? Die sollen sich mal vorstellen. Nein, 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 nein. Du, Pirates, oder es gibt ja auch Crew, ne... Wollt schon sein. Ne Buchstaben, äh, Zahl-Crew, wenn du weißt, was ich mein. Suppen. Buchstaben, Suppen? Buchstaben, Zahl-Crew. Und, ähm... Lass sie doch. Spamt sich besser. Ja, hat man wenigstens irgendein Wort. Ich verstehe die Frage trotzdem nicht. Ich auch nicht. Naja, du hast halt die Dinkens zum Beispiel, wenn du jetzt... Ach so, und ich die Knutsch gucke. Genau. Und die war jetzt die Frage? Ich die Schlabberstücke halt. Aber was sagt ihr zu den verschiedenen Community-Typen? Was sind denn das für Typen? Ach so, ich glaube, weil... Also bei, ah, jetzt wenn wir zum Beispiel Sali nehmen, die ist ja mehr, hat so mehr die ruhigere Community. Mua, mua, mua. Die so quatschen. Und bei Tay ist ja mehr so Action und Spons und viel Spam, sag ich mal, und, äh, Verkündung in Massen und das halt so. Meint er das vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, ist schön. Jeder hat doch so seine Community, wie er sie am besten, ähm, findet. Man macht, ähm, ja, die Community macht sich um einen herum und, 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 wenn ich reinpasse, der fliegt raus. Ich verstehe die Frage immer noch nicht. Nee, ich auch nicht. Nee, ich verstehe sie auch nicht. Wollen wir weiter machen? Ja. Äh, kennt ihr Tanzverbot? Kein YouTube, äh, kein Namecalling. Ähm, kenn ich nicht. Das beste Streamingprogramm, beziehungsweise welches benutzt ihr? OBS? OBS. OBS. Noch das alte und bald Studio. Studio, ja. Was haltet ihr von Hit... Oh. Entschuldigung, mach weiter. Noch das alte und bald Studio. Okay. Was haltet ihr von Hitbox? Ja, wir müssen halt mal reinhauen. Was haltet ihr von Xbox? Äh, von Hitbox? Hat er so ein Tünn? Äh, ja, ähm, hab ich mich nie groß mit beschäftigt. Ist wie Twitch, nur ohne Erfolg. Also. Kein Kommentar. War ich nie. Ähm, ich bin Twitch verliebt. Da bin ich total. Äh, ich sag da auch nichts so. Das ist so... Das nennt man Toleranz übrigens, wenn man dazu nichts sagt, ja? Nur mal so. Weil... Alles andere wäre... Egal. Äh, habt ihr mal an den US-Partner-Support geschrieben, wegen den EU-Problemen? Haben wegen Umzug selber seit Wochen nett gestreamt? Äh, nee. 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 Habt ihr euch schon einmal was von anderen Streamern abgeguckt? Falls ja, was genau? Den Greenscreen. Zum Beispiel. Dass ich OBS nutze, dass ich ein Mikrofon benutze und dass ich Videospiele spiele. Nee, das hab ich mir nicht abgeguckt. Äh, Songpoll. Das ist der tolle Maus. Ja, genau. Songpoll, das, ähm... Trinken. Und ich... Was? Nee, ähm... Das hab ich bei Dizzy das erste Mal gesehen. Diese... Dass die Community Sounds auslösen kann und sowas. Und ich fand das immer mega cool. So, oh, wie cool, die können da die Sachen auslösen und so. Und irgendwann, ähm, ich hatte mir mal, ähm, war auf der Suche nach einem Bot und dann hab ich meinen Bot, äh, so gefunden und der hat im späteren Verlauf, hat der dann auch diese Möglichkeiten, äh, bekommen. Das hab ich mir so... Hab geschaut und weiß ich auch, äh, unbedingt immer haben. Das find ich super. Und auch jetzt, äh, wenn ich, äh, irgendwas verbessern möchte oder so, dann guck ich mir das nicht nur ab, sondern dann geh ich zu dem Streamer hin und sag, hey, das sieht ja voll klasse aus bei dir. Magst du mich, äh, dran teilhaben lassen an deiner tollen Qualität? Wie funktioniert das? So. So, ähnlich war das bei mir auch. Also, ich hab das bei einem großen Streamer gesehen, no name calling, ähm, mit diesem Streaming- und Gaming-PC-System. Erst wusste ich nicht, wofür, warum zwei Rechner und diesen, das Capture Card, bla bla bla. Und hab mir das dann abgeguckt und dann auch nachgeholt. So, dass wir so das... Aber ich weiß jetzt nicht, ob man das sagen kann, ob man das von anderen Streamern abgeguckt hat oder, ähm... Nee. Ja, sagen kann, ähm, das ist, ne? Mhm. Ich glaube nicht, dass man das da unterbeziehen kann. Das ist halt, ja. Ich hab ich so eigene, eigene Sachen, so. Also, ich hab mir eine Sache, hab ich mir mal abgeguckt. Äh, Viewer währenddessen, äh, ich streame einzuladen in den Stream. Und, äh, das war von Lyric, das hat Lyric mal gemacht und ich fand das sehr interessant und das hab ich dann mir gemobst. Oh, name calling. Achso, naja, gut, man muss ja, wenn man wen was, ähm, Credits. Urheber. Credits an Lyric, sozusagen dann. Also, ja. Ansonsten, äh... Nee. Naja, ja, Plankenschnack ist halt auch so. Das sind halt einfach Sachen, die da resultieren. Also, also könnte man auch sagen, it me, it me, JP, vielen lieben Dank auch an dich für, äh, Drop Frames, da hab ich's mir abgeguckt, also Credits an dich. Andreas Türk auch, nicht vergessen. Talkshow. Ja. Gut. Noch was? Wie, noch was? Na, was war der Frage? Achso. Weiter. Denkt ihr, dass, äh, manche Streamer ihre große Reichweite unverdient haben? Das ist eine interessante Frage, wenn ich die mal kurz beantworten darf. No name calling? Nein, kein name calling, nur, ähm, der Priester hat da letztens, ähm, bei Twitter halt, äh, was dazu geschrieben. Das ist ja jetzt, ne, name calling vom Positiven. Mhm. Ähm, wo er sich, wo er halt seine Gedanken über Spotten und so, ähm, mitgeteilt hat, über Leute. Und da hab ich mal drüber nachgedacht, ähm, und ehrlich gesagt, die üblichen Verdächtigen, kein name calling, die man da so kennt, die halt eben unverdient eher groß geworden sind. Wenn ich mir die Communities angucke, dann muss ich sagen, da haben sie ja ihre gerechte Strafe schon dafür. Also, ähm, sind das gar nicht mal so schlimm. Von daher, die, die es unverdient bekommen haben, falls es die da gibt, die werden auch, ähm, dafür Dinge bekommen haben, die sie dann wiederum verdienen. So seh ich das. Okay, das können wir nicht weiter durchziehen. Der große Mann ist nicht mehr da und ich bin, ja, wir leben in der Schweiz, aber ich bin kein Berg. Danke. Oh, bist du schwer. Das ist doch nur, ist doch Zangi, oder? Ja. Der hat so kleine Spitze vor. Genug. So. Äh, pff. Also ich sag mal, jüngst ist mir das untergekommen, dass ich etwas sehr aus der Haut gefahren bin. Nicht öffentlich, weil das ist nicht meine, meine Art. Aber, äh, wie Slappy schon sagt, jedem, was er, wer, wem was verdient oder so, äh, pff. Ich glaub, äh, ich sag mal so, für mich, für mich ist es wichtiger, mir darüber gar keine Gedanken zu machen, weil das zu viel mein Inneres steuert und das brodelt bei sowas, weil, ähm, ich arbeite, also ich seh mich halt so, dass ich sehr hart für das, was ich habe, streame und, äh, dann kommen so Leute im Windschatten und, äh, cheaten sich durch. Mh, mh, das stößt immer ein bisschen sauer auf und, äh, ich denk mal, das ist auch verständlich, aber man kann immer nur dazu sagen, und das ist dann der, das Fazit für mich selber, wo ich dann sage, jeder, das, was er verdient und wenn die Leute das gucken wollen, dann wollen die das gucken. Wenn sie dich nicht sehen wollen, wollen sie dich nicht sehen. Daran kannst du nichts ändern. Das ist einfach ein Fakt. Du bist gerade nicht interessant. Du bist nicht der Käse im Angebot, sozusagen, um einen Mann mal zu zitieren. Und deswegen, ich sag mal so, jetzt, nach langer, 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 langer Zeit, also wirklich mehreren Wochen Gedankengang, weil das wieder, wie gesagt, Jungs passiert, solche komischen Geschichten, sag ich mir dann, na, it is sweet is. Und so ist es dann auch fertig. Ob verdient, unverdient, spielt keine Rolle. Was hier passiert, ist wichtig. Nicht woanders. Nächster. Traumjob versus Fulltime-Streamer. Also. Ist das Gleiche? Wollte ich gerade sagen. Ja. Ist Knochen. Ist harte Arbeit. Traumjob, fertig. Es ist halt nicht nur Spielen. Sagen wir es mal so. Also, sagen wir mal so. Es ist nicht nur Spielen, so wie viele Leute sich das mal denken. Ja. So würde ich das sagen. Macht hier unten. Ach so. Oh. Entschuldigung. Macht weiter. Entschuldigung. Ich wollte nur noch einen kleinen Satz dazu sagen. Weil du das gerade sprichst. Nicht nur Spielen. Das ist eher so, dieser Traumjob. Also, wenn ich mich ransätte, sag ich, oh geil, jetzt streamen. Jetzt die Leute im Chat, jetzt Bock auf streamen. Ich hab eher Bock auf das Streamen und nicht auf das Spiel selber. Das ist, das kommt bei mir eigentlich dahinter, hinter das Streaming. Also, würde ich nicht streamen, würde ich glaube ich nicht so viel spielen. Kein bisschen. Vor allem nicht nur Arme. Aber ist eine andere Sache. Oder eine Pause machen. Kannst weitermachen. Dankeschön, Tay. Tut mir leid. Kein Problem. Das ist gut, weil ich bin so im Wahn fertig zu machen. Das ist, glaube ich, der nächste Plankenschlag, den wir je hatten. Macht die Unterschiede zwischen Viewern. Stichwort Plebs. Kann mir jemand das Wort erklären? Plebs ist das gemeine Volk. Die Nicht-Subs. Konsolenspieler. Wow, ich bitte Plebs? Nein. Sleppy ist ein Trottel. Troll. Achso, Entschuldigung. Ja, das wollte ich eigentlich sagen. Trottel ist rausgerutscht. Plebs. Plebs. Kennt ihr das nicht? Das habe ich jetzt schon in der letzten Zeit öfter gehört. In Rom waren Adel und das Fußvolk. Pleb. Ja, genau. Plebea. Plebea. Achso. Wow. Und wer ist jetzt der Adel? Die Subs. Also bei mir, Non-Subs sind und Null. Das kann ich schon mal sagen. Ohne diese sogenannten Plebs werden die Subs auch keine Subs. So sieht es aus. Also solltet ihr, das ist ganz genau mit dieser, wie man sagt, ja. Wie war der Spruch? Wer den Bauer nicht ehrt, ist das Volk nicht wert. Nee, aber wie war das nochmal? Wer den Bauer stand, nicht ehrt. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sorgen halt diese sogenannten Plebs dafür, dass überhaupt irgendwas hier funktioniert. Ich kenne, wer den Pfennig nicht ehrt, ist der Mark nicht wert. Ja, aber es kommt das gleiche drauf raus. Also, nee. Also, für mich auch völlig irrelevant. Ich liebe jeden gleich. Ja. Also, solange mich jemand zurückliebt, sozusagen, liebe ich denjenigen. Mir ist doch scheißegal, ob Sub oder nicht. Also, cool. Wenn? Wenn nicht, auch kein Problem. Hike auch lieb. Nämlich kein Übel. Tay war bei mir jetzt auch monatelang kein Sub. Habe ich auch nicht geweint. Was? Habe ich auch nicht geweint. Mein Gott. Ist halt da nicht so. Manchmal ein bisschen Mode, manchmal ein bisschen nicht Mode. Aber das ändert doch nichts an der Tatsache. Also, für mich macht das, ich empfange trotzdem jeden herzlich immer noch. Ich nicht. Ich schon. Wäre ARC ein Piratenprojekt was für euch? Ach so. Ich darf keine MMOs spielen. ARC ist kein MMO, aber nee. Nee. Okay. Also, für mich nicht. Ich spiel solche Spiele nicht. Ich seh oft den Dinos keinen Piraten. Und schon. Obwohl, Dino-Piraten, das wär mal ne Idee, ne? Ja. Das wär nicht schlecht, ja. Das hört sich an wie Shacknado. Das ist genau so. Phlox hat gefragt, eure Anfangszeiten und Tipps für neue Streamer. Ausrufezeichen streamen Plankenschnack 1 bis 3. Dann hast du alles, was du brauchst. Das sind ungefähr 10 Stunden Videomaterial und Aussagen von Streamern. Reicht die Antwort für euch? Jupp. Tay, willst du was sagen? Hi. Hi. Nee. 1 bis 3 angucken. Knackenschnack. 10 Stunden. Safe call. Weip Nation. Er ist wieder durch, sagt er. Kennt ihr noch eure ersten Follower, abgesehen von Freunden, Bekannten? Ja. Ja. Was? Scoops und Winnie. Mhm. Darf ich unter meinen ersten... Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, du sagst jetzt, darf ich unten in meiner Beschreibung lesen? Nein. Was? Nein. Aber jetzt so unter meinen ersten 10? Ja. Oder 20? Ja. Ist heute noch Mott bei mir. Äh, Nathai? Mhm. Äh, 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 Entschuldigung, äh, ja, er weiß, wen ich meine. Äh, ja, ich kenne auf jeden Fall noch. Von den ersten so 10, 15. Also, ich kenne meinen ersten, meine ersten beiden Follower, ich kenne meinen ersten Sub, meine ersten Subs, und ich kenne meine erste Donation. Ja. Ich auch. Meinen ersten Follower nicht? Was? Nee, erster Follower? Ich glaube, das war ich selber. Ich habe selber, ich habe früher immer, da bin ich noch zu Hause gewohnt, mit meinem Bruders PC und meinem PC immer selber meinen Stream angemacht, um da mal zu pushen, ne? Dann bin ich schon mal zwei Zuschauer. Und dann alle, mit denen ich im Team-Streak war, und so, guck mal, mein Stream, lass mal an, wegen es nebenbei, und so. Hat mir fünf Zuschauer. Ja. Aber erste Donation und so, erstes Sub natürlich, das weiß ich noch. Das weiß ich auch. Ja. Weiter. Oh Gott, sind alle eingefroren? Kommt ihr außerhalb des Streams auch auf andere, oder, äh, warte mal, kommt ihr auf andere Gedanken, oder seid ihr mit euren Gedanken nur beim Streamen? Ich bin nur am Streamen, ich habe nichts anderes im Kopf. Das ist mein Job, immer und immer wieder. Oh Gott, ich bin fast nur am Streamen. Also ich denke, Wochenende, wenn ich nicht streame, bin ich auch, ähm, kurz vorm Einschlafen, beim Aufstehen, beim Einkaufen. Ähm, ja. Aber ist nicht schlimm. Also das ist gut. Ich denke dann immer, ne, alles mögliche nach, nee, das ist gut. Und bei mir rattert es im Moment während des Streams permanent. Wie wird das? Klappt es? Machst es? Wann geht's los? Machst es wirklich? Klappt das wirklich? Machst es jetzt wirklich? Und so weiter und so fort. Man macht sich natürlich jede Menge Sorgen. Aber, ja. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, da bin ich auf den Stand von Easy. Und da denken wir nur noch an Streamen. Leute. Und ich bin, ich bin Grübler. Das wird auch immer so bleiben. Also, nach, nach, nach viereinhalb Stunden möchte ich die letzte Frage verkünden. Halleluja. Die letzte Frage war von R4 AG, Sven. Wann habt ihr angefangen mit Streamen? Das wird die letzte Frage sein übrigens. Aber wir sind danach noch nicht fertig. Und Tay soll mal Kastaniel sagen. Warum sagen die Leute immer, du sollst sagen oder machen oder tun? Bist du so ein Affe aus dem Zoo, oder? Ja, weil das irgendwelche Sprüche und Handlungen aus dem Roleplay sind. Ach so. Abwarten. Gucken, wenn der Roleplay kommt. Insider. Das ist halt echt crazy. Also, davon gibt's. Ah, Tay soll mal den Inder machen. Tay soll mal den Opa machen. Tay, mach doch jetzt mal. Aber wann habt ihr angefangen zu streamen? 5.11.2014. 1.Juli 2015. 5.Januar 2015. 13.05.2013? Da gab's ja noch Pigelhaube. Also, ich bin echt schon lange hier. Das ist schon... Ewig. Ja. Ich glaub, ich hab auch nur noch lilanes Blut in den Adern. Also, manchmal muss ich wirklich selber zugeben. Manchmal glaub ich echt, ich hab ne Störung irgendwie. Weil mein Leben baut wirklich auf Twitch auf. Und das ist jetzt auch noch mein Job. Und, äh... Das ist völlig abgefahren. Also, es ist schön, mal wieder Kontakt nach außen zu haben. Also, ne Frau, Menschen, wo man mal hinfährt, ja. Aber es ist auch außerhalb dann halt so von Twitch. Aber ich kenn alles. Also, mein aktuelles Leben, und da bin ich sehr stolz drauf, nicht traurig, oder was auch immer jetzt gleich für Sprüche kommen. Mein ganzes Leben basiert auf Twitch. Außer zwei Freunde, mein Vater und Familie. Alles andere basiert auf Twitch. Meine ganzen Freunde, die ich habe, äh... Mein Leben, meine Wohnung, meine ganzen Klamotten, alles ist darauf ausgelegt. Quasi. Uh, da folge ich dann mal auf, äh... Auf Schritt hinterher. Oh, ja. Also, Freunde... Die ich nicht auf Twitch kennengelernt habe. Ja, meine Mama. Meine Mama ist meine beste Freundin. So. Ähm, Klamotten. Ich liebe Twitch. Es ist nicht schlimm. Also, ich finde es schön, so. Ich finde das toll, das so machen zu können. Ich finde das super. Mhm. Ich liebe auch Twitch. Aber, ich habe auch ein Leben neben Twitch. Ja. Das möchte ich auch nicht, äh... Loswerden. Aber. Aber. Mal... im Monat irgendwie mit Freunden wegzugehen oder Spaß zu haben oder einen Geburtstag zu feiern. Das muss sein. Die streamen dann immer alle. Ja, nee. Ja, nee, das muss aber auch sein. Weißt du, bist zu leben. Ja, mindestens einmal im Monat, dass du ausschließt und sagst, sag mal, wo war ich gestern? Ja. Einfach mal mit Freunden losgehen oder so. Genau. Aber hast du noch Freunde so aus... Also, jetzt nicht nur, die du bei Twitch kennengelernt hast? Ja, ja, klar. Echt? Jede Menge. Aber die gucken auch viel zu. Und oft sind wir einfach, ähm... Ja. Wir sind mit eingewohnt worden. Wochenende feiern. Ja, ja. Wir sind mit eingewohnt und das ist eher so halt, weil ich auch mit meinem Bruder ganz, 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 ganz eng Kontakt habe und mega gut mit ihnen klarkomme und auch mit dem ganzen Freundeskreis, gehe ich ab und zu nur hin. Mittlerweile ist es schon so, oh, guck mal, wer da ist, so ziehen die einen auf, weißt du? Weil die das natürlich mitkriegen. Ähm, ja. Und Relief-technisch baut sich hier natürlich auch andere Streamer auf. Große auch, mit denen man langsam Kontakt kriegt, ne? Vor allem hier bei uns im Dorf. Und Name-Callen und so bla, aber... Das ist ja auch wie live irgendwie so ein bisschen, ne? Wenn man sich mal mit denen trifft und so. Mal irgendwo gemacht. Stadt rumhängen. Irgendwelche Leute am Vögel. Nein, aber... Spaß haben. Ich finde das auch gar nicht schlimm, weil das ist halt unsere Interesse. Jetzt stellt euch mal vor, du gehst halt raus und du schnackst mit irgendeinen, der nichts mit Computerspielen zu tun hat. Oh Gott. Was haben... Also wirklich, ganz ehrlich. Butter bei der Fische. Was haben wir zu erzählen? Wir waren bei Freunden von Stefan, da war das so. Tay geht so zur Arbeit. Okay, er hat was zu schnacken, so. Aber Sali, Vollzeit, echt Vollzeit. Was haben wir zu schnacken? Was haben wir zu erzählen? Außer... Also ich war... Letztens war ich bei Belladonna Sali und war zehn Minuten kurz vorher beim Flughafen oder hab so die Storys zu erzählen. Aber das ist halt auch alles... Darf ich das kurz sagen? Ja. Wir waren dort, das sind unser Alter, also Mitte 30. Und ja, Stefan kennt dich schon Ewigkeiten von Potsdam und die sind hier runtergezogen in die Schweiz und ich bin da gesessen und sie haben überhaupt nichts. Keiner von beiden und nicht mal der Mann. Also ich meine, wenigstens der würde ich erwarten, dass der mal KTR gespielt hat oder so. Keiner von den beiden hat jemals was mit Computerspielen zu tun gehabt. Und ich bin auf der Couch gesessen und ich hab diese etwas trockenen Muffins gegessen. Und ich so, hoffentlich geht die Zeit bald um. Und dann kam endlich der Sohn. Lieber guter Gott, dieser Junge, ich werd ihn drücken. Er war zwölf. Und ich habe mich den Rest des Tages mit einem Zwölfjährigen über YouTube unterhalten, über einige Spiele und so, die es gibt. Und ich bin der Gott, der endlich ich sein. Und es war so schön, dass die mich schon komisch angeschaut haben. Nee, ist aber ein bisschen viel gerade mit dem Zwölfjährigen am Reden, ne? Aber ich hab mich so gut mit dem verstanden, dieses eine Rumpspiel, was es auf Steam gibt. Da kannst du deine eigene Basis erbauen. Und ich mir gleich aufgeschrieben, oh, was ist denn das? Und ja, ich hab mich mit einem Zwölfjährigen fantastisch unterhalten. Und der hat meinen ganzen Tag gerettet. Ansonsten sitzt du nämlich da wie... Ich meine, okay, ich kann mich mit meinen Eltern auch unterhalten. Aber selbst meine Mama schaut ab und zu bei Twitch vorbei. Meine Schwester schaut vorbei. Also, ich muss jetzt nicht unbedingt über Videospiele spielen mit meiner Familie. Das muss jetzt nicht sein. Aber, oh, gleiches Alter und die haben so trockene Themen. Dann gucken die keine Serien. Zombies mögen sie nicht. weißt du so, oh Gott, Stargate, was? Ja, toll. Was willst du dich denn unterhalten mit solchen Menschen? Ich packe mir Essen aus. Der war gut. Also, ja, bin fertig. In solchen Fällen immer das Thema Essen auspacken. Zieht immer, meistens. Gurttrockene Muffins. Ja gut, dann hättest du mal Tipps geben können. Nee, danke. Ich geb Erwachsenen Frauen, die das nicht wollen, geb ich dann auch keine Tipps. Ich muss ja nicht denken, nö, ich war froh, dass der Kleiner dann da war. Hab mich gut amüsiert. Wir haben uns unterhalten. Ausgetauscht. Das meinte ich ja am Anfang. Meine Freunde spielen halt selbst keine Videospiele. Mal FIFA oder so. Aber es ist auch mal schön, da einfach wegzukommen von dem ganzen Videospielgedöns. Einfach mal über Mopeds zu unterhalten oder sowas. Keine Ahnung. So, wollen wir zum Ende kommen? Es ist halb eins. Wolltest du heute noch streamen, Tay? Was? Wolltest du noch streamen heute? Was? Ich bin auf Gleis 9,75 gerade. Ich glaub nicht. Ich dachte, du wolltest noch mal Wasser trinken, das bei Twitter posten und schlafen gehen. War das nicht so? Ja, ja. Wasser trinken. Auf jeden Fall poste ich dir. Ja, das... Mal ein bisschen für morgen vorbereiten. Ja, dann... Leute, pass auf. Dann machen wir das so. Und zwar, ähm... Unser Gast wird zuletzt sein, äh... Sein, sein Dings vorstellen. Wir haben jetzt nämlich noch folgendes. Den Streamer der Woche. Das haben wir letzte Woche nicht gemacht, weil wir, äh, Special Guests hatten. Aber diese Woche machen wir das. Und zwar wird jeder Einzelne von uns jetzt euch einen Stream empfehlen, wo ihr mal reingucken solltet. Und, äh... Ich glaube, wir fangen an mit Jujibla. Ja. Und, Sali, hau rein. Ähm, Jujibla? Äh... Oh Gott, die kann so wahnsinnig toll zeichnen. Ne, also, ähm... Auf sie bin ich schon vor... Vor Monaten... Also, ich guck schon lange zu. Ähm... Jetzt, äh... Sie zeichnet sehr viel, ähm... Wie nennt man das? Ähm, ähm, ähm... Futuristisch? Futuristisch. Also, ja, ja, so... So halt, ne? Also, sie macht fantastische Sachen. Es macht unglaublichen Spaß, dazu zu sehen, wie die Sachen sich entwickeln. Und, äh, sie spricht Deutsch. Also, sie ist Deutsche. Und, ähm... Boah, die macht echt richtig tolle Sachen. Also, ich bin da... Gerne. Meistens slurke ich bei ihr. Das weiß sie wahrscheinlich nicht, äh, wenn ich da bin. Aber da sollte man mal vorbeischauen. Die zeichnet wirklich fantastisch. Äh, ich hab Slappy mal wieder... Hab ich gerade nachgemacht? Ne, ich hab Slappy, äh... Sein, sein Design nicht geändert. Slappy ist gar rack. So typisch, ne? So typisch. Slappy, sorry Slappy. Slappy ist gar rack. So, whatever. Das ist halt immer das zweite Design. Das stimmt immer nicht. Äh, I'm sorry, okay? Es tut mir leid. Regie, Regie, Regie. Regie, Mann, du endest das noch! So, ähm... Seit Dark Age of Camelot gibt's einfach keine guten Streamer mehr. Wine Sauce! So sieht's aus. Das ist, äh, mein Winnie. Der Winnie von Wine Sauce. Ich hab ja vorhin gesagt, mein absoluter Lieblingsstreamer ist halt, äh, Vag Skeletor. Der gehört auch zu Wine Sauce. Äh, das ist einfach so ne Streamer-Gruppe. Ähm, die einfach... Also, ich kenn jetzt nur die beiden. Winnie und halt, äh, Joel. Joel ist Vag Skeletor. Und Winnie ist eben der eigentliche Chef von Wine Sauce. Und der heißt halt auch auf Twitch Wine Sauce. Ähm, nicht ganz jugendfrei meistens. Die spielen aber immer so crazy Spiele. Einfach teilweise irgendwelche NES, ähm, äh, Hacks oder sowas. Einfach von irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, Super Mario 7 oder sowas. Ähm, das... Aber die füllen das einfach so gut mit, mit, mit Humor, dass es einfach immer Spaß macht, denen zuzugucken. Selbst wenn die, ähm... Ach, wie heißt das? Ich dachte, jetzt fällt mir dieses ASCII-Spiel nicht ein, ähm, wo man so mit so nem, 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 nem Ad-Zeichen rumläuft und irgendwie, ähm, so rollenspielmäßig, ähm, spielt. Ähm, einfach alles bei denen ist witzig. Und deswegen ist heute mein Streamer der Woche der Winnie oder beziehungsweise Wine Sauce. Willst du, möchtest du als letztes, weil jetzt kommt nämlich LeFrench Stellien hier in meiner Liste, weil sonst springe ich über zu Mime. Äh, äh, äh... Mach, wie du möchtest. Ja, dann, 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 lass gucken. Hau raus hier. Ja. Wie schon gesagt, ähm, 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 ist mein Streamer der Woche, beziehungsweise in den letzten Monaten einfach, äh, LeFrench, äh, Stellien. Ähm, das ist jetzt kein Gaming-Content, den er bietet. Das ist einfach ein mega verrückter Dude, der da Gitarre spielt. Ich weiß auch nicht, wie das Game selber heißt. Ähm, äh, der, die muss man sich einfach geben. Der hat zum Beispiel, wenn man das hat oder sonst was, der hat da so, so, so ein Rädchen, da dreht er dran, ähm, da hat er verschiedene Interaktionen, die er diesem neuen Sub oder halt, ähm, zeigt. Warte, ich, der singt ja auf einmal My Heart, äh, Will Go On mit einem Laubbläser im Gesicht, im, ähm, Side-Lupfe, äh, ist einfach awesome, der Typ. Der macht ein Entertaining, der, ähm, kann sogar ein bisschen Deutsch sprechen. Wie wir den Mahalo gesagt haben und den wir ein bisschen was reingedrückt haben, hat er dann auch Rammstein gespielt und so ein Kram. War richtig geil drauf. Hat er mit seinen Baguettes, so Schaumstoff-Baguettes oder so was, fuchtelt er da mit rum. Der kann Mimiken ziehen. Da sind, äh, die, ähm, ja, der Typ, ich weiß nicht, das ist unmenschlich, der hat mehrere Muskelzüge im Gesicht anscheinend. Ich weiß es nicht. Ist einfach krass, den muss man sich einfach geben. Ich feier den total. Und es ist mal was anderes, kein Gaming-Content. Es ist einfach mal ein bisschen abrocken, den kann man sich immer geben. Der ist auch ziemlich im Hype. Brocksmith. Spielt er. Brocksmith heißt das? Okay. Ja, der, also zwei Jahre spielt er, wurde mir gesagt. Und er spielt auch wie ein Gott. Also, das ist krass. Der haut da, ständliche Lieder. Ich glaub, unter 98% oder so, hab ich ihn noch nie gesehen. Das ist echt krass. Okay. Ich hab, äh, Ezekiel, The Third, sehr kaputter Typ, äh, vom Schlag-Heavy-Man vs. Game. Ich mag Streamer, die mich anschreien, aber, so dass denen der Kopf platzt, währenddessen sie das machen. Ähm, Ezekiel ist so, der typische, ja, Komiker, der mit ne, äh, Flasche Jameson durch die, äh, durch den Club rennt und alle anschreit, so dass hier wirklich deine Haare nach hinten fliegen. Also, der junge Mann frönt den Alkoholkonsum, er raucht im Stream, er hat übelstetive Stimme, ist ein herzensguter Mensch und ist einfach total kaputt in der Birne. Äh, streamt total die verrückten Sachen. Der ist, guckt ihn euch einfach an. Sieg ist einfach von einem anderen Planeten, also Sieg ist richtig, der hat einen an der Schüssel. Und ich finde ihn lustig. Sehr lustig. Den würde ich euch ans Herz legen, ist amerikanischer Streamer. So. Wollen wir zum Ende kommen? Nach viereinhalb, vier Stunden, 45 Minuten? Och, ich kann auch, ne? Ich muss pendeln. Ja. Ich auch, weil morgen ist, äh, hab ich mir ja einfallen lassen, hab ich ja kein Stream, äh, hab ich ja Stream. Ach so? Ja. Ja, ich auch. Ich hab ja gar nicht frei, also, äh, Marcel Tay, magst du das Schlusswort, äh, machen heute? Möchtest du, also wir sagen noch alle Tschüss, aber du machst das Schlusswort? Ist das okay? Ja, also ich, ich soll Tschüss sagen schon? Nee, nee, du als allerletzte, als allerletzte machst du Schluss heute und sagst allen Tschüss dann. Du bist das allerletzte. Das hast du gesagt. Das hast du gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, er ist die billige Mettwurst, wo alle wieder hinkommen, ne? Das hätte ich gesagt, aber nicht so wie du. Der Käse, der Käse im Angebot. Ich würde, ich würde anfangen. Darf ich so frech sein? Ich sag mal, vielen lieben Dank an alle, die, äh, zugeschaut haben. Es war extrem schön heute wieder. Äh, machen wir später. Und, äh, vielen lieben Dank wirklich an jeden Einzelnen, der da war. Es war echt cool. Ihr habt super viele Fragen gestellt, super gute Fragen vor allen Dingen. Dankeschön an Tay, dass du da warst. Redig geiler Macker. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns, quatschen uns mal öfter. Äh, Diese Folge hier quasi seht ihr bei, falls ihr zu spät gekommen seid oder irgendwas verpasst habt, gibt's die hoffentlich morgen irgendwann bei YouTube oder hier im Past Broadcast. Ich werde das twittern, da solltet ihr definitiv bei allen Vieren vorbeischauen, bei Twitter. oder Facebook, aber das haben wir nicht drinnen, aber Twitter auf jeden Fall mal Logi Logi machen. Ich möchte mich bedanken. Ihr habt euch wohl, schlaft schön und, äh, bis die Tage, falls wir uns wiedersehen. Ali? Dankeschön, dass ich, ähm, wieder mit dabei sein. Also danke für die Einladung. Danke, dass ich, äh, wieder mit dabei sein durfte. Ich seh das gar nicht immer nur so als Ersatz. Das klingt immer so, Ersatz. Eingesprungen. Die arme Sally. Nein, ich freu mich wahnsinnig, wenn ich dabei sein darf. Es war, mh, es war echt mega schön heute wieder. Die Zeit ist etwas schnell rumgegangen, weil ich könnte noch mal zwei, drei Stunden reden. Das ist, äh, also heute ist so, dass, dass die Zeit so schnell umgegangen ist. Es war echt schön. Vielen, vielen lieben Dank für alle, die da waren. Ähm, schön war's. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kissi, kissi, kissi. Kissi, kissi, kissi. Oh, schakalaka. Die Warzenhöfe. Hey, oh, 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 oh. Ich hab nur meine Nippel gerieben, entschuldige. Ich kann's ja leider nicht sehen, aber gut. Ähm, ich mach's schnell, ich will pennen. Ähm, vielen Dank für's Zugucken. Vielen Dank, ähm, Mr. Tay, Master Tay, für's, ähm, dabei sein. Sally, danke dir für's Einspringen. Nils, danke dir für, äh, immer dabei sein. Äh, für, für, für die Moderation. Natürlich. Also ich find, das sagen wir viel zu selten, ne? Danke für, für, für das Durchbringen dieser Sendung durch alles. Auch wenn ich jetzt gerade dich nicht sehen kann. Ähm. Doch, in einer sehr schönen Pose, wie ich meine Finger an die Nase halte. Ja, ja, eben. Das ist alles, was ich sehen kann, seit anderthalb Stunden oder so. Oh. Ähm, ja, ansonsten natürlich danke fürs Zugucken und, ähm, ich denke mal, wir sehen uns, an alle von mir, wir sehen uns morgen und, äh, wir quatschen gleich noch. Von daher. Macht es gut. Deine Bühne. Oh. Wunderbar. Also das allererste, ich stelle erst mal viel mit dem Dank an dich, dass du mir die Chance gegeben hast, hier einmal vorbeizuschauen, dass du mich eingeladen hast. Das ist mir eine F.awesome-Ehre. Ähm, war schon immer so ein heimlicher Traum mal. Danke dafür auf jeden Fall. Echt. Von ganzem Herzen. Ähm, danke Sali auch dafür, für dich, ne? Hast du dann auch den Schuh anzuziehen. Ähm, danke dafür, dass ich coole, neue Menschen kennenlernen durfte, so wie Slappy und auch die anderen von Bale Pirates, auf die man jetzt natürlich ein bisschen mehr, ähm, ja, Neugier erweckt hat und so. Ähm, sind coole Leute. Einfach awesome, hier mit euch auf dem Brett zu liegen. Vielen lieben Dank. Geiler Chat. Coole Aktion. Danke. Und jetzt winken wir alle noch mal an die Kamera und rufen Tschüss. Gott bless. Die Katze. Tschüss. Gott bless. Tschüss. 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 Vielen Dank.